Halleluja und ERIKOMMEN Herzlich Willkommen bei der Zeit und viel zu spät, Livestream. Heute wieder mit Kevin Hartmann. Wir sind wieder weg am Start, Leute. Und ja, wir waren jetzt erstmal für... Ich sag mal ein paar mödelchen Knast. Wir sind jetzt draußen. Wir sind draußen. Und ich hab mir geschworen, nie wieder Knast, Bruder. Ob wir das halten können, ich weiß nicht. Das wäre immer lustig. Liebe Leute, was noch nicht wusste, lass uns kostenloses Like. Da würde mich sehr freuen. Kostet auch nichts, ist kostenlos. und lasst kostenlos ein Abo da. Ist eh was kostenlos, kostet auch nix. Wenn ihr euch was kosten lassen wollt, dann wuppelt auch gerne im Shop vorbei. Da könnt ihr meinen Xion Plüsch vorbestellen. Mit gratis Autogrammkarte dazu. Also Vorbestellung läuft noch. Tragt euch gerne ein. Holt euch den Plüsch, genau. So, jetzt starten wir mal durch. Und vielen Dank für alle, die schon wieder vorm Stream am Start sind, die wir rausgenödelten haben hier. No TV TV haut einfach mal schon 48 Schweizer Frankis raus, Alter. Vielen Dank mit auf einen neuen Stream. Wie geht es dir, Kurt? 1, 2, 7, kennst du mich noch? Natürlich, No TV TV kennen wir noch. Gruß geht raus. Der kriegt 48 Frankis, Alter. Vielen Dank. Oh, warte, habe ich eigentlich mal einen Führerschein? Ich weiß es ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt einen Führerschein... Handy habe ich. Okay, Handy habe ich. Aber ich weiß nicht, ob ich einen Führerschein habe. Haben die mir das letzte Mal alles abgenommen? Wartet mal. Brieftasche, Führerschein. Ah, den Führerschein habe ich noch. Den haben sie mir nicht abgenommen. Gut. Ich habe noch Auto und Bike-Führerschein. Das ist sehr gut. Aber ich bin halt jetzt wieder zurück, glaube ich. Ich bin zurück am Start mit Kevin. Mit ganzen 8 Minuten Verschmittlung. Ja, es muss so sein. Oh, da fährt wir rennen. Oh, bitte geh auf, Prinzessin. Da geht doch. Siehst du, da ist eine Hupe. Da geht es doch. Waffen habe ich natürlich... Ich habe gar nichts mehr, Alter. Die haben mir sonst alles abgenommen, was ich hatte. Und habe ich noch Rechnungen offen? Ne. Ach, zum Glück. Habe ich alle Rechnungen beglichen. Aber das heißt, ich müsste arm sein, theoretisch. Weil mit Kevin... ...hatte ich ja nie so viel Geld. Lass uns mal gucken, wie viel Geld haben wir noch auf dem Konto. Kontostand sagt... 112.000 Dollar. Ja, ist okay. Ich habe gedacht, vielleicht 20.000 dachte ich mir vielleicht. Weil es hat sicher saufige Kosten letztes Mal. Egal. Aber wir sind jetzt ein freier Mensch. Wir können jetzt wieder frei rumlaufen. Wir sind nicht beim Nest. Und das ist schon mal sehr schön, dass ich endlich wieder mit Kevin unterwegs sein kann. Vor allem sehr viele haben sich auch wieder gewünscht, dass Kevin zurückkommt. Das ist doch schön. Das ist sehr schön. So, Mario R ist auch am Start. Dankeschön. Die 50 muss voll sein. Dann holt ihr wieder einmal für 2 Euro. Alter, haut doch mal raus hier. Florian Adam, guten Abend. Wie geht es dir heute? Sehr gut. Ich hoffe, die auch. Juli kann jetzt auch am Start. Oh, warte. Ich danke mal. Wallah, Bruder. Wallah. Wallah, Bruder, Alter. Ähm, ähm, Bruder. Äh, wie lange tankst du? Warum? Ja, weil da vorne er zu packt. Der packt einfach so voll blöd einfach. Oh, scheiße, Bruder, ich habe kein Geld. Ey, Bruder, hast du Geld dabei? Ja, ich kann dir ein bisschen geben. Ja, warte, du fährst. Alter, was ist das für Kiste, Bruder? Heftig, mächtig. Oh, Alter. Bagani. Ist das italienisch? Ja. Okay, ich dachte schon so japanisch oder so. Wow, warte, Bruder. Was hast du bezahlt für den Hobel? Äh, ist nur geliehen. Weiß ich nicht, was bezahlt wurde. Also geliehen? Hast du geklaut, Bruder? Nein, nein, ich glaube nicht. Sag, du hast geklaut. Komm, sag doch, geh doch zu. Nein, das war ein guter Kollege. Na, guck mal ein Ende an, Bruder. Keiner fährt Auto mit solchen Handschuhen, Bruder. Das ist geklaut, das Auto. Äh, ich ruf. Wala, weil du mir 500 gegeben hast, ich ruf jetzt nicht Polizei, okay? Ja, mach mal. Ne, ich ruf jetzt nicht, Bruder. Ich ruf nicht, weil du 500 für mich gibst. Ja, würdest du rufen, hätten wir auch ein ganz anderes Problem. Äh, warum? Was habe ich da für Problem? Machst du Spielchen so? Doktorspiel oder was? Was, das sind mehr Leute? Leute aus dem Meer? So Thaddeus und Spongebob oder was? Soll ich die mal herholen? Dann kannst du mal gucken, ob das Thaddeus und Spongebob ist. Ja, und den Spongebob? Was, Bruder, das schaut aus, wie es Spongebob war. Sag dir 1 zu 7 was? Äh, wallah, ja, doch. Gut. Äh, war mal ein Problem mit euch, glaub, ne? Was bist du? Bist du von dort oder wie? Kann durchaus sein. Ja, aber wir sind gut, Kollege, wir hatten mal Problemas. Weißt, war da auf Hochhaus oben, weißt? Da waren alle so mit Wäschte, weißt? Mhm. Dann, ich, da hab ich so gesagt, so, Bruder, alles koral, alles gut. Und dann war gut. Ja, wusste nicht, dass du von dem bist. Ja, gut, dann sag doch gleich, dass alles, alles gechillt. Dann musst du nichts, Spongebob, alles gut. Ich wünsche noch schönen Tag, Bruder, danke für 500. Sagt dir das was? Ja. Die hab ich mal fast vom Haus gestürzt, die Brüder. Und Schwestern von 1-2-7 haben Kevin schon mal fast umgebracht. Also, ja, das sagt ihm was. Upsi. Aber er hat immer 500 Dollar gegeben zum Tanken, das passt doch. Ist doch ein absoluter Ehrenmann. Er hat meinen Humor nicht verstanden mit Sandy und Spongebob. Da hatte er, da hatte, das war einem zu viel. Exyn gibt fünf. Vielen Dank für alle Reihen, Sand. Dankeschön. Julien kann aber Vorgang lesen, genau? Ähm, das muss man auch Vorgang lesen. Mario, er ist auch wieder am Start, ey. Dankeschön, Mario. Vielen Dank. Der Cringe-Tiger, aber nie, die ist auch am Start, Dankeschön. Alter, was, der Cringe-Tiger, ey. Warte, hab ich eigentlich ein Ding dabei? Ich habe, bin sicher nicht der Fool, das passt. Der ist nämlich... Fool! Ja. Das Geile ist, das Stream Deck, es gab jetzt ein Stream Deck Update, ne? Ihr wisst ja, die Soundstreiche über das Stream Deck ab. Jetzt no Werbung oder so. Aber die haben ein Update rausgebracht, ihr müsst euch vorstellen, ich hab das Ding seit zwei Jahren gefühlt. Seit doch, seit zwei Jahren. Ich weiß nicht, das ist groß, aber vielleicht ein bisschen kürzer. Aber immer wenn ich auf Tasten gedrückt hab, kam der Sound nicht immer direkt. Da muss ich immer warten. Jetzt kann ich einfach hier, und er kommt direkt. Ich musste sonst immer, wenn ich da gefurzt habe, so... Also, ich kann, ich kann immer... Furz. Also, es kommt relativ direkt. Davor musste ich immer so eine Sekunde warten, bis es abgespielt hat, gefühlt. Und irgendwie haben die ein Update rausgeschallert, und seitdem geht das richtig geil. Ich kann jetzt auch hier... Es geht richtig schnell. Richtig schnell. Davor immer eine Sekunde gewartet, bis das Sound überhaupt kommt. Fragt mich nicht, warum die zwei Jahre dafür gebraucht haben, das zu beheben, das Problem. Aber... Auf einmal ging's. Auf einmal ist mir aufgefallen, das Ding. Äh, Schandle hat jetzt schnell durch. Oh, Rubenlose holen. Richtig und richtig. Mit schwarzen BMW M5. Oh, warte, wir müssen aber mit Fenster offen fahren. Das ist sonst kein... So müssen wir fahren. So fährt man BMW, ja? M5. Oh, Katze. Oh, bist du eine Süße. Oh, äh, zwei Mäuse. Ratatouille. Ratatouille, einfach guck. Na, kocht ihr heute was Schönes. Oh, das ist nur eine Katze. Oh, guck. Die haben hier Fantreffen. Zwei Mäuse und zwei Katzen. Oh, die legt sich da jetzt da hinten. Oh, ist das süß. Und schau mal, die Maus. Die leben miteinander, nicht gegeneinander. Schon süß. Oh, ich lasse mich zu sehr ablenken von solchen Sachen. Wir waren ja jetzt, äh. Oh, nein. Ich habe ja wieder kein Geld. Es kostet ja 14 Dollar für ihn. Ja, komm. Auszahlung, Bruder. Komm, wir holen nochmal 10.000. Wieder ein bisschen auf Krallab. Ich kann mal wieder eine Waffe holen. Habe ich einen Waffenschein? Nee, ne? Muss ich mal einen Waffenschein beantragen? Oh, ich habe keinen Waffenschein. Ach, komm, wir gehen einen Waffenschein beantragen. Scheiß drauf. Jetzt, wo ich frisch aus dem Knast bin, klappt das doch, oder? Ich sah auch schon wieder länger her. Also, das müsste eigentlich klappen. Ich war jetzt die letzten... Ach, das müssen die letzten zwei Wochen gewesen sein, weil ich ein netter Mann. Erfahren wir mal. Äh, Waffenschein beantragen. Dann holen wir uns legal eine Waffe für günstigeren Preis als beim Schwarzmarkt. Auf geht's. Oh, ich habe doch Kennzeichen oder sowas. Nee, ne? Jo, servus. Äh, schön in der Ordnung, wird man gucken. Jo, jo. Alles gut, tschüss. Irgendeine Tankstelle, wo uns alle tanken gehen. Ist ja was passiert. Roter Mond heute. Der Mond hat heute seine Tage bekommen, ist das schön. Und hoffentlich dreht er nicht durch mit Ebbe und Flut. Ich hoffe es nicht. Wir wollen kein Tsunami. Ich will nicht medzern über Mond heute. Nicht medzern. Also, komm, wir fahren mal zum Peti, holen uns mal einen Waffenschein. Ich gucke mal, ob ich einen bekomme als Kevin. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Waffenschein ausgestellt habe bekommen, ist sehr gering. Aber wir probieren es einfach mal. Ich habe schon lange keinen Waffenschein mehr ausstellen lassen. Und ist das auch geil, wenn mit Kevin einen auch Fake-Cop zu machen, ne? Hier so Blaudicht einbauen und dann Leute anhalten und denen das Geld aus den Taschen ziehen. Ist zwar gegen die Serverregeln, aber das wäre lustig. Es wäre so lustig. Weil keiner würde glauben, dass ich ein Cop wäre mit Kevin, Alter. Keiner. Niemand würde denken, dass ich ein Cop wäre. Wenn alle denken, ey, ich ziehe ab. Bin ich in zwei Steps im Knast. Also kein Cop da, Alter. Ähm, ich fahre mal ein bisschen langsamer hier, weil ich will nicht zu viel zahlen. An dem Radar vor allem. Komm, wir fahren mit 130. Aber das Problem nicht. So, äh, Doktor, ernsthaft? Mit 5 Euro ein Fies-Runde beschwert sich das erdrückt, aber der Furz erst später kommt. Ist das halt wirklich so? Es ist halt wirklich so gewesen. Dankeschön. Die Fischzone. Ich habe gerade alles auf dem RP-Server verloren. Und du wunderst mich auf, was wie... Warte mal. Bist du gerade down, weil du gerade irgendwelche Stuff auf dem RP-Server verloren hast? Sorry. Ich wundere dich gerade auf, weil du Stuff auf dem RP-Server verloren hast. Wirst du überfallen, oder was, Bruder? Es gibt, Bruder, es gibt schlimme Dinge im Leben, wo man sich wirklich Sorgen machen muss. Wo man echt, wo man echt Ableckung braucht. Es gibt ein solches Sachen. Oh, Dankeschön. Sorry. Der Stuff auf dem RP-Server verloren. Mein Tag ist gelaufen. Kein Bock mehr. Sorry. So, erstmal reingehen. Ich frage jetzt echt mal, ob man Waffenschein. Wo war denn der Parktier? So, ich... Ach, nee, guck, ich schiebe dir jetzt nicht vor. Jetzt kriege ich wieder Probleme. Jetzt bin ich wieder zu bezahlen, das Geld. Ach, sorry. Sorry, not sorry, oder? Ich schau mal da mal rein. Guten Tag. Hallo? Ähm, hallo? Glingelingeling. Ah, da kommt einer. Die arbeiten gerade. Guck mal, wie sie arbeiten. Guck. Das ist politisch. Da kommen sie zwei. Guten Tag, Lieutenant Sejovic. Wie kann ich Ihnen helfen? Äh, guten Tag, Herr Sandwich. Ich habe eine Frage. Äh, folgendes Problem. Sejovic. Ja, Herr Sandwich, ich brauche so Waffenschein, so Waffenpass, ähm, wenn Sie mir den anstehen können, weil ich brauche Schusswaffe für Eigenschutz. So ein bisschen so wie Verhütung, aber so Eigenschutz halt, ne? Also, dass ich geschützt bin vor Leuten, die böse sind, weil ich war vorhin wieder an Tankstelle, wo du ganz normal tanken gehst, Bruder, da war so Düppe im gelben Auto. Sag ich so zu ihm, ja, holt der Spongebob und Sandy und so und so. Hat er wieder gedroht und hat so gesagt, ja, ich hol gleich so Kumpels und so. Und ich sag, ja, Sandy, Spongebob. Und dann hat er gesagt, nein, Bruder, nein, Bruder, der holt so seine Gang und so. Und jetzt habe ich so ein bisschen wieder Angst und deshalb bräuchte ich eigentlich so Waffenschein zum Ausstellen, weißt du? Mhm. Dann kriege ich erst mal einen Ausweis von Ihnen. Ähm, ja, natürlich, meinen Ausweis. Bitteschön. Herr Hartmann. Gut. Genau, ja. Schauen wir das einmal an. Sandwich. Ja, Klassiker, aber eher ein C-O-Bittsch. Er ist ein Bittsch. Ah. Das ist ein 97er Baujahr, richtig? Äh, das müsste korrekt sein, ja. Außer irgendwer hat Probleme gemacht mit Karte. Dann nicht korrekt. Ich muss sagen, ich war, ähm, ich war vor kurzem knascht, so. Hab alles abgesetzt und so. Gab halt ein bisschen Probleme, so ein bisschen Ramsam-Samen gab es so ein bisschen und dann, ja. Aber ich bin jetzt korrekt, so weißt du? Alles gut. Ja, aber wir flüstern trotzdem bitte, ne? Warum? Ist problematisch, wenn andere Leute mit... Ach so, warten Sie, ja, bitteschön. Ne, ist nicht problematisch, aber wir brüllen sonst durch ganze Piddy und das... Ach so, ich brülle sonst... Ach so, das wusste ich nicht, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ich hier Leute störe. Ja, alles gut. Aber da habe ich einen Witz für Sie. Was ist zielbar und stört beim Essen? Das ist der Sound auf der Spende. Zielbar und stört beim Essen? Ja. Weiß ich nicht. Ein Stör. Ah, Mann. Lustig, oder? Ja. Ja. Lacht mich gerade ziemlich ab. Genau, so wie Sie. Kürzlich. Mit dem Waffengesetz sind Sie vertraut? Mit dem Waffengesetz bin ich relativ gut vertraut, weil ich habe auch eine Ausbildung gemacht, damals zum Geschäftswaffenbaumann. Da haben wir in der Firma Waffen zusammengebaut und verboten ist, Vollautomatik, abgesägte Schrottflinten. Und, äh, warte, was ist noch? Lass mich überlegen, was ist noch nicht erlaubt bei Waffen? Äh, äh, ja, ne, eigentlich so Vollautomatik und abgesägte Schrottflinten, na? Und Bomben und so. Servus. Servus. Äh, Kollege, gehst du kurz raus und hilfst dem Herrn? Also, geht der Herr um die Tür und redet da. Ist das korrekt? Dann, ja, aber, ja, schon. Ja, gut. Komm mal bitte. Ähm, wo dürfen Sie denn alles Waffen aufentragen? Offene Waffen tragen darf man draußen auf Land, in Staaten verboten. Ähm, ja, bis auf, ähm, Privatgrund, ne? Ja, gut, Privatgrundstück ist klar, ja. Äh, Waffen. Da darf man, da ist schon okay. Geholstert tragen. Bitte, wie, geholstert? Genau, Waffe. Waffe geholstert. Open Carry nennt sich das eben auch nur auf Dings und sonst Privatgrund. Also, so wie vorhin auch. Genau, ebenfalls nur im County, sogar Privatgrund. Genau, ja. Ja, frage, wo fängt County an? Also, wo ist da das, wo anfängt, so? Wir sagen es eigentlich am besten immer, wenn Sie auf Google Maps schauen, ist für die Grenze das Observatorium. Okay. Genau, das nehmen wir meistens als Grenze. Ja, das ist gut. Gut, also, oder, ja, genau, Observatorium und Schadgefängnis, das Gebiet. Ja, ja, okay. Das ist gut, ja. Also, ab Observatorium oben dann nix mehr erlaubt, okay. Äh, was für Waffen, äh, was für Waffen dürfen Sie denn alles haben? Wie meine, was für Waffen ich haben darf? Äh, welches Kaliber und welcher, wenn wir vollautomatisch, halbautomatisch? Also, ich weiß nur, ich erlaubt, also, Kaliber ist eigentlich, äh, so relativ egal. Es geht eher darum, um Vollautomatik, Halbautomatik. So, wenn ich, Vollautomatik hab, ist illegal. Ja. Vollautomatisch ist halt illegal, halbautomatisch legal. Also, Einzelschuss, Einzelfeuer ist legal. Und sonst, wie ich vorhin gesagt hab, Schrotflinte legal, aber abgesägt ist nicht legal. Modifiziert halt, ne, von Abschnitten ist nicht legal. Ja, abgesägt ist illegal, die Große ist legal. Ja, da vorne, wo die Welt weg ist, ne, wo dann abgeschnitten ist, ja. Genau, genau, dies, dies. Genau, ja, ja, die ist illegal, genau. Ich hoffe, ich krieg den, glaub ich krieg den? Hör ich die Kollegen hinten, hör? Mela, schrei nicht durchs PD. Ich schau gerade, dass der Seiten auf Kontostand hat. Brauchen Sie sonst noch Hilfe? Äh, ne, ne, ich mach Theater, fertig. Ach so, okay. Krieg ich Schein oder nicht? Äh, ja, positiv. Läuft das schon weiter jetzt? Das ist halt die Frage, ob der jetzt weiterläuft, Leute. Schauen wir mal ganz kurz, ob der weiterläuft. Ich hab den Stream ja noch nicht beendet, aber... Check, check. Bei mir hängt's. Neuladen funktioniert nicht wirklich, okay. Geht wieder? Echt? Okay, gut. Ja, äh, äh, mein, mein PC ist das erste Mal im Leben einfach mit nem Stream gefreezed. Also, ich konnte nichts mehr machen. Auf einmal freeze, dass das Game war gefreezed. Wartet mal ganz kurz. Sag, da bin ich wieder. Game ist gefreezed. Ich hab nichts mehr machen können. Ich hab den PC ausschalten müssen. Das erste Mal im Leben, dass das einfach komplett weggefreezed ist. Also, richtig heftig. Mit Zeit, nen neuen PC zu holen. Mit mir, äh, mir neuen PC zu bauen. Wollte ich eigentlich eh machen. Ich wollte eigentlich nur noch auf die neue Intel-Generation warten, bis ich das mache. Aber anscheinend, ja. Wir sind langsam mal an Zeit. Das erste Mal, dass er gefreezed ist. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Krass, Alter. Das war ein Zeichen, neuen PC zu holen. Ne, keine Ahnung. Noch nie gehabt. Mein PC ist noch nie gefreezed so. Overtemp. Kann sein. Kann sein. Der wird relativ heiß. Ich hab auch lange nicht mehr die Wärmeleitpaste neu gemacht. Könnte sein, dass da ein bisschen Overtemp geht. Wobei, wenn er Overtemp geht, würde er einfach ausgehen eigentlich. Ne, das kann es auch nicht sein. Overtemp ist kein Freeze. Er ist einfach komplett weggefreezed leider. Leider. Ganz komisch. Also nicht abgestürzt. So, weil wenn Terminal-Problem ist, dann geht das Netzteil aus. Meistens. Also, keine Ahnung. Irgendwas war jetzt grad. Ganz strange, Alter. Noch nie gehabt das Problem. Noch nie. Aber willkommen zurück. Ich meine, das Stream klappt wieder. Ich hab da alles ganz schön starten können. Das ist gut. So, solange er heute mir nicht nochmal abbraucht, passt ja alles. Aber dann werde ich mir höchstwahrscheinlich mal eine neue PC holen. Jetzt will ich mir eine neue zusammenbauen. Weil ich hatte es eh auf der Liste, dass ich das mache. Aber ich wollte halt auf die Intel-Generation warten. Auf die neue. Ist heute so, ne? Kann man nichts machen. So. Xion's erster Popo. Moin auf einen guten Live-Timer-Bester. Dankeschön. Ja, fängt das schon mal gut an heute. Patrick. Kevin beim FD wäre sicher auch lustig. Ey, ihr fragt mich, was jetzt hier der Cop denkt. Was mit mir los ist. Wieder mal einen Polizisten, die ihr... Okay, das kann ich auch nicht vorlesen. Vielen Dank. Hannes, danke fürs CP-Werden. Aber Dankeschön, King Artie. Für 5 Euro mit Fies. Nobihar genau. Heute darfst du dich aber nicht von der Polizei erwischen lassen. Ja, mal schauen, was ich heute mache. Also es wird eh wieder höchstwahrscheinlich so kommen. So, wo ist denn Sven hier ist? Ne, nicht Sven. Alter, nicht Karl-Heinz. Hartmann. Schon fast Sven Rumpel gestartet. Ist auf einmal Sven Rumpel hier. Er war ganz strange gewesen gerade. Richtig strange. Äh, guten Tag, hallo. Moin. Entschuldigung, hatte gerade Kopfschmerzerei. Alles gut. Ausgleich wenigstens wieder Klingel, Klingel. So. Immerhin geht die Klingel wieder. So, äh. Lukas Bachleiter, dafür 2,40. Die ernsthaft. Hundbeschwerter, das war auch für Hund. Gut, nochmal, haben Sie 500 Dollar im Bar dabei? Äh, hab ich dabei, ja. Perfekt, dann. Ja. Äh, ich bräuchte mir Ihre Personalnummer. Äh, die 263. So, dann drücke ich den einmal kurz fertig. Ja, perfekt. Warten wir, dass er mal hier rauskommt. Äh, weiß doch, ob die Besprechung der Höhe rangehen ist, oder? Oh, die Besprechung der Höhe rangehen. Aha. Generell. Sagst du sofort? Jo. Das ist gut. Dann können wir heute richtig was abziehen, wenn die heute Besprechung haben. Wir müssen so wissen, um wie viel Uhr. Da zieh ich heute richtig durch. Ich werde heute nämlich wieder Kriminell, Leute. Der Titel ist Fassade. Nie wieder Knast, Bruder. Ich werde sowas in den Knast gehen. Ich werde dann so einen Scheiß bauen. So, ähm, ja. Dr. Ernsthaft, das müssen wir Folk lesen, genau. Die Nono, danke ich dir für 2 Euro. Max, doll, ich wollte einfach mal sagen, dass du Beste bist. Kannst mich grüßen. Max, Lolo, Max, Lolo, Max, Lolo, ich bin nicht. Der Triad kann der Live-Essieb werden. Max, die, doll ist der Hirsch, euer Bruder. Was geht alles? Das ist Weihnacht, Bruder. Habubs Mutter, Havidere, auf dem Mega-Stream. Ja, fängt halt geil an, Alter. Damazare, BRW, wenn du schon zu spät bist, kannst du dich entspannen. Brauch nicht doppelt zu spät sein. Ach so, ja. Ich dachte, du fragst, ich hab's schon lustig. Es gibt ein neues Update von Sons of the Force 2. Ich sag mal hier den Waffenschein, sie werden aus, heißt sie da zurück. Äh, danke schön, ja. Perfekt. Vielen Dank. Die 500 Dollar werden die dann von ihrem Konto abgebucht. Ja, gut. Ähm, sobald ihre Bank dann die Informationen vom Y kriegt. Perfekt, jawohl. Weil sie die nicht schon hat. Alles klar. Dann, wie gesagt, eingetragen, hab ich's. Kein Scheiß damit bauen. Nein, nein. Gut. Äh, vielen Dank, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön. Wobei, Framerate ist hier grad eh am Droppen, weil ich grad am Hauptplatz anehe bin und hier viel los ist am PD gerade. Aber war grad schon strange, der Crash, Alter. Noch nie passiert sowas. Vielleicht ist mein PC das alles schon zu viel. Das ist ihm einfach schon zu viel. Äh, ah, da sitzt ja gar keiner drin. Ja gut, ähm, hab ich gesagt, ich bin gut zu sagen. Ja, erstmal ne Waffe kaufen gehen. So sieht's aus. Erstmal ne Waffe. Oh, na Katze, musst du, äh, jetzt muss die Katze raus. Warte. Hättest du vor 5 Minuten machen können? Warte. Wir haben technical difficulties. Komm, ich hab mal raus. Hättest du das vor 2 Minuten machen können, dann hätte das funktioniert mit dem, äh, ja egal. Ist halt so. Kann man nichts, kann man nichts gegen machen. Ist halt. Katze. Katzen sind komisch. Da, da bin ich wieder. Die Katze hat mich grad vom Blitzer bewahrt, glaub ich. Wir sind uns da durchgerast. Ja, immerhin eine positive Sache. Wollen wir uns mal ne Waffe. Da wieder ein bisschen, ja, Leute scheppern können, wenn's sein muss. Das gibt's ja schon. Weil hier ist günstiger ne Glock für 7,99. Wobei, war das 7,99 ne Glock? Äh, ist die auf dem Schwarzmarkt nicht bedeutend günstiger? Was irgendwie aber keinen Sinn macht, weil im Schwarzmarkt eigentlich alles teurer sein sollte. Mir kam vor, die Glock 17 kostet drüben 6,90. Also 100 Dollar weniger. Haben wir da bei den Waffenpreisen verschlampt? Okay, den Taser nehme ich auf jeden Fall mit. Und die Glock 17, die packe ich mit ein. Hä, aber jetzt bin ich verwirrt. Die hat doch drüben 6,90 gekostet. Alter, fahr ich jetzt aber hin. Ich hab doch jetzt nicht einen Waffelscheid für 500 ausgegeben, dass ich teurer Waffen kaufen gehe, oder? So, nehm ich noch Pistole mit. Also, da hab ich schon genug. Jawohl. Äh, Schalldämpfer nehme ich mit. Und ein erweitertes Mac. Yes, sonstiges Panzerung. Wichtig, Alter. Richtig wichtig, mal ne Panzerung mitzunehmen. Das passt. Hä, warum hört man die Sounds außen, wenn ich drin bin? Ist ja mal richtig strange. Warte, hab ich mein Kopfhörer falsch rum auf? Ne. Hä, warum hört das links? Das müsste doch hier hinten sein. Hä? Geht der alles so broke, ne? 1.000, echt? 1.000 kostet die dort. Ich dachte, die kostet 96 oder sowas. Vielleicht hätte er so offen lassen, seine Kiste. Schau mal schnell. Ja, vielleicht leuchtet er was. Weil der die offen hat lassen, aber das ist schon geil. Ja, hätte er sein können. Leute, der hätte er sein können. Die weiß das nicht. Ja, schade, leider nicht offen. Oh nein, Musik. Äh, was war das? Was, Tilo? Was war das denn gerade? Wir können kurz wissen, was das war. Irgendwo herkenne ich das Lied. Stimme. Ah, nein. Das ist, ähm... Ah, wie heißt der denn? Auch 3er BMW hier. 3er BMW. Dream. Äh, also Dream, nicht Dream. Dream. Wusste ich kenn das Lied irgendwo. Ich dachte ganz kurz, Tilo, Alter. Wie bin ich jetzt auf Tilo gekommen? So, Stream, ja, nur. Beste Lied immer noch. 3er BMW. Sabufer laut, sodass ich leider nichts verstehe. Gut. Ja, jetzt schreiben alle Dream rein. Das Geile ist halt Streaming-Verzögerung. Jetzt denken die, ich lese das hier ab. Ne, Streaming-Verzögerung von einer Minute circa. Das ist echt heftig. Erstmal am Hauptplatz flexen. Ich muss auch, no admin. Richtig und richtig. Ach. Schau, wer der ist. Ey, Bruder. Ey, da sieht man sich wieder, Bruder. Guck, da ist die Kiste. Ey, sag mal, kann ich dir mal Probe fahren? Ne, leider nicht. Warum nicht? Ich gebe den jetzt wieder ab und dann bin ich fertig. Ach so, warte, wir können doch jetzt, wenn du den abgibst. Wir können doch nicht dem eigentlichen Besitzer, sondern er kriegt einen Kollegen. Und der fährt jetzt, Leute. Ach so, dann darf ich nicht Probe fahren, mal gucken, so. Wie geht. Ja, musst du ihn fragen. Ja, wo ist er denn? Den frage ich doch. Da ist er, was ist er denn? Er kommt jetzt. Ah, da ist er. Ey, Bruder. Er hilft ja den Pagani, Bruder. Der ist sicher voll geil zum Vater. Ich bin noch nie so was gefahren, Bruder. Kannst du meinen Kindheitstraum in Erführung bringen, seitdem ich drei Jahre alt bin, in dem Ding sitzen? Kindheitstraum, weißt du? Dir ist bewusst, dass wir keine guten Erfahrungen haben? Ich weiß, aber ich dachte, es ist schon wieder alles totti frutti bei uns. So, weißt du? Komm mal nebenbei, ich muss mit mir los. Also das Letzte, was ist, dass ich, Bruder, ich will keinen Stress mit der Kiste machen. Wollen wir mal einmal draufdrücken, weißt du? Einmal durchdrücken, die Kiste. So ein bisschen, weißt du? Spaß haben. Einmal durchdrücken auf Autobahn. Kann auch einer mitfahren von euch. Ich meine, ihr müsst nicht. Ich war nur Frage, sonst ist auch egal. Wenn ich da nicht, dann ist es gut. Schenkst du dir mit dem Auto, oder was? Nein, nein, der kann den für heute haben. Achso, der kriegt den, okay. Der Scheiß, der wird so durchgereicht. So einmal er, einmal er und so. Das ist so... Das ist ein Einzelstück, ne? Kann man sich nicht kaufen. Achso, wusste ich nicht. Das heißt, wenn der kaputt geht, ist er weg, oder wie? Ja, es dauert halt ewig, die Teile nachzubestellen, wenn irgendwas kaputt geht. Ja, das ist auch blöd, ne? Und das ist sicher sauteuer, so nachbestellen. So Carbon und so voll. Aber kranke Kiste. Ja, schade, dann halt nicht. Sehr schade, dann halt... Ja, trotzdem auch schönen Tag. Dann halt keine Kindheitstraum in Erfüllung bringen. Weißt du, in Polen haben wir sowas nicht. Da gibt es das nicht. Ich bin in Polen aufgewachsen, da haben wir das Größte, was du hast, Dacia. Fährst du auch fester M5, bist du zehn Zylinder. Reicht doch. Na ja, ich trotzdem nicht sowas, ne? Ich kann Supersport. Ich halt normal so, weißt du? Nichts. Dann gut durcharbeiten, dann hast du was. Ja, gut durcharbeiten. Bruder, wie will ich durcharbeiten, wenn ich immer von Polizei gerippt werde, Bruder? Was willst du so? Ja, dann lass dich nicht rippen. Ja, ich hab jetzt zehn wieder Waffe gekauft, ist gut. Ich mach so Bracca, Bracca mit der Draco, weißt du? Ey, ihr habt verkaufte Draco? Habt ihr Draco irgendwo zu verkaufen? Ich suche nämlich Draco zum Bracca, Bracca machen aus Auto, weißt du? Ich hab keine Ahnung, wovon du willst. Okay, dann halt keine Draco. Gut, tschüss. Kennt Draco nicht? Als 1 zu 7er kenn ich ne Draco nicht. Okay, das ist mir neu. Das ist mir neu, dass 1 zu 7er keine Draco kennt? Und das müssen wir ihnen auf jeden Fall erklären, was das ist. Das ist ne Mini-Aka. Das ist sehr wichtig, dass die das wissen, dass das ne Mini-Aka ist. Aber wir haben hier ne Draco nicht. Ich glaub, wenn diese kleine Maschinenpistole ist, ist aber keine Draco. Aber so ne Draco wär schon geil. Aber wir haben keine. Auf R und O. Glaube ich. Nee, haben wir ja keine. Aber cool wär's. Warte, dann packe ich den ein, sonst... Ach, nee. Wenn man den Kopf sonst fragt, ob er mir ne Draco verkauft. So Bracka-Bracka machen draußen. Weißt du schon. Ein bisschen Draco-Baller. Nee, ich muss eigentlich meine Autos sich wiederholen. Das ist nämlich das Teuerste jetzt erstmal. Ich hab nämlich 5.000 Dollar, kann ich mir ein Auto zurückholen. Ach, warte. Mach ich schnell. Weil ich hab sicher, wir haben 50.000 Autos auf Versicherung. Und wenn ich dann wieder eins brauche, hab ich's wieder nicht parat. Das ist immer das Problem. Ich könnte erstmal hier nachgucken, ob irgendwann's da drin ist. Weil ich könnte vielleicht Autos verkaufen, wenn wir was Geiles davon kaufen. Wißt du, was ich mein? Weil ich viele Autos hab, die ich nicht brauche. Einfach gebraucht Wagenhändler. Online stellen und dann gucken, dass ich hier viel verkauft bekomme. Och nee, was ist denn da drin? FAV. Was ist das? Null. Am 15.09.2022 wurde der hier eingestellt. Was ist das denn für ein Auto? Äh... Oh, das ist mein 7er BMW. Dafür wird es 5.000 Dollar bezahlt. Na super, das ist nur 5.000 Dollar weg. Na super geil. Hey, das ist mein 7er BMW, den ich gekauft habe. Das war, glaube ich, mein erstes Auto. Der wurde abgeschleppt? Ja, moin, Alter. Wirklich. Den habe ich komischerweise nicht vermisst, den Wagen. Wann fährt denn der sich so komisch spammig und so drifty? Fährt sich ganz komisch gerade. Das ist doch so früh, der doch nicht. Na egal, komm, ich packe dich still ein. Der fährt sich ganz strange. Den würde ich schon vorhin mal verkaufen wollen, weil der sich ganz komisch fährt. Aber ich glaube, da sind ein paar Autos, also die restlichen Autos, die ich jetzt noch habe, die sind jetzt, äh, wie viel habe ich sonst noch? Energy ist egal, aber mein 600er SL ist noch drin. Den möchte ich noch ganz zurückholen. Ja, 600er SL, den holen wir noch zurück. Das ist der, der, äh, einer der schnellsten Autos, die ich eigentlich habe. Alles, Kevin. Okay, ich brauche mal Skateboards, so, zock. Wollen wir mal schnell hochscrollen hier. Jetzt haben wir vorgelesen, der Trammer, das haben wir auch vorgelesen. Äh, so. Papa von Karl-Heinz habe heute das Video gesehen, wo du im Knast warst und das erste Mal Schniedelhandel erwähnt hast. Was? Das muss übelst lange her gewesen sein. Ja, ne, das Schniepelhandel, nicht Schniedelhandel. Da haben wir immer gesagt, Schniepel. Ein Schniepel. Samy Schlie, du bist der Beste, ich folge dir seit 2018 schon. Ich glaube nicht, dass du mir seit 2018 folgst. Also 2018 nach Christus. Ja, moin. Samy Schlie, aber dankeschön. Rexnogs, 2990, bleibst du, du bist, vielen Dank. Jana, Matthias, äh, ich kenne dich schon lange, bitte grüß mich. Jana, ne, ja, doch, Matthias, doch. Jana, Matthias, grüß ich. Felix, wie Karl-Heinz mehr Geld hat als alle anderen. Ja, das ist schon traurig. Aber gut, Karl-Heinz hat ja mit seinem Gebrauchtwagenmarkt da, mit seinem Leihfahrzeug ja schon gut Geld gemacht. Das wurde letztlich geklaut, der M5. Ups. So, ich hol noch ganz schnell mein Ding so raus, ja, und dann gehen wir mal auf Tour heute. Oh, warte, hab ich noch was im Kofferraum? Stimmt eigentlich. Ein Labor ist mit, oh, das nehme ich mit, warte mal, ich habe ja kein Labor mehr, oder? Das Labor nehme ich sonst mit, ja, das ist, das ist viel Geld wert. Das nehme ich mit. Das ist viel Geld wert. Ein kleines Kit mit Laborsachen, das ist sehr gut. So, Mario, er danke mal für zwei Euro, Norbi Hagenau, ein Like habt für dich. Jetzt weiß ich, warum mein Ding weggecrashed ist, ich habe wegen dem neuen Stream Deck-Update. Weil ich doch mal, ja, der Furz, der ist dir schnell da. Der ist ja dir schnell da. Oh, Stiff and BK ist auch am Start. Moin, Bruder, danke für die Ablenkung. Meine, äh, mein Liebeskummer, du bringst mich ein bisschen auf andere Gedanken. Hast du irgendeinen Rat für mich, oder so? Also sieben. Nach vorne schauen, das ist, also du bist klick, nach vorne gucken. Mein Liebeskummer nach vorne gucken. Und, äh, vor allem. Meistens findest du die richtige Person einfach so richtig random, weißt du. Einfach random. Oh, warte, ich verfalle dich, ich muss zurück. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Ich muss nämlich erstmal Geld tun und dann das Ding abholen. Ich überlege nicht, ob ich heute den 5 fahre oder den schnellen Mercedes-Benz. Aber ich glaube, der Mercedes ist halt schneller. Der 5 beschleunigt aber schneller raus, ich muss gucken. Oder ich verkaufe irgendwas. Boah, weil der Benzer wäre schon geil, der Mercedes. Aber der hab ich ja letztes Mal gefahren, der war nicht so, der ist ja nicht mehr so geil vom Handling. Och, sag jetzt, ich ja, koste 50.000 hier einparken. Uuuh, 500 Dollar. Ne, warte, lass ich den hier stehen erstmal. Ah, warte, Bruder, ich bin falsch. Bei dem Benzer. Oh, aber der M6 war auch geil, guck. Der würde ich auch fühlen. Der würde auch passen zu, ich finde, zu Kevin würde der M6 passen. Der ältere hier. So, jetzt erstmal Geld abheben. Dafür sind wir eigentlich hier. Ich brauche nicht mehr auf 5.000 Dollar, ich bin so arm, Alter. Ja, jetzt, äh, die letzten 5.000 Dollar, da hab ich jetzt, bin ich unter 100.000, Alter. Mal 10.000 Dollar abheben, ja, bin ich bei 93.000, das ist traurig. That's sad. Hab ich jetzt ein Auto verkaufen würde, könnte ich mir irgendwas, M6 würde ich mir vielleicht leisten, der war schon nice, ne? Ja, ich frag mal ganz kurz. Schaden, kommt bitte bei den Mechanik an mir hin, dafür müssen sie aufkommen. Und, äh, wir übernehmen keine Haftung. Ja, wirklich ein... Äh, Bruder, ich will nicht unterbrechen, so Verkaufsgespräch, aber der M6 davon ist gebraucht, oder? Äh, ja. Ja. Ist der gut? Der ist 1A, der ist supergeil. Wie schnell fahren? Äh, Stock 250, Catalina, äh, Tuning 260. Ein bisschen langsam für M6, dachte schneller, gut. Wie willst du Probe fahren? Ja, wenn du, wenn du mal gehst, Probe fahren, ich würd gleich wiederkommen, Bruder. Weil ich müsste, äh, Auto drüben abholen, ich fahr mal kurz Probe, wenn gut ist. Ja, hast du, äh, bin mal ein Ausweis oder so für mich? Ja, warte, äh, Bruder, ich klau dir, wenn ich dich, bin zwar Pollen, aber ich klau nicht, bitteschön. Und dann brauchst du Führerschein, dass ich, dass du weißt, dass ich Führerschein hab. Das ist mir doch scheißegal, Mann. Okay, ja, weil ich Führerschein hab ich auch, Bruder, Walla, wär geil zum Probefahren. Boah, super, dankeschön, Bruder. Ey, mein Auto ist da vorne, Walla, wenn du was siehst, kannst du nehmen. Jawohl. Aber ich komm gleich wieder. Probier mal. Fäll korrekt. Ah, der fährt sich gut. Uh. Und du weißt, dass das auch geil wär? Ein 911er. Für Kevin, Alter. 911er für Kevin, der 300 fährt da. Ich weiß nicht, was der kostet, der 911er. Aber ich muss sagen, der fährt sich relativ gut. Ich dachte, der fährt sich schrecklich. Ja, hat er Extras. Ja, hat Extras. Spoiler hinten und vorne, ja, Kennzeichen. So ist jetzt, ne, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht einfach da stehen lassen mit dem Auto raus und damit mein Wiederkommt. Das war jetzt nicht einmal zu nett, der Bruder. Ja, wäre. Ich weiß nicht, aber so ein 911er wär schon geil. Ich frag mal, was so ein 911er kosten würde. Aber der kommt sicher mit dem Preis 300.000 Dollar, kann ich mir den eh nicht leisten. Dann muss ich heute kochen gehen oder irgendwas Illegales machen. Aber mein Ding heute, ich will ja heute irgendwas Krasses machen. Wenn ich heute einmal den Juve mache, den schaffe, hab ich Geld dafür. Wisst ihr, was ich meine? Ich hab da schon ein bisschen Blut mitgenommen. Ich sag einfach mal lackieren. Ich hab ne Folierung drauf gemacht. Bin wieder da. Ey, Bruder, kannst du sperren. Ich hab foliert vorne, da ein bisschen. So rote Folierung drauf gemacht wollen. So, okay? Rote Folierung. Es sieht ein bisschen komisch aus, aber ich fand das cool so. Ähm. Danke dir. Ja, bitte. Kein Problem. Immer wieder gerne. Ey, Frago. Jo. Haben Sie so ein 911er? 911er. Hammer. Was kostet so ein 911er bei euch? Okay, Moment. Ich schau mal nach. Dass ich schon mal weiß, wie ich das angehe am besten. Ich hab jetzt noch nicht zu viel Geld, aber ich würd gerne holen. Also der 911 Turbo S kostet 308.000. Wallah, wirklich 308.000? Yep. Der Turbo S, was ist günstiger? Haben wir da auch günstige 911? Oder ich einzige? Nee, ist der einzige. Es gibt bloß noch den 992 Cabrio. Wallah. 300.000, Bruder. Weißt du, wie lange ich dafür arbeiten muss? Bruder, Wallah. Ich muss Autos verschleppen. Also, war jetzt Spaß. Ich bin Bolle. Alles gut. Oh, Wallah. 300. Wie viel? Warte. 313? 308. 308. Ja, dann ist es gut, wenn keine 313 sind. Dann 3,8. Alter, Bruder. Boah, ihr macht mich fertig, Bruder. Ihr macht mich fertig. Wie soll ich denn 300.000 Mücken kommen? Am besten Ladenausraum oder sowas. Oder gleich die Bankraubs nehmen. Leute, ich glaub, ich mach heute einen Bankraub allein. Ich glaub, ich zieh das voll durch. Ich brauch 300.000 Mücken. Das schaff ich nur, wenn ich heute einen Bankraub mache. Allein. Und das ganze Geld für mich einstecke. Jetzt schaff ich das nicht. 300.000 für 911, Alter. Ich glaub es nicht. Ich kann es auf Ebay gucken, ob es den günstigen Mut zu schießen gibt. Aber ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich geh heute an. Ich glaub, ich mach heute einfach komplett einen Lone Bankraub und hoffe, dass ich das einfach schaffe. Mr. Nie wieder Knast, Bruder. Nee, ich hab, Alter, ich hab. Ich hab nicht mal ein Drittel davon. Ich hab einfach nicht mal ein Drittel davon, was ich dafür bezahlen müsste. Aber ist ja schon lustig. Das ist doch der letzte Kevin Hartmann Bankraub, wie der schief ging, weil der Kopf so kacke war. Und ich die Geistern einfach vor ihm erschossen habe. Das war nicht so geil, ne? Aber ich guck gerade. Ach nee, das... Wobei der SL, das ist ja auch geil, ne? Aber echt, das ist halt... Huch! 911er wäre schon nice. Ich finde, er würde auch passen zu Dingen hier. Aber 300.000 Mücken... Wenn ich den Bankraub nicht schaffe, kann ich wieder so viel zahlen, Alter. Aber ich frage mich gerade, ob es das wert wäre. Die Frage ist, ist das das wert? Ich wäre halt allein. Das heißt, die ganze Polizei fokussiert sich auf mich. Ich hab niemanden, der mich abholen könnte im Fall der Felder. Ich müsste, wenn, dann einen astreinen Plan für mich alleine müsste ich dann holen. Ja, ein Juwe gibt ja auch nicht so viel. Wenn ich jetzt einen kompletten Juwe mache, was habe ich denn dann? Da habe ich nicht so viel. Also wenn, dann muss ich eine Bank machen. Und dann werde ich aber gesucht. Und wenn, dann muss ich die Bank durchziehen, dass ich wegkomme alleine. Ich komme alleine nicht weg. Da brauche ich den perfekten Plan für. Da muss ich hier alles vorbereiten, Leute. Wenn ich das machen möchte. Lkw. Lkw, Alter. Ich fahre jetzt noch nicht 50 Stunden Lkw, wie ich mir den leisten kann. Da müsste ich, ich müsste jetzt 3 Stunden am Stück Lkw fahren und mich hochbleiben. Dann wären das 4 oder 5 Stunden am Stück Lkw, was ich mir den leisten könnte. Ich überlege gerade wirklich, um die Nationalbank zu machen. Und das alleine. Und einfach hoffen, dass ich das schaffe. Ich überlege nur schnell. Wenn mir jetzt ein Plan einfällt, wie ich das jetzt am besten anstellen könnte. Dann wäre das eigentlich möglich. Aber die Frage ist, wie mache ich es halt, ne? Ich habe auch keinen Helikopter, der mich abholen könnte. Ich habe nur Fahrzeuge. Ich habe Autos. Ich könnte ein Motorrad holen. Und das war's. Ich habe keinen Helikopter. Ich habe keinen Supersportwagen. Also mir fehlen eigentlich die Mittel. Das, das, das... Ich glaube, das, mit dem ich am meisten wegkommen könnte, wäre... ...mit einem Motorrad, glaube ich. Ich glaube, das ist die gescheiteste Idee, oder? Motorrad. Mit dem Motorrad weg. Ein paar Geiseln mitnehmen, die einpacken. Mein Bestes, das Motorrad irgendwo verstecken. Und ich fahre... Wobei, es ist die ganzen Polizisten, wenn die mehr fahren. Alle. Ich habe dann 10, 20 Kops hinter mir, Leute. Weil ich alleine fahre. Das teilt sich ja nicht auf. Das blitze ich nicht. Also macht es auch keinen Sinn, wenn ich dann damit... Ja doch, das geht aber auch nicht anders. Weil sonst habe ich 50.000 Motorrad-Cops hinter mir. Ey, das ist... Das ist so schwer. Also wenn, dann müsste ich meinen Plan einfallen lassen. Ich müsste mein Auto einstellen. Am besten. Und dann müsste ich umsteigen auf Motorrad. Und dann hätte ich die Möglichkeit, wegzukommen. Anders, glaube ich, geht es nicht allein. Früher wäre es gegangen, aber mittlerweile geht das ja nicht mehr. Weil so viele Cops da sind. Ich fahre mal hin. Ich schaue mal schnell. Aber das wäre mal ein Plan, oder? Also wir stellen uns ein normales Auto hin. Bedenken wir was Schnelleres. Dass die Cops erstmal nicht denken, ah, okay. Der hat nicht mehr. Ich stelle es hier vorne vor die Tür. Oder, andere Idee. Wir klauen uns ein Auto. Supersportler, den klauen wir uns. Stellen vor die Tür. Und fahren dann mit diesem Auto zum Motorrad. Steigen dort um und zack, sind wir weg. Wow, aber das wird so heftig. Ey, das wäre so heftig, wenn ich das schaffen würde, ne? Alleine. Und dann müsste ich um die 800.000 Dollar haben, oder so. Wenn ich das schaffe. Alleine. Ich habe schon lange nicht mein Bankeraub allein durchgezogen, ne? Das wäre so heftig, wenn ich das mache, Alter. Das wäre so krass, ne? Schau, Polizei guckt schon. Was ich hier mache. Komm, ich lasse mir mal ein Tattoo stecken. Du so, als wäre ich hier wegen dem Tattoo. Also, jetzt lässt man keine Dinge ohne. Boah, ist ja so geil, ne? Dann hätten wir so um die... Ja, um 800.000 Dollar müssten wir haben, wenn wir alles verkauft bekommen. 800.000, ey. Dann kann ich mir alles leisten, Alter. Alles. Also, das kann ich... Ich kann sowas halt nur mit Kevin machen. Außer doch, mit Dingen haben wir es auch schon mal gemacht. Aber mit Kevin ist das halt lustig, weil ich halt alleine bin. Ich kann das ganze Geld für mich haben. Alles. Aber ich glaube, das mit dem Motorrad ist das Einzige, was halt wirklich legit Sinn macht, so. Also, ich wüsste nicht. Oder habt ihr ne... Also, jetzt sagen euch, aber ich glaube, es gibt keine bessere Idee aus dem Motorrad. Es gibt keine bessere Idee. Und wir malen uns einfach an. Hat ihr die 5 Sterne? Was steht hier? Animals steht hier drauf. Gibt es ein Tattoo von der Draco oder Teufel? Das wäre auch geil. Wir sind heute der Teufel. Ne, mal gucken. Was gibt es noch alles hier? Okay. Äh. Oh, das brauchen wir. So ein bisschen wie ein Monster mit der Rolex-Uhr, ne? Ein Kuss. An den Ausschalter. Ne, das fand ich schon cool, dass das blatt wird passen. Wanted. Wäre auch geil. Ja, Boot, Helikopter. Leute, Boot ist jetzt immer schiefgegangen. Boot, vergesst es, Alter. Boot ist bis jetzt immer schiefgegangen. Helikopter kann ich mir nicht leisten. Müsste ich klauen. Wo kriege ich einen geklauten Helikopter her? Dann dupliziert sich der Helikopter, ist der weg. Soll ich ein cooles Tattoo, ne? Ich finde, das passt zu Kevin. Soll ich mir schon mitgeschnappt wurde mit dem Zeug, passt das schon. Fallschirm, ja, aber Fallschirm wo? Und dann wohin? Das ganze Bedivität im Her sein. Also mein Plan wäre jetzt erstmal Auto klauen. Mit dem Auto und Geisel suchen. Mindestens, ach, kacke. Ja, es fängt mit mir schon wieder geil an. Ich bin nicht angeschnallt gewesen. Ja, super. Wenn jetzt nur mit 5 Kamera passiert. Ne, äh, also. Komischerweise passiert das in letzter Zeit öfters, ne? Aber mit Kevin fast immer. Ne, lass mich überlegen. Also das würde das... Oder wir gehen jetzt quasi nur verspielen. Ne, das machen wir nicht. Ne, aber. Fallschirm ist halt auch doof, weil ich klatsche halt irgendwo auf. Oder ich fliege wohin und dann ist da nichts. Oder ich stelle doch was hin. Hey, wait a second. Ich hätte sogar eine Idee. Was wäre... Was wäre... Oh, da ist was los. Wenn ich irgendwo ein Motorrad hinstelle und mit dem Fallschirm zum Motorrad springe. Aber dann muss ich das auch schaffen, ne? Dass ich zum Motorrad komme. Das ist das Ding, ne? Und vor allem dann fahre ich mit dem Auto, steige aus. Dann habe ich die Problematik, dass ich getasert werden könnte beim Aussteigen. Dann macht es eigentlich... Es macht eigentlich keinen Sinn, den Fallschirm mit einzubauen. Es macht keinen Sinn. Wenn ich das Fallschirm mit einbaue, habe ich doppelte Möglichkeit getasert zu werden. Einmal, wo ich auf dem Hausdach oder so gehe, dass ich springen kann erstens. Da können die schon getasert werden und dann bin ich mit dem Fallschirm lande. Sehen ja die Cops, wo ich hinfliege. Weil das ist ja... Sehen das ja dann. Das ist halt auch doof, ne? Aber ich glaube, ich mache den Plan so. So, ich nehme ein Auto, ein geklautes. Muss nicht... Kann ein Supersportler sein, kann auch sportlich sein. Das klaue ich mir. Aber da habe ich Dietrich dabei. Natürlich nicht. Na, Retour Dietrich kaufen. Dann hol ich mir den Hacker-Laptop-Eastron dran. Genau, ich knack das Auto auf. Nehme dann mit Geiseln mit. Fahre dann zur Bank. Ah, ne, stellt zuerst ein Motorrad irgendwo hin. Mach dann die Bank. Fahr mit dem Auto zum Motorrad. Steig dort aus. Hoffe, dass ich nicht getasert werde. Ich steige unten und flüchte mit dem Motorrad. Ich glaube, das ist ein guter Plan, oder? Das ist ein Kackplan. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt glaube ich, der beste Plan. Mit dem Motorrad muss ich dann irgendwo langfahren. Wisst ihr was? Ich suche dann einfach... Ich suche dann einfach einen Spot, wo ich dem Motorrad durchpasse. Und wo die Cops einfach nicht mehr durchpassen. Wisst ihr, was ich meine? So einen Spot suche ich mir noch. Und dann fahre ich da durch. Dann habe ich die ganzen Cops wieder dabei los. Und kann damit abhauen. Auf Ehre. Ich glaube, das mache ich so. Ich glaube, das wird so gemacht. Boah, das wird so in die Host gehen, ne? Aber ich habe so Bock drauf. Bisschen lang das Herz, dass ich das allein durchgezogen habe. Ah, es wird geil. Lion High kenne ich noch. Jawohl. Dankeschön für 2.40 und Frosty. Danke fürs Wittbären. Mach bitte. Bago, kennst du mich? Du kennst mich? Lowling Finn kenne ich noch. Jawohl. Dieses kleiner Finger hikes du und hab schon leichts mehr donated. Hoffe, du kennst mich noch. Du grüßt aus Niederösterreich. Dieses kleiner Finger kenne ich noch. Jawohl. Felix habe ich vorgelesen vorhin. Jawohl. Was habe ich vorgelesen? Fabian, hey. Kevin zum Kartell. Oh, nee, bitte nicht. Mit Kevin finde ich es so geil, dass ich alleine bin. Dass ich mit Kevin einfach so ein bisschen um den Block ziehen kann. Weißt du? Aber ich kaufe jetzt das mal ein. Ich brauche Termin, brauche ich. Ich brauche den Hacker-Laptop. Oh, das wird so viel Geld kosten. Ey, wenn das schief geht, ist mein ganzes Geld weg. Aber ich glaube, ich gehe auf High Risk. Alter, ich könnte 800.000 Dollar machen. Auf einen Schlag, Leute. Dann habe ich nie wieder Geldprobleme mit Kevin. Nie wieder Geldprobleme. Also für das Erste. Für das Erste hat er ein Kevin ausgesagt. Dann können wir sogar ein Haus kaufen, theoretisch. So, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Also ich habe noch, wie viel habe ich noch? Ja, ich glaube, ich könnte mir dann die Verfahrenskosten gar nicht mehr zahlen. Egal. Egal. So, schon mal. Also, ich brauche Waffen, Taschenlampe. Ich nehme einen Fallschirm, den ich trotzdem mit. Ich weiß, dass ich ihn brauchen sollte. Kostet zwar viel, aber ich brauche ihn. Ja. Ich habe gesagt, ich gehe niemals mit Fallschirm aus dem Haus. Dann. Termin, Alter. Das kostet 9.000 Dollar. Kaufen. Ist gekauft. Jetzt brauche ich noch einen Hacker-Laptop. Und dann bin ich ready für den Stuff, den ich heute vorhabe. Da brauche ich noch die drei Stück. Dann klaue ich mir ein Auto. Wobei wäre es einfacher, zuerst das Motorrad irgendwo hin zu platzieren. Und dann das Auto zu klauen. Macht mehr Sinn. Ja. Ich werde mir dann einen Spot raussuchen. Wo ich mich mit dem Auto hinstellen kann. Die Cops nicht weiter rein können. Ist das was ich meine? Dann blockiere ich die Cops eigentlich. Die kommen nicht dorthin, wo ich hinfahre. Also, wo ich hinlaufe. Da können wir mich auch nicht tasern. Dann kann ich einfach mit dem Motorrad abhauen. Das ist eine geile Idee eigentlich. Das ist eine richtig geile Idee. Ich glaube, ich schaffe das sogar. Wenn ich das richtig durchziehe. Das ist richtig plan, kriege ich das jetzt richtig schnell hin. Prüren wir mal das. Leute. Wärt heute auch Bock, dass ich komme mit Alone. Mit Kevin im Bankraub mache. Einmal bitte den Like da lassen. Hau mal raus hier. Mach mal einen fetten, fetten Like halt mal raus. Yes. Haut da auf, Like-Butte. So, jetzt fahre ich erst mal den... Aber wobei Dietrich gibt es ja nicht mehr da oben. Ach komm, ich habe ja voll vergessen. Dietrich ist ja unten. Auch beim Schwarzmarkt unten. Ja gut, ich fahre jetzt gegen die Eimer und kack drauf. Wird gerade zum alten Schlossgeschäft fahren. Das ist aber ja gar nicht mehr da. Egal. Ha, das wird lustig. Oh, Tank ist gleich leer. Muss ich tanken fahren. Ich habe keinen Plan, was der Laptop kostet. Kann natürlich sein, dass das jetzt sauviel kostet. Oh, 10.000, Alter. Oh, Handschellen brauche ich ja auch. Stimmt. Auch Handschellen brauche ich drei Stück. Könnte ich drei Leute mitnehmen. Auto Dietrich gibt es auch hier, genau. Und den Hacker-Laptop brauche ich. Und dann die Augenbinden. Könnte ich noch machen, aber brauche ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich dumm. Gut, ich habe alles. Wobei, wisst ihr was? Falls wir mehr brauchen, ich tue ein paar Dings hinten rein. Ein paar Handschellen. Kann immer sein, dass wir Handschellen brauchen können. Man weiß ja nie, ob wir irgendwie noch mal ein paar brauchen. So, passt. Dann habe ich die gleich im Auto drin. Gut, dann habe ich das alles besorgt, was ich brauche. Jetzt muss ich tanken fahren. Motorrad rausholen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Motorrad habe. Ich probiere es einfach. Und dann geht es los. Jetzt gehen wir mal Spot suchen für das Motorrad. Das abstellen. Oh, Werkzeugkasten wäre vielleicht auch ganz hilfreich. Habe ich einen Werkzeugkasten? Natürlich nicht. Dann mache ich halt ohne. Passt schon. Ich sage euch, das wird richtig geil. Wenn das funktioniert, der Plan, dann wäre das richtig lustig. Zockst du GTA 6, wenn es rauskommt? Ich würde es nicht mal angreifen. Natürlich würde ich zocken. Hallo. Oh, nö, mein Auto. Dann fangen wir noch rüber. Dann muss ich noch mal reingehen. Ein paar Schlüsselchen müssen wir noch holen. Ich hoffe, wir haben es... Ja, die Schlüssel waren immer an der Tankstelle. Oder haben wir die zum Walmart versetzt? Ich weiß nämlich gerade nicht. Ach, Fahrrad, Bruder. Na, geh schon. Zapfsäule, bitte. Bitte, Zapfsäule. Geht doch. Ah, jetzt. Zappsäule geht. Er hat keinen Bock auf mich. Ich frage mich warum. Ich tue auch gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Ronny Friedrich, sei doch ehrlich. Du standest mit dem Fuß am WLAN-Kabel. Danke für die Unterhaltung, Elma. Vortex. Für die Wärmeleitpaste. Dankeschön, Vortex. Für ganze 5 Euro Herbstgang zu Hause. Ich weiß aber nicht, ob die schon kaputt ist. BMW Nummer 1 ist gut. Das Kennzeichen gefällt mir. Schön. Danke. Das müssen wir hier haben, ne? Weil wir wegflext. Ja, Handschellen-Schlüssel gibt es hier. Damit haben wir dann auch 3 Stück in den Kofferraum mit. Die kostet doch nur 1 Dollar, ne? Ist geil. Ich meine, Leute kennt das nicht an der Tankstelle, wenn ihr einfach auch noch Handschellen-Schlüssel fragt. Also, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst sagen, geht auf zu eurer nächsten Tankstelle und fragt, ob wir ein paar Handschellen-Schlüssel von ihr kaufen können. Die Handschellen-Schlüssel, genau. Die Handschellen-Schlüssel, bitte. Einmal bitte 3 Handschellen-Schlüssel. Ja, so, jetzt machen wir mal rummellos auf, jetzt wo ich hier bin. Wetten mit... Ja, natürlich gewinne ich wieder mit ihm. Natürlich, die Ananas hat gewonnen. Weißt du, mit ihm gewinne ich immer. Das gibt es doch gar nicht. Nochmal ein Taui, guck. Ja, nochmal gewonnen. Natürlich. Wie realistisch. Und mit allen anderen verliere ich ja immer. So, Wasser trinken, trinken mitnehmen, essen mitnehmen, können wir gebrauchen heute. Wenn der Raub vollzogen wird. Wichtig, unrichtig. Tierfutter brauchen wir nicht. So. Jetzt nur noch rauf aufs Gas und das Motorrad holen, wenn ich eins habe. Ich weiß es, ich weiß nicht, ob ich... Aber ich habe ja einen Führerschein gemacht. Ich müsste theoretisch ein Motorrad haben. Also, rein theoretisch müsste irgendwo eins rumstehen. So, Sebastian E07 mit 5 Euro und Fies. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Ein Caputo-Cino. Bitte behalten Sie Ihre schlechten Witze zu Hause. So, Johnny, Feuer XT15 und Hannes und Wipp geworden. Danke dafür. Vielen, vielen Reiz, Damen. Das ist auch alles vorkläsig. Genau, Sunny E07 ist auch in dem Start. Genau, wenn ich wieder live dabei sein kann. Auf und ganz viel Dankeschön. Sunny auch schon so lange am Start, ne? Finn oder so. Kenne ich auch noch. Dankeschön, Xana. Verkauf einen deiner Autos am Autoflohmarkt. Ja, so, wenn ich jetzt den Raub vollziehe, muss ich nichts verkaufen. Xana, da kann ich jetzt einfach durchziehen. Dann haben wir genug Geld für alles. Wenn das klappt. Wenn du durchkönst dich beeindrucken kannst, dann verwirre. Plan für Bankraub. Ich sollte die Leute verwirren, oder was? Ein Autoflohmarkt im alten Grundstück abstellen und dann ab und ins im Märchenwald. Ja, nur weißt du, was im Märchenwald mit dem Motorrad oft passiert? Das traue ich mir nicht. Wenn du im Märchenwald mit dem Motorrad fährst und du fährst einfach gegen so einen Stein oder so einen Stock, ne? Ach komm. Dann kann es schnell passieren, dass du auf die Fresse fährst und das Motorrad dann anfängt zu rauchen. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Und im Wald ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, höher, als wenn ich das in der Stadt mache. Aus dem Grund besser in der Stadt eigentlich abstellen. Oh, eh, ich hinter mir herpasst. Ich dachte, das ist hinter mir her. Ja, das ist gerade eine Verfolgung laufen. Das ist ja der Pagani. Oh, BNB-Treff. Ah, ne, weiße Auto treffe es hier. So, dann lasse ich die nicht mal stehen, weil sonst muss ich die Einpackungen bezahlen, die sehr teuer sind. Dann gucken wir mal, wo ich das Motorrad abstelle. Gucken wir mal, ob ich überhaupt eins habe. Ich müsste aber eine Supermoto haben, kam mir vor. Ne, ich habe gar keine. Guck, ich habe die hier. Ja, was? Alter, was war denn das? Alter Schwede. Wobei, die ist relativ, dieser Kurve gut, ne? Kein Kennzeichen dran. Jetzt habe ich uns dran. Das ist die, die in der Kurve gut fährt. Ich müsste die mal ausfahren, ob die jetzt besser fährt als damals. Also ich schaue mal, ob die getunt ist auch, ne? Weiß auch nicht, ob ich die angemeldet habe. Geht mich gerade nicht richtig, ich werde die Verfolgung mal belaufen. Jetzt habe ich jetzt gedacht, ihr habt so Straßenmotorrad in der Stadt dann und damit abziehen. Mal gucken, ist da alles verbaut. Also ist alles verbaut, ne? Ja, alles was geht, habe ich daran gemacht. Wie konnte ich mir das leisten? Wie konnte ich mir das leisten, Alter? Das Ding ist ja voll teuer gewesen mit dem Tuning. Ja, mal gucken, ob der gut fährt. Wenn nicht, dann holen wir die andere oder ich kaufe halt eine Offroader. Aber ich bin mal unsicher, ob ich die haben möchte. Boah, die wäre halt in der Stadt schon mächtig, ne? Also da legst du halt richtig in der Kurve drin. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob mir das Handy gefällt oder nicht. Bin mir gerade sehr unsicher. War ich ein Helm eigentlich? Freddy, ihr Furcht bestellt? Ja. Ja, das ist immer ein geiler Helm. Damit fahre ich. Bin gerade eh alle beschäftigt hier. Mal gucken, wie stelle ich damit fahre. Wer hat ihre 300? Ja, die fährt ihre 300. Aber easy. Boah, die ist jetzt schnell. 37, 39. Ja, also langsam ist es nicht, aber ich bin mir unsicher. Bin verunsichert. Vielleicht ist das wie Fah, die Kiste. Was ist denn so mit die andere? Also, die Yamaha R6. Ja, ich weiß nicht. Also entweder die hier, oh, guck mal hier. Upsi. Da wird wieder was gebaut. Oh, stimmt. Eine Nossflasche wäre geil, ne? Ich habe aber keine. Eine Nossflasche zur Sicherheit wäre noch super. Fahre mal auf dem Motorrad wäre das fies. Aber ey, auf dem Motorrad Noss einbauen, du bist halt so schnell irgendwo drin. Das ist halt auch heftig, wenn du das durchziehst, ne? Aber die Notfall-Nossflasche, aber dann verunfall dich irgendwo mit dem Motorrad oder war es das? Oh, ne, Polizei bitte nicht. Oh, der dreht, der dreht, der dreht. Ich glaube, ich bin gleich im Poppes. Oh, das Ding hat Blinker. Guck mal. Das Ding hat Blinker. Oh, das Ding hat Blinker. Oh, das Ding hat Blinker. Oh, das Ding hat Blinker. Ich weiß jetzt nicht, ob der mich verfolgen will oder so. Ich habe das Gefühl, der will nicht. Ah, will er nicht. Guck mal. Ist halt wirklich aus wie ein Freddy auf Wusch gerade. Ich frage mal, ob der Motorradfahrer ist. Guten Tag. Moin, moin. Warte, wem gehört das rote Motorrad da? Der ist da. Die Ducati, das meine. Wie schnell fährt die? Es kommt drauf an, so normal so circa 300. Und wenn du ein bisschen auf Hinterrad fährst und das tut balancieren kannst, kommst du auch mal schnell auf 350, 360. Du fährst mich gerade, oder? Nein, das war mir ernst. Kann ich Probe fahren? Ach doch. Ja, im Austausch kannst du meine fahren, Bruder, wenn du meine brauchst. Ja, die habe ich auch. Ach so, ja gut, dann brauchst du nicht. Ja, weil ich wollte mal probieren, welche gut du es weißt. Ich bin gleich wieder da. Also, ich fand, was du meine. Ich bin gleich wieder hier. Er sagt, 350. Also, wenn er so sagt. Alter, die fährt sich geil. Huch. Er meinte gerade, die fährt 350 mit Hinterachse. Er labert doch nur, oder? Okay, die fährt jetzt schon. Alter, okay, nee, der labert nicht. Die fährt wirklich 350. Alter! Okay, die ist sehr schnell. Also, die ist halt wirklich schnell, schnell ist die. Also, ich hatte so ein Hinterrad, dass... Okay, die fährt wirklich 350 mit viel Glück, aber trotzdem... Ey, ich glaube, die traue ich mich nicht mehr. Die ist mir zu viel. Das ist mir zu schnell. Das ist mir zu schnell. Ey, ich kack mir in die Horst. Ich bin fast in das Schild gerade mit 300 reingerasselt. Alter. Huch. Das ist so ein Kopfloser hier irgendwo von mir auf. Ploppt, er bin ich tot. Oh, oh. Nein! Ah, 149, ne? Gut. Ich habe hier so viel Geld. Das Blitzen kann ich mir nicht leisten. Weil das Ding ist halt echt schnell, ne? Aber das Handling ist jetzt nicht so der Brüller. Aber doch, guck mal, wie schnell die auf 300 kommt. Da ziehst du ein paar Mal an. Aber das Handling hier, wenn du hier fährst. Aber wobei, es geht. Und ein bisschen abbremst. Doch, das ist nicht schlecht. Aber es ist nicht schlecht, das Ding. Also wirklich jetzt. Ich bin gerade begeistert. Pah, das ist halt echt schnell, Alter. Fast auf Schnauze klär ich mit der Kiste. Ja, ja. Ist gut, ist gut. Also fährt wirklich gut. Danke, Bruder. Kein Ding. Aber dann ist die langsamer, oder? Die hier. Die neue. Ja, ja. Die ist leider langsamer, ja. Ja, Bruder, was ist das beste Motorrad vom Handling her? Und so von der Geschwindigkeit? Was sagst du so? Das hier. Das ist da wirklich so cool. Definitiv, ja. Was kommt für's? Würde ich sagen, die neue BMW, die 1000 R, die würde ich dann danach sagen. Wie viel schnell zieht die BMW? Hm, nur 300, 310, nur Glück. Okay, aber die verdaufte. Aber ansonsten so gerade Strecke, ohne Hinterrad, so 280, 92. Na gut, so bist du. Ja gut, danke, Jungs. Die alte Ducati kann ich dir noch ans Herz legen, die ist sehr günstig. Bruder, ich bin fast in Schild gefahren, wenn die so schnell war. Ich bin fast ausgerutscht, bitte. Ja, da muss man gut hinfährst, sonst ist es doof. Da muss man aufpassen, ja. Oh, danke. Schöne Erfolg. Und halt deinen Hut fest, nicht, dass er wegfliegt. Ne, ich halte ihn fest während der Fahrt. Aber da habe ich meine, guck mal, da habe ich meine, äh, ich spinne den immer zu, mit Maske, guck, dann bin ich da so zu. Ah ja, gute Idee. Dann fliegt nie weg. Gut. Schönen Abend. Ebenfalls, tschüss. Alter, das ist halt schon, oh, die verfolgen ja immer noch. Ich fühle mich hier nicht gerade sehr safe. Aber ey, die Ducati ging richtig ab. Aber wir haben gehört, er meinte, das schnellste und beste Motorrad ist die Ducati, die, die alte. Also vom Handlinger ist das Ding hier echt nicht so gut. Das ist die, ne, das ist die Ducati besser. Das wirkt nur so. Die Ducati fährt viel besser um die Kurven. Als das Teil hier. Alter, ja, das ist der, ne. Also Ducati viel besser. Die, die alte. Die neue hier ist ein bisschen komisch. Will ich mich einpacken und guckt mir so komisch. Ja, dann change ich das Ding mal. Ich schaue mal, was diese Ducati kosten würde. Jetzt glaube ich, sie hat gerade so eine PMB ausgepackt. Unter die Yamaha. Mit der fahre ich ja sonst immer, mit der Yamaha. Die fährt sich halt in der Kurve geiler, ne. Ja, wobei, nevermind, die fährt sich kacke in der Kurve. Hä, warum fahre ich denn die immer? Die fährt sich ja richtig beschissen, Alter. Aber wenn man da sogar einen Wheelie ziehen kann, deshalb vielleicht, ja. Der zieht so geil Wheelie. Und die sieht auch geil aus, finde ich. Aber ja, dann. Ich glaube, ich hol mal die alte Ducati da. Ich fahre mal schnell hin mit dem Skateboard. Und ich gucke mal, was die kostet. Weil die wäre so ein Skyfilmplan. Entweder ich hole mal eine Enduro oder eine Ducati. Eins und bein hole ich. Bringst du mir mal bitte mal Diamanten mit? Kann ich dir, mach Calvin. Bring ich dir gerne mit Calvin wieder am Start. Kim Biltz, sie Dankeschön für 240. Servus, was geht mit dir am Start? Alles ist beinahe cool. Und danke fürs SIP-Wärm. Fast ein Wunder. Das ist mir auch vorgegeben. Das ist mir auch vorgegeben. Das kostet wieder mit 1 Euro. Dankeschön. Da habe ich alles vorgelesen gerade, ne? Ich hoffe. Ja. Jetzt ist kein guter Zeitpunktanzeige zu schalten, liebes YouTube. Wie kostet die Ducati? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Wenn es zu teuer ist, kaufe ich sie mir eh nicht. Wenn es zu teuer ist, kaufe ich mir die Enduro. Kaufe ich mir so eine... Also Supermoto in dem Fall, ne? Weil wir haben ja keine Enduros mehr. Oder haben wir eine Enduro? Ich muss mal gucken. Lass mich mal schauen. Oh, die Sirenen, Alter. Das ist eine richtig fette Verfolgung gerade am Laufen. Also, wir schauen mal unter Motorrad. Was uns das kosten würde, wenn wir die Ducati kaufen? Also, er meinte, die BMW ist noch gut vom Handling her. Die S1000. Die kosten 7K nur. What? Ey, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen, schaut mal. Wir machen jetzt Abstimmung. Ducati oder... Oder KTM EXC für 6000. Die kosten circa gleich viel. Wir machen jetzt eine Abstimmung, okay? Und mit dem flüchten wir heute. Ihr dürft jetzt aussuchen, mit was für einem Fahrzeug ich heute den Bankraub mache, okay? Bedenkt, mit der Ducati kann ich nur auf der Straße fahren. Mit der Enduro kann ich fahren, wo ich will. Also, mit der Enduro ist es theoretisch einfacher, dass wir das schaffen. Aber ich starte jetzt eine Umfrage. Welches Motorrad soll ich für den Bankraub kaufen? Einmal haben wir hier die Ducati. Oder die KTM EXC. Und wir machen jetzt eine Fragerunde, okay? Ihr könnt jetzt abstimmen. Ich werde jetzt auf Toilette gehen, werde da schnell pissen gehen. Und wenn ich zurück bin, will ich eine Abstimmung haben. Hab ich nicht verstanden. Und die 5000 Likes, die da geknackt haben. So, nee, was? So, also, das stimmt jetzt ab, Leute. Warte, ich tu nochmal zurück auf die KTM. Also, hier, KTM oder Ducati. Hier, dieses Ding hier. Ich komme auf die KTM zurück. So, bin ich nicht wieder da, Leute. Wenn ich zurück bin, haben wir eine Abstimmung. Ich komme auf die KTM. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eins und Zwei. Ich hab alles angemeldet eigentlich, ne? Ja, auch das andere Bike hab ich angemeldet. In einem Dreier hab ich dich angemeldet, in die 46. Komisch. Es ist komisch. Ey, Doktor Ernsthaft mit 20 Euro? Wette, um noch mal 20 Euro, du versemmelst das heute. Das heißt, wenn ich das nicht versemmel kriege, um mal 20 Euro. Von Doktor Ernsthaft, ja, umso besser. Alter, viel mehr als ich reiße, lass es mal regnen. Einmal einen Geldregen, die 20er Scheintchen. Die sollten 20 Scheinchen sein. Ne, keiner hat wieviel Scheinchen da durchfliegen, könnt ihr mal ausrechnen. Kann irgendwer gucken, wieviel Dollar da rumfliegen im Money Rain? Wäre mal gut zu wissen. Dann weiß ich genau den Betrag, weil ich das abspielen kann. Und nochmal tanken gehen. Dann brauchen wir noch ein schönes Outfit, dann stellen wir das Ding gleich wohin. Und dann, ja. Gucken wir mal, ich würd mal sagen, nicht zu weit weg stellen das Teil. Und am besten so hinstellen, dass nur wir ans Motorrad kommen. Wisst ihr was ich meine? Also wir können ans Motorrad und die anderen nicht. Und die Cops werden dann zugebaut. Das ist mein Plan heute. Damit mach ich es mir ja sehr einfach. Was ist mit R1? Ja, kein Problem, R1. Die haben wir schnell weg. Vor allem mit dem Motorrad haben wir die schnell weg. Da stell ich sie einmal wo unter. Und das Ding ist weg. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich da einen Spot finde, wo ich das Ding hinstellen kann. Alter. Äh. Das Riesel News Gebäude brennt. Yes, das brennt. Feuer wäre eh schon da. Gut. Guck mal hier vielleicht. Wobei hier würde ich mich einbauen. Das wär dumm. Hier würde ich mich auch einbauen. Wäre dumm. Ähm. Ja, das ist sehr dumm hier. Ein sehr dummer Platz für sowas. Das wär wieder wo ich einen Sackers fahren würde. Guck mal da vorne. Ich muss halt irgendwo zustellen und dann rausfahren können. Aber das ist nur das hier's blöd. Ja, ich find schon einen Spot, Leute. Ich geb das schon hin. Wer suchet, der findet, wer drauf tritt, verschwindet. Ein ganz lustiges Spiel ist das. Ne, jetzt wirklich. Ich such mal. Maybe hier. Ne, zu groß. Da kann ich nicht zubauen. Da kann ich nicht zubauen. Das geht nicht. Ich brauch so eine kleine Seitengasse. Wisst ihr, was ich meine? Wo ich reinfangen kann? Und die Cops einfach nicht vorbei können. Schon mal sowas hier in der Art, ne? Ist was ich meine? Dann stellt man sich das Auto so hin. So quer. Steigt links aus und kann zum Motorrad rennen. Das meine ich halt, ne? Das ist der Plan. Dann fährst du hier durch und bist weg. Aber die fahren halt einmal außen rum und sind da. Da müssen wir gucken, dass wir eine Straße auch finden, die etwas breiter ist, ne? Also weiter weg ist von der anderen Straße. Aber das wäre mein Plan für heute. Da fliegt was. Jetzt nur gucken, dass das auch hinhaut, so wie ich mir vorstelle. Und dann haben wir's. Oh, vielleicht hier. Wartet mal. Wenn ich hier den Karren hinstelle. Bleib hier stehen. Steige aus. Fahre dann hier mit der... Hier durch. Fahre dann hier weiter. Oh, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Fahre hier weiter. Könnte dann hier vielleicht um die Ecke biegen. Und mich dann vielleicht hier hinten verstecken. Oder ist das... Ne, das ist zu auffällig hier. Ne, ich suche nämlich, dass ich mich direkt irgendwo verstecken könnte. Wisst ihr, was ich meine? So direkt weg. So puff, weg vom Fenster. Ich werde jetzt genau diesen Plan verfolgen, dass ich das hier auch alles nachfahren kann. Oh ne, warte, 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 warte. Das ist wirklich gut. Dann fahre ich hier weiter. Hier hoch. Oh, der ist gut, der Weg. Der ist... Oh, ist der gut. Ach du Kacke. Okay, der ist richtig gut. Und hier? Okay, ich glaube, das ist er. Das ist der Weg. Da kommt auch kein Cop hinterher. Hier fahre ich dann wieder runter. Dann kann ich nämlich... Entweder ich kann hier runterfahren. Oder ich fahre hier weiter. Oder... Meine Idee wäre vielleicht hier runter zu Gurken. Weil wenn wir die R1 hinten drauf haben, dann könnte ich hier nochmal rein irgendwie. Dann kann man die Garage öffnen. Oh, das wäre krass. Ne, kann man nicht. Muss auch... Ich muss auch die R1 mit bedenken. Oder ich fahre dann hier... Hier so runter. Aber der Plan ist gut. Der ist richtig gut. Das ist richtig geil. Ich muss noch ein Auto haben, das groß genug ist, dass ich das hier zuparken kann vorne. Und vielleicht ein bisschen... Dass die mich wegschieben damit. Aber das wäre schon... Oder vielleicht hier gleich zuparken. Hier zubauen. Und hier fahre ich weg. Oder ist das... Wobei wäre hier besser, weil die R1 dann nicht sieht, wo ich bin, ne? Die R1 sieht erstmal hier nur das von oben. Oder... Wait, 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 wait. Was ist das, wenn ich hier irgendwie... Oh ne, hier geht's nicht weiter. Schade. Ich... Wir wären mir lieber, wenn ich was schmaleres hätte, wo ich das Ding vorstellen kann. Ich bräuchte eine schmalere Gasse. Aber bis jetzt ist das der geilste Plan hier. Also ich fahre hier durch. Ja, die Gasse hier würde auch gehen, aber da kann ich mich nicht querstehen. Ich brauche irgendwas, wo ich so quer ranfahren kann. Ist ja so direkt... Ah, mir fällt grad was auf. Ähm... Na, wobei... Das ist egal. Sie dürfen ja nur nicht reinfahren, die Cops. Ich lass sie mir ja immer volle Kalle reinfahren, nicht aussteige. Wobei die Cops dann erstmal zurücklegen, weil sie denken, ich werde schießen. Stimmt. Die Cops dann erstmal... Die Retourgang einlegen, weil sie zuerst denken, ich schieße. Aber hier ist auch geil, die könnte ich direkt hier an die Kante... Das Motorrad halt hinstellen, ne? Wenn ich hier rauslaufe. Die würden das Motorrad dann hier nicht sehen. Also hier sieht man das Motorrad halt gar nicht. Das ist halt auch gut. Weil du musst auch bedenken, wenn ich jetzt das Motorrad in der Gasse stelle. Die fahren dann vorbei, sehen sie es auch. Und hier sehen sie es nicht. Also bis jetzt, das ist der beste Plan. Bis jetzt. Sonst gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Was ist hier? Hier sind keine kleinen Gassen. Hier ist nur das hier, ja. Ja, ich suche halt sonst etwas, wo vielleicht die mit dem Auto gar nicht durchkommen. Das wäre ja doch besser eigentlich. Weil ich muss ja mit dem Auto theoretisch, wenn ich das hier so quer stelle, kommen sie zwar nicht durch. Aber irgendwann kommen sie durch. Schau mal, sie fahren einfach hier lang. Mit dem Auto, wenn sie durch passen. Da passen sie durch, oder? Ah ne, hier passen sie nicht durch. Ne, da passen sie nicht durch. Sonst vielleicht hier quer stellen. Ne, wobei muss ich hier anfahren. Vielleicht in die andere Richtung. Schaut mal hier. Mit dem Auto. Hier zwischen fahren. Ist zwar ein bisschen risky, aber hier zwischen fahren. Hier das Motorrad. Aber dann steigen sie hier aus und tasern mich hier weg. Das ist auch kacke. Ne, vergiss das. Vergiss das mal ganz schnell. Ja, so einen Plan zu finden ist nicht so easy, ne. Finde den perfekten Fluchtweg. Bis jetzt bin ich den, den ich vorhin hatte, ganz gut. Ich glaube, den könnte ich auch relativ easy umsetzen. Wobei, was ist, wenn ich hier mache? Guckt mal hier. Ah ne, hier ist eine Treppe hoch. Da kann ich nicht. Ach kacke. Da kann ich nicht. Geht nicht. Geht nicht. Hier komme ich wieder raus. Ne, ist echt schwerer zu überlegen, wenn ich das mache. Aber ich probiere nochmal den Plan im Kopf durch. Also, ich fahre jetzt hier lang, ne. Ich würde am besten, würde ich von der Seite, ich komme ja von der Seite hier. Also, wir müssen bedenken, ich fahre mit dem Auto hier runter. Also, von der Seite komme ich rechts, fahre dann hier längs. Dann würde ich mich hier hinstellen, würde ich hier aussteigen. Was passieren kann, ist, dass mir Autos reinfahren und so. Dann muss ich aber, wenn ich das Ding hier versteckt habe. Müssen wir mal den Weg angucken. Dann müsste ich aber, oh der ist ja offen. Hier, guck mal, der ist offen. Die springen hier einfach rein, da springen wir das Auto. Aber die, ich glaube das geht so schnell, die checken das noch nicht mit dem Aussteigen. Dann springe ich hier drauf, fahre hier weg, fahre hier weiter. So, dann geht es hier links hoch, wo ich ein bisschen Zeit verlieren werde. Und ich könnte in der Theorie hier runter fahren, mache ich aber nicht. Das wäre dumm, weil ich komme da nicht mehr raus. Wäre aber möglich. Ich dürfte mit dem Motorrad hier runter fahren, wartet mal. Ist das vielleicht eine geile Idee, wenn ich das mache? Wenn ich hier runter fahre. Pass mal auf, ich fahre hier runter. Fällt mir gerade so ein, das wäre richtig heftig die Idee. Okay, ich fahre hier runter und dann sind da unten aber sicher wieder diese Dinge, wo ich dran vorbei muss. Und dann ist das Problem, wo ich nicht vorbeikomme. Oder haben die keine? Aber wenn die keine Kreuze haben, wäre das heftig. Ist das eine Station? Ah ne, die haben Kreuze. Wenn ich hier durch bin, ja das ist blöd. Da mache ich mein Motorrad kaputt. Da zerschreddert es mir mein Motorrad wahrscheinlich. Aber es wäre heftig. Richtig heftig. Und unten könnte ich halt nicht lang fahren, dann müsste ich da eine Offroad hinstellen. Ich meine, ich könnte, ne? Ich könnte sonst unten einen Offroader hinstellen. Wäre möglich. Unten stelle ich eine Offroad hin. Denkt dran, sie könnten durchfunken, dass ich sie auf die andere Seite stellen. Da hast du recht. Aber das könnten sie überall, also überall wo ich langfahre, könnten sie das machen. Das ist egal wo. Der Vorteil ist glaube ich, wenn ich das hier mache, ich glaube da gibt es auch einen kleinen Ausgang. Natürlich könnten sie hier zustellen, aber sie könnten, sie können nicht hier durchfahren. Hier ist es zu schmal. Das geht nicht. Hier könnten sie sich zustellen, aber ich glaube ich kann hier wieder irgendwo raus. Oder auch nicht. Okay, ne, dann bin ich hier drin gefangen. Ja, das ist halt auch das Ding. Puh. Oh, ja gut. Ich meine, aber das muss ich risken, dass ich hier nicht durch kann, ne? Also sie könnten überall zustellen. Ich müsste mal gucken. Also wenn ich hier vorne lande und hier vorne dann umsteige aufs Motorrad. Wie viel Zeit hätte ich dann, dass ich hier vorne rauskomme? Das ist halt auch die Frage, ne? Das ist halt kacke. Weil Unrecht habt ihr halt nicht. Die können ja jederzeit zustellen. Aber das ist halt überall. Egal wo ich diesen Plan mache. Sie könnten auch, wenn ich irgendwo an so einer Seitengasse das mache, könnten sie zustellen. Was ist denn das hier für ein schönes Gebäude? Das weiß ich noch nie. Ist ja voll geil hier. Sonst vielleicht. Zweite Idee. Wir suchen uns noch eine Location, wo es ein bisschen, wo der Weg ein bisschen länger ist. Wisst ihr? Ein bisschen länger noch. Was haltet ihr davon? Guck mal hier zum Beispiel. Oh, das wäre fies. Das wäre fies. Aber hier geht es wieder hoch, ne? Ey, warte mal. Wo komme ich denn hier hin, wenn ich hier runterfahre? Weil hier können sie nicht durch mit dem Auto. Wenn ich hier runterfahre... Wo geht es denn hier lang? Einweil ist nichts. Okay, danke, Bruder. Ich dachte, ich gehe hier irgendwo in so eine kleine Gasse oder sowas. Ich habe mir vor, ich stelle das Ding hier hin. Hier stelle ich es ab. Jetzt fahre ich hier durch. Boah, das wäre richtig heavy. Das wäre richtig heavy. Wie vor allem die R1 hätte Probleme. Weil hier können sie mir nichts zustellen, theoretisch. Hier brauchen sie erstmal, bis sie hochkommen. Da müssen sie hier mit dem Offroader hoch. Und hier würden sie den ersten, wenn sie verkacken, ne? Dann könnte aber der Offroader mir hier hinterher fahren. Ja, das ist halt kacke. Ne, dann kommen sie, da kommen sie dann hinterher. Ne, auch kein guter Plan. Auch nicht gut. Und hier bin ich gefangen. Hier muss ich hier vorne... Hier bin ich in der Pw gefangen, muss ich hier vorne runterfahren. Guckt. Ne. Ich suche noch eine Location, okay? Wir suchen noch eine zweite. Bis jetzt ist sie mit der Bargarage, finde ich am besten. Und jetzt hier noch diese Bargarage, könnten wir gucken, ob es hier vielleicht... Ne, da passt sie auch durch mit dem Auto. Vielleicht hat wirklich etwas, was so schmal ist, dass keiner durchpasst. Das wäre geil. Einfach suchen. Und wer suchet, der findet, ne? Wir werden die perfekte Location finden, Leute. Ich möchte heute in diesem Bankraub nichts falsch machen. Der soll wirklich geplant laufen. Der soll nicht einfach so Billepalle sein, wisst ihr? Der muss laufen. Da muss der Plan auch stimmen. Warte, gibt's nicht... Ah, hier, 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 hier. Da ist nur das Problem, hier müsste ich aussteigen. Und die sehen halt hier schon direkt, dass hier das Motorrad steht. Das Ding ist halt, ich könnte hier mit dem Motorrad langfahren. Die Treppe könnte ich nicht hochfahren, das geht nicht. Ich müsste dann... Ja, da bin ich aber hier unten, super. Da bin ich aber auch nicht viel weiter. Da bin ich hier unten. Die Kops führen dann links, rechts entlangfahren, dann kommen sie mir eh wieder entgegen. Bin ich wieder drin. Also das bringt sich gar nix hier. Kein Weg zum Langfahren. Sonst ist es im Gangviertel gucke ich nochmal. Im Gangviertel könnte es viele Abzweige geben. Oba la, perfekt. Oba la, hier vorne. Am Strand wäre auch eine Möglichkeit vielleicht. Ja, aber alter, finde mal einen Ort, wo das perfekt sich ausgeht. Alter, das ist halt echt schwer. Find das mal. Eine ganz enge Gasse, wo du halt nur durchpasst. Oh, warte, 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 warte. Hier. Ah, ne, da komme ich nirgends hin, ne? Ne, das bringt sich nichts. Auch nicht. Kompletter Schwachsinn. Vergiss es. Ah, wobei, das zieht wieder... Ja... Die Frage ist, wo komme ich hier hin, wenn ich hier runterfahre? Weil da brauchen die Cops ein bisschen länger. Oh, das könnte was Gutes sein. Das ist es, glaube ich. Warte, das könnte was sein. Da fahre ich hier längs. Komme ich hier wieder raus. Oh, das könnte es sein. Problem ist, sie kommen wieder von allen Seiten. Aber das ist halt... Ihn werde ich mal merken. Werde ich mal merken. Der ist fies. Weil das Problem ist nämlich, die können nur von rechts. Dann müsste ich nach links fahren. Oh, das ist so eine heavy Idee. Aber wenn die R1 oben ist, kann ich das vergessen. Aber ich hätte da so eine heavy Idee, wie das funktionieren könnte. Aber das ist schon mal geil. Das hier. Das wäre... Das wäre so eine Location. Da können sie nicht durch. Geht gar nicht. Außerdem mit dem Motorrad dabei. Aber sie wissen ja nicht, dass ich Motorrad fahre. Das wissen sie nicht. Solange ich mit dem Motorrad unterwegs bin, sehen sie es auch nicht. Und hier würde dann halt nur ich durchpassen. Und zack, bin ich weg. Oder ich fahre gleich hier links. Da habe ich auch was gesehen. Schau mal hier. Hier Auto einparken. Runter. Dann steht das Ding hier. Fahre ich hier runter, bin ich auch weg. Die würden hier alles zubauen, ne? Aber wie schnell brauchen die Cops, bis sie da unten sind? Schau mal, die müssen halt hier erstmal lang. Dann müssen sie sich hier lang. Und dann sehen sie... Ja, die sehen mich aber hier dann direkt. Das dauert halt auch nicht so kurz. Alter, das ist so schwer. Ich finde so einen Spot. Ich brauche irgendwas, wo so ein langer Gang runterfährt. Wisst ihr? So ein richtig langer Gang, wo du einfach runterfahren kannst. Was? Sowas suche ich. Das ist viel zu kurz hier. Viel zu kurz. Ich meine, was gehen würde... Hier sind lange Gänge, wo ich langfahren könnte. Hier so. Aber da können sie halt mit dem Auto auch lang. Das ist ein Problem. Die könnten hier mit dem Auto auch drunter und drüber fahren. Und da komme ich halt sehr schwer nur weg aus der Location hier. Ah, wobei hier wäre... Hier wäre Möglichkeit. Schaut mal, ich fahre hier mit dem Auto links, steige aus. Das wäre... Ah, wobei... Ne, da passen sie auch durch. Ne. Da könnten sie gerade noch durchpassen. Eieiei, ich finde sowas. Also wenn, dann noch Gangviertel probieren, ne? Filmgebiet. Ne, das ist auch zu... Filmgebiet ist zu klein. Vergiss ich auch mal ganz schnell. Also was ist, wenn ich hier hinten langfahre? Das wäre vielleicht was? Nein. Ein bisschen kurz das Ganze. Vielleicht hier? Ne, auch nicht. Ah, wobei doch. Doch, 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 doch. Wait a second. Aha. Das wäre fies. Das wäre auch fies. Das stelle ich hier mit dem Auto aus. Ich fahre hier runter. Könnte den Kanal entlang oder hier lang fahren. Aber da könnte ich halt auch... Boah, da könnte ich voll durchfetzen eigentlich, ne? Wäre direkt weg. Könnte. Oh, hier längs. Und dann fahre ich hier lang und dann... Ist hier irgendwas, wo man nur mit dem Motorrad lang kann? Ne. Nope. Oh, warte. Was ist hier unten? Ne. Jetzt ist auch nur eine Ausfahrt. Also, ich fahre jetzt noch mal ins Gangviertel und sonst werde ich einfach den Plan nehmen mit dem... Mit den ganzen Locations, die ich mir jetzt erstmal angeeignet habe. Jetzt weiß ich so circa, wo solche Locations sind, wo ich lang fahren kann mit dem Motorrad, wenn es sein muss. Das ist schon mal sehr gut. Oh, ja. Das ist auch eine gute Location. Hier passen sie nicht durch. Da passt kein Auto durch. Das wäre auch was. Hier. Das wäre was. Hier könnten sie durch, oder? Ah, ne. Da ist eine Treppe. Da brauchen sie auch ein bisschen... Ah, das ist aber auch gut hier. Lass uns mal hier vor. Hier ist der perfekte Spot, um vor den Kopf abzuhauen mit dem Motorrad. Perfekt aber. Den muss ich mir merken. Da fahre ich hier einmal lang mit dem Ding. Also, jetzt nicht mit dem Auto aussteigen. Ist hier ein bisschen blöd. Außer, ey, wait a second. Was ist vielleicht das Ding hier? Oh, das wäre fies. Aber die fahren mir hier alle rein. Ja, das wird so ein Chaos gehen. Die fahren mir. Und dann ist das Motorrad weg. Dann stelle ich mich halt hier hin so. Und dann würde ich hier einsteigen. Und weg wäre ich, ne. Dann fährst du hier längs. Du bist direkt weg. Dann hier. Hier, Alter. Das wäre so geil hier, ne. Dann kann ich ja hier nur hoch und so. Oh, wait, wait, wait. Hier lang. Oh, ja. Also, Leute. Da wäre ich weg. Da fahre ich hier über längs. Da wäre ich weg. Aber sowas von. Gebt euch das. Das sind alles so Gänge, wo ich langfahren könnte. Ich glaube, das ist es, oder? Das wärs. Das wärs wirklich. Da wäre ich weg, Leute. Das ist die fieseste Location bis jetzt. Die fieseste. Hier, hier rein einfach. Dann stellen wir das Auto vielleicht so ein bisschen hier hin. Dann wartet hier das Motorrad vorne. Steigen wir auf und sind weg. Aber hier sogar so ein bisschen in den Busch rein. Wisst ihr? Dann müsste ich nur mit dem Auto so ein bisschen anfahren. Und dann wäre ich hier einfach weg. Da kann mich auch keiner vorne zubauen. Das geht zu schnell. Oder passen hier Autos? Ne, da könnten Autos durchpassen. Ne, aber sobald ich hier vorne fahre, dann bin ich weg, Leute. Da können sie mich verfolgen. Aber das ist ein geiler Spot, Alter. Der ist geil. Oder was ist, wenn ich hier das... Warte, kriege ich das Motorrad hier irgendwie hoch? Dann fahre ich hier längs? Oh mein Gott. Okay, wartet, wartet, wartet. Komme ich hier irgendwo wieder raus? Okay, das ist... Das wäre noch heavier. Das wäre richtig heavy. Aber dann muss ich schnell machen. Dann muss ich schnell checken, dass ich hier rüberspringe. Aber das wäre Crank, Alter. Das wäre jetzt einfach nur noch Crank, wenn ich das mache. Das Motorrad hier hinstellen. Mit dem Auto hier längs. Dann fahre ich das Auto... Pass mal auf. Ich parke das Auto hier. So quer. Wisst ihr? So wie es hier steht. Ich fahre das Auto hier so quer rein. Steige aus, spring rüber. Hier steht das Motorrad. Und ich fahre hier weg. Durch das Ding durch. Hier durch. Dann darfst du halt nicht auf die Fresse hauen. Und dann geht es hier längs. Wisst ihr? Dann ist... Dann ist das hier hinten blockiert. Die Cops können das Motorrad hier nicht hoch bringen. Weil hier kommen sie nicht hoch. Hier ist blockiert. Komplett. Sie kommen hier nicht durch. Weil ich ja das Auto davor gestellt habe. Und ich spring hier einfach rauf. Und bin zack beim Motorrad. Ich glaube das ist es. Das ist der Plan, Leute. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier rein passe. Aber das ist es. Das ist heavy, Alter. Das ist heavy. Das mache ich. Da kann nichts schief gehen. Da kann... Da kann nichts schief gehen. Das ist der Plan. Das ist er. Ich bin weg dann. Dann bin ich weg. Dann holt mich keiner mehr. Die kommen hier nicht rein. Die müssten, damit sie mich abfangen können, bis hier hin fahren. Und bis sie da sind, fahre ich aber schon mit dem Motorrad wo ganz woanders lang. Aber das ist der Spot. Der ist richtig fies. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich eine Werkzeugkasse oder so kriege. Oder das Ding schon mal einparke. Ich parke es mal schnell ein. Oh, der fährt hier runter. Ey, das wird so geil, ne? Das ist der perfekte Plan, Alter. Das ist geil, Alter. Das ist geil. Ich parke so schnell rein. Vielleicht Taser. Ne, du, ich bin da so schnell da oben. Seien Sie, was passieren kann, dass ich so blöd bin, um rauf zu springen. Aber mit dem Taser sind sie nicht so schnell. Bis die da oben sind. Ich sitze schon auf dem Motorrad. Ich lasse das Motorrad auch offen stehen. Ich mache es gar nicht auf. Ah, wobei es wird gelockt automatisch. Stimmt, wenn ich weggehe, ist es gelockt. Kann ich gar nicht. Okay. Never mind. Aber dann, ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Die werden das noch gar nicht so checken so schnell. Oh, falsche Torrad. Perfekt. Oh, das wird saftig. Das wird eine geile Sache. Die werden sich so freuen auf mich, wenn ich das durchziehe. Die werden sich so freuen, Alter. Das wird geil. So, ziehe ich durch, Leute. Jetzt aber voll tanken. Das Ding hinstelle und dann geht es los. Wobei ich habe jetzt noch einen Kanister dabei. Dann mache ich das mit dem Kanister dort. Ich hoffe, ich finde den richtigen Spot. Nicht, dass ich jetzt da einen Scheiß zusammenfahre. Oh ne, Blitzer. Da ist nämlich gerade irgendwer reingefahren, ne? Hier. Ich tue mal so, als ob ich hier, äh, Ding kaufen würde. Schau mal, der steht da so komisch. Was steht, was stehst du da so? Ich bin doch nur in der Zulassungsstelle. Ich möchte das Ding nur zulassen lassen. Steht einer ganz komisch und guckt mich so blöd an. Guck. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt gucke ich aber, ob der weg ist, ne? Ich habe keinen Bock, dass ich da jetzt gerade, äh, dass wir da, als wer zuguckt. Na, ist er weggefahren. Gut. Den Plan darf mich keiner beobachten. Sonst ist es zu auffällig, was ich hier mache. So. Das einzige, was noch schiefgehen kann, ist R1 eigentlich. Genau, die denken, ich fahr hier durch. Ich fahr dann hier. Was steht denn da drüben für ein... Was steht denn auch da drüben, ne? Guck mal. Das ist ein Korb. Alter, ganz kurz gedacht, da steht eine Highspeed. Ganz kurz, äh, als in die Hose gerutscht. Ich dachte, das steht eine Highspeed. So, jetzt aber wirklich. Jetzt fahre ich mich hier längs, so. Also, was schiefgehen kann, wo ich mir gerade denke, das könnte kacke ausgehen, ist dieses Tor hier. Also, mich da auf die Schnauze hat. Was geil ist, das Tor geht genau richtig auf. Ich muss ja nur hier so ein bisschen antippsen, und dann bin ich hier weg, wisse. Das ist halt das Geile. Warte, ich fahr mal den Weg entlang. Also, ich fahr hier raus. Ich muss mir den Weg ein bisschen einbringen. Ich fahr hier raus. So, fahr hier rüber. Dann geht es... Dann geht es hier längs. Und zwar hier links abbiegen. Da kann ich mit Motorrad durch. Die Polizei passt hier nicht durch. Geht nicht. Fahre ich hier weiter. Zack, 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 über die Parkplätze. Könnte dann hier hochfahren. Ich glaube, hier kann ich auch noch mal irgendwo lang. Warte, gibt's hier noch irgendwo einen Weg? Dann könnte ich theoretisch, wenn ich jetzt keinen hinter mir habe und die R1 nicht da ist, könnte ich eigentlich hier parken. Schaut mal. Hier stelle ich mich rein. Guck ich das an. Hier. Und ich bin weg. Also, da findet mich niemals eine Person. Nie. Hier oben könnte ich noch... Zur Sicherheit stelle ich hier noch ein Auto hin. Dann bin ich weg. Hier stelle ich noch ein Auto hin. Zack, fertig. Hier. Parkplatz. Ganz normal am Parkplatz hinstellen. Merkt keine Sau. Das ist der Plan. Das ist es. Aber dann stelle ich hier wirklich meinen, ähm, 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 fünfstellchen oder so. Irgendwann stelle ich hier auf jeden Fall hin. Weil ich wäre... Leute, ich bin dann so schnell weg von der Bildfläche. So schnell können wir gar nicht gucken. Also, wenn ich die Cops bis dato hier nicht abgeschüttelt habe, wäre das aber trotzdem immer noch mein Ausgangspunkt. Gut. Ich mache das jetzt voll. Stelle mal hin. Holen wir das Auto. Stelle das Auto hier vorne ab. Da darf ich den Punkt hier aber nicht vergessen. Ich musste hier lang fahren. Zur Tankstelle rechts rein und dann rüber. Oh, das wird so heftig, ey. Das wird so heftig, ey. Doktor Ernsthaft. Und so plante er einst den kompletten Arm mit sensationeller Flucht. Bam. Briefkasten. Ja, stimmt. Das war, äh... Briefkästen mögen mich nicht, wenn ich flüchte mit dem Motorrad und mit dem Fahrradl. Juggalo ist auch dabei. Geiler Plan. Und zum Schluss wird das Bike geklaut. Ja. Das kann ich mir echt vorstellen, dass das passieren würde. Das wäre so mein Moment. Das wäre mein McMoment. Aber schau mal. Hier könnte man auch durchfahren. Hier oben. Den Weg hier. Ah, ne. Kann man nicht. Doch, könnte man. Könnte man auch durchfahren. Aber ich fahr ja hier. Hier komme ich raus. Da fahr ich hier lange. Naja, es ist halt... Außer ich habe die Cops hinter mir. Da könnte ich hier lang fahren. Da brauchen sie ein bisschen... so ein breites Auto. Aber der Plan steht, Leute. Das Ding wird jetzt so abgestellt. Voll getankt. Und dann wird das Hang-Zeichen noch montiert. Und dann... Aber ich darf das wieder nur im Stand, ne. Ja, wobei Extras... Ja stimmt. Kein Zeichen abbauen, nur im Stand. Es gibt einen Klassenbuch-Eintrag. So. So. Hier fast gestanden, ne. Oh, das wird geil. Ich glaube, so einen Plan habe ich noch nie gehabt. Aber für allein meine ich jetzt, ne. Na komm. Was denn los? So. Wo ich das Ding nur perfekt hinstelle, dass ich so schnell wie möglich an das Bike komme. Und ich stelle es gleich in so einer Position hin, dass ich mit dem Bike so schnell wie möglich ans Tor rauskomme. Ich glaube, das ist die perfekte Position. Was natürlich kacke wäre, wenn das Bike nicht da stehen würde. Bist du, wo ich mir gerade Sorgen mache? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen wegen dem Anti-Despawn-Skript, weil es sein könnte, dass das Bike zum einen nicht spawnt oder zu spät spawnt oder auf dem Dach oben spawnt. Das könnte passieren. Das wäre... Der Super-GAU wäre das jetzt für mich. Aber ich riskiere. Ich riskiere jetzt was. Also Bike steht. Bike ist verschlossen. Wenn ich hier mit dem Auto reinfahre, das werde ich auch nochmal testen, wenn ich hier mit dem Auto reinfahre, ob ich hier durchpasse. Aber es müsste sich ausgehen. Weißt du, ich tue so, als ich hier reinfahre, dann parke ich dann so ein bisschen quer. Die Cops sehen auch nicht, dass hier hinten ein Bike ist. Und wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, sehen sie nicht, dass ich aufs Bike steige. Und dann können sie nicht mal eine Motorrad-Unit holen, ne? Dann brauchen sie erstmal ein bisschen. Schau mal, bis hier das Auto steht. Das ist jetzt so geil, Alter. Das wird so nice. Ich hole jetzt ein Auto ab, weil ich brauche eh noch einen Fluchtwagen. Da kann nichts mehr schiefgehen jetzt. Das kann nicht mehr schiefgehen. Das ist der perfekte Einzelplan. Warum VIP-Chat, Leute? Was ist denn los im Chat? Also ich finde das jetzt alles gechillt hier. Seien Sie, was gerade nicht gechillt ist, dass die Leute VIP-Chat schreiben. Das, was ich gerade als ungechillt empfinde. Da sind keine Mods da. Ja, aber habt ihr Scheiße gelesen im Chat oder so? Der Nightbot sortiert ja auch aus. Und YouTube selbst sortiert ja auch aus. Also, äh... Weil nur, weil keine Mods da sind, taue ich nicht direkt VIP-Chat rein. Kommt drauf an, wenn der irgendwer spammt oder sowas, dann haue ich schon rein, ne? Aber ich finde bis jetzt sieht ja ganz clean aus. Also wegen Backseat-Gaming, ja mein Gott. Du, wenn die Leute Backseat-Gaming, das ist das, äh... Das, was du am häufigsten eben im Chat siehst. Das ist halt... Das nehme ich halt jetzt eh nicht so wahr, ne? Jetzt erst mal. BSG, ja. Das ist jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Backseat-Gaming ist das, was ich am meisten im Chat mal lese. Was ich jetzt nicht so krass schlimm finde. Offenweise BSG... Ja, mein Gott. Gibt Schlimmeres im Leben, hätte ich gesagt. Gibt Schlimmeres. Hä, warum ist mein 600 SL? Was ist denn mit dem los? Warum ist der nicht in die Garage? Hä? Achso, die haben wir doch nicht ausgeparkt hinten. Stimmt, da war was. Also ich würde sagen, zur, äh... Flucht... Würde ich dann fast die G-Klasse nehmen. Mit Baba... Ja genau, die keinen Tank mehr hat. Mit Baba Boss. Weil... Jetzt kommt's. Mitdenken bitte. Wenn sie dann sehen, dass ich auf dem Motorrad bin. Werden sie ein Motorrad-Unit holen. Plus, sie werden, äh... Ähm, ähm, Off-Roader holen. Äh, Off-Roader. Äh, High-Speeds holen. Und das Ding kann im Wald rein. Wisst ihr was ich mein? Der Park jetzt nicht aus, Bruder. Das Ding kann ja richtig in den Wald rein. Oh ja, that's it. Der fährt sich auch gut. Also ein bisschen auffällig. Wieso habe ich den anderen Wagen eigentlich geparkt? Ich weiß es gar nicht. Am Hauptplatz, ne? Der M5. Das ist der Sound auf die Spende. Oh, da stimmt das ja bisschen was los, klar. Oh, jetzt weiß ich nicht tanken, ich trottel. Ups. Ich wollte ja tanken. Ich muss ja raus. Ich muss tanken fahren. Ey, Leute, glaubt ihr, der Plan geht auf oder glaubt ihr, der geht in die Horse? Boah, es sind grad sauviel Leute da. 120 Leute. Das muss man da durchschaltern. Das Geile ist, es gibt keine Server-Crashes mehr. Auch gut zu wissen für euch, die Server-Crashes sind weg. Wisst ihr, was das Problem war? 5M. Ein Jahr lang, oder ein halbes Jahr war das jetzt. Ein halbes Jahr lang Crashes gehabt und 5M hat, äh, den Bug gefixt. Das war ein 5M-Problem. Mit HTTPS-Requests, die sich irgendwie aufgegangen haben und Memory-Corruption verursacht haben. Äh, wo aber die 5Mler mal gesagt haben, ja, das liegt nicht an 5M, das ist ein Angriff, der kommt von außen. Und jetzt haben wir es gefixt. Ich bin richtig happy. Keine Server-Crashes mehr. Nie mehr wieder. So. Der geht auf, ja, Chat. Der muss aufgehen. Wenn der nicht aufgeht, dann werde ich nie wieder was planen. Der Plan ist ja echt relativ gut. Soll ich schon sagen. Der ist ja, der ist ja was bei gedacht dieses Mal. Und da ist das alleinstehende Mann. Ja. Ist doch schon wahr, ne? Der Kevin braucht seine Funken. So, und jetzt stehe ich hier. Auf ganz entspannt stehe ich jetzt hier meine G-Klasse ab. Denn wenn es sein muss, haue ich mit der ab, ja. Am besten, ich packe die so ein bisschen hier so ein bisschen ein, so. Wobei das sieht sogar auffälliger auf, wenn ich die so einpacke. Ich packe sie hier so. Auf ganz entspannter Rony. Ja, die chillt da jetzt. Passt. G-Klasse auch erfolgreich hingestellt, wo sie ihn gehört. Und jetzt nur noch den Wagen holen. Dann umziehen. Wichtig. Wir brauchen einen Helm und eine Maske. Der Clou dabei ist, den Helm setze ich erst auf, wenn ich auf dem Motorrad bin. Damit sie nicht sehen, oh der trägt schon Helm, halt schon mal die Dings bereit. Das ist der Clou dahinter. Also erstmal Maske aufsetzen auf ganz entspannt. Und vielleicht, finde ich, Appearance. Ich ziehe meinen Anzug an, dass ich so aussehe, als würde ich eh nie auf dem Motorrad kommen. Weißt du, was ich meine? Anzug anziehen. Da sehe ich schon mal ein bisschen nach Geschäftsmann aus und nicht wie ein Motorradfahrer. Ich möchte keinen Hinweis geben, dass ich Motorrad fahre heute. Kein einziger Hinweis drauf. Kein Helm, kein Motorradfahreranzug, kein gar nichts. Einen schönen Anzug anziehen. Mit Krawatte und so. Eine schöne Maske drüber. Und sobald wir auf dem Bike sind, wird der Helm drüber gezogen. Und dann geht's los. Und da, wo ich das Bike jetzt hingestellt habe, unmöglich, dass sich das jetzt mehr snackt oder irgendwie abgeschleppt wird. Das Ding ist sowas von safe. Ich habe das an den Spot abgestellt, wo ich bis dato nicht mal wusste, dass er existiert. Ich war an diesem Spot in meinem ganzen Leben noch nicht. Nicht einmal. Noch nie gesehen, dass der überhaupt existiert. Aber das wird so geil jetzt. Das wird so lustig. Genau, was ich noch testen werde, ist, ich werde das Auto noch mal probieren, dort querzustellen. Dass ich keinen Fail hinhaue. Obala, ich habe meine Maske auf. Upsi. Guck mal gleich mal. Oh, meine Fenster sind wieder repariert. Guck. Das ist ja wieder wie neu der Wagen. Ah, schauen wir mal. Ja, NOS werde ich bei dem Plan nicht brauchen. Ich ziehe ihn komplett ohne NOS durch. Werde ich nicht brauchen, Leute. Wo ist da hinten eine Delle drin? Die war davor nicht drin. Irgendwann mein Auto zerdellt anscheinend. NOS ist für Weicheier. Mark Rumpel ist ein Weichei. Kevin Hartmann nicht. Das ist der große Unterschied. Rumpel das Weichei mit NOS. Oh ne, Blitzer. Ey, ich hasse Blitzer so sehr. Wieder 500 Dollar weg. Elias Plörer. Alles für den 911. Toi, 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 toi. Ja, Alter, wenn ich das habe, der 911 wird gegönnt, Leute. Aber ich weiß nicht, ob bis dahin noch ein Outdoorhender da ist. Die Outdoorhender sind sehr rar in letzter Zeit. Leider, die sind etwas ausgestorben, kann man fast sagen. Der Antl muss mehr im Outdoor-Haus pflegen. Der Antl pflegt dein Outdoor-Haus mehr. Du brauchst mehr Angestellte. OMG Elite Agent. Meine erste Spende kenne ich schon lange. Irgendwie kommt mir der Name sogar bekannt vor von dir, Bruder. Ich weiß auch nicht, warum. Weißt du, wenn ich hier vorbeifahre? Niemals. Niemals. Niemals kommt da wer drauf, dass dahinten das Ding steht. Niemals. Das siehst du von keiner Seite. Sonst nur hoffen, dass hier kein Cop oder so steht, der mich beobachtet. Ich muss mir jetzt auch nochmal die Einfahrt merken. Also die Einfahrt, wo ich rein muss, wäre... Hier vorne, ne? Hier an, an dem Schild, hier an dem... Warte, ich markiere mir das extra. Ich müsste hier rein. Das ist die Gasse, ne? Ich markiere mir das extra so. Zack, zack. Einmal zwei Punkte hier hin. Achso, die sehe ich ja nicht auf der Karte. Dann fahre ich hier rein so. Jetzt ist der Polizei hinten dran. Jetzt muss ich mit dem Fahrzeug. Jetzt stelle ich mich hier so hin. Hier quer. Steig aus. Okay, das ist ein Problem. Seht ihr? Erste Problem gefunden. Oh, ich hätte so eine geile Idee, Leute. Was ist, wenn wir vom Auto, welches wir fahren, Fluchtfahrzeug, die Tür vorne links abmachen? Dass genau das nicht passiert. Weil seht ihr, man muss das schon testen. Schau mal, ich fahre hier rein. Blockiere hier. Und dann renne ich. Oder ich mache die Tür zur Renne und bin schon weg. So schnell können die ihre Taser gar nicht zücken. So schnell wie ich das mache, Leute. So schnell können die ihre Taser gar nicht zücken. Schau mal, da passt jetzt keiner durch. Motorradfahrer, wenn er Glück hat. Aber hier passt an sich keiner durch. Sie können dann schon hier so durchfahren, ne? Können sie. Aber jetzt kommt ja der Crew an der Sache. Ich flüchte ja so mit dem Motorrad. Also wenn sie mein Auto wegkriegen. Sie müssen mein Auto wegkriegen. Das ist das Ding. Und fahre dann hier links und da passt keiner durch. Das geht nicht. Da musst du nur Motorrad haben. Das heißt, dann würden sie sich hier wieder umdrehen. Müssten hier den ganzen Weg entlang. Dann bin ich aber schon geradeaus weitergefahren. Und dann, jetzt ist die Frage, wo fährst du lang? Weil ich fahre ja hier geradeaus durch. Und bis dahin bin ich schon drüben bei der Tankstelle. Und steige in die G-Klasse um dann. Da siehst du gar nicht von hier aus. Und das ist der Plan. Also jetzt umziehen, jetzt haben wir alles. Also das habe ich auch mal getestet. Das ist das Einzige, wenn ich mich gerade ein bisschen fragt. Das ist halt die Tür. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Mit der Tür ein bisschen gucken. Was sonst? Wallah, Bruder? Was gibt's? Bist du der Kuschverkäufer? Nein, bin ich nicht. Wallah, du bist doch Manfred. Der Kogmanfred da, oder? Bist du doch. Wallah, ich habe hier einen Termin gemacht. Hier um 21.20 Uhr. Bist doch du, oder? Nein, bin ich nicht. Wallah, ich bin kein Kopi. Ich schwöre, ich bin keiner. Ja, ich bin trotzdem nicht am Dealer. Tut mir leid. Mir hast du nicht in Kontakt gestanden. Also, Bruder, das ist jetzt problematisch. Ja gut, dann halt nicht. Gut, dann schönen Tag noch. Ja, ebenfalls. Ja, dann muss ich warten. Ich dachte, du wärst Dealer, weißt? Das macht sich ja so. Das ist keine Freundschaft und kein Smalltalk. Also, äh, Outfit. Genau, Outfit. Wir ziehen uns einen schönen Anzug an. Dann holen wir uns eine schöne Maske und einen Helm. Und dann geht's los. Dann klauen wir noch irgendwo ein Auto und... Ich hoffe, die Bank wurde noch nicht gemacht. Ich hoffe es. Dann muss ich schnell durchziehen. Gut, was jetzt noch schief gehen kann, die Geiselnahme. Die könnte auch richtig voll in die Dings gehen. Anders hätte ich ja gar nicht mehr gedacht. Ich muss dann die Geisel nehmen. Also, mindestens einer. Ich werde aber zwei nehmen. Ich brauche zwei Geisel. Die eine muss ich mit runternehmen. Die andere müsste mir helfen. Ich brauche zwei. Ah, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt so lustig, das zu machen, Alter. Zwei Geiseln finden und das halt alone. Und jetzt suche erstmal einen schönen Anzug raus. Du Bene. Du Bene. Jetzt brauchen wir echt einen schönen Anzug. 15 A. Zack, Oberteil. Gibt es denn schöne Anzüge hier? Haben sie schöne Anzüge? Ist ja die Frau, ob der Laden das hat. Ich glaube nämlich nicht. Ich brauche mal andere Arme. So. Oh, wobei. Ich brauche so einen Arm mit. Äh. Ne. Das ist falsch. Ich brauche Arme mit. Handschuhen bitte. Ja, dann sieht das nämlich gleich viel besser aus. Gut. Und jetzt suchen wir einen Anzug raus. Was ist da? Ne. Ich bin mal so ein richtiger Gentleman will ich heute mal sein. Weil ich sonst mit ihm eigentlich nie bin. Ne. Das ist halt. Sei mal ein schöner Gentleman. Ah, hier. Hier sind die Anzüge. So, den lassen wir offen. Oder machen wir zu? Ne, machen wir zu. So. Anzug zutragen. Genau. Dann weiß ich mal so ganz schön die Kette weg. Die stört mich übelst. Jetzt noch ein schönes Untershirt. Oh, hier sind die Untershirts für das Ding hier. Das sind doch noch andere Arme. Oh, wobei die sind ja auch geil aus hier. Die hier. Passt. Würde ich auch fühlen. Weil die anderen doch noch ein bisschen besser sind. Ne, die hier. Da packt doch auch nichts durch. Ne. Ja, passt. Ja, passt jetzt noch eine schöne Fliege oder sowas. Ich glaube, ich habe ihn noch nie in so einem schönen Outfit gesehen. Kevin sieht sonst immer richtig hingekackt aus. Aber heute ist er immer schön gekleidet. Meine Ausnahme. Jetzt war ich nur noch diese schmale Adi hier. Die ist relativ. Oder? Ne. Da gibt es ja noch eine schöne Anzugshose. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Ist das die hier? Ich glaube, das ist die. Die passt schon. Das ist auch schöne Schuhe. Ah, ne. Das ist eine. Oh, ne. Das ist keine Anzugshose. Upsi. Dann ist die weiter hinten. Ich suche diese ganz, ganz schmale Anzugshose. Die wir bei 1 zu 7 auch tragen. Ich vermisier, dass die weiter hinten war. Die war weiter hinten, ne. Oder bilde ich mir das gerade ein? Ne. Äh. Äh. Ich bilde es mir tatsächlich irgendwie ein. Okay, gut. Dann. Hä? Hä? Ich dachte, die wäre ganz weit hinten gewesen, die Anzugsshose. Die ganz schmale da. Irgendwie sehe ich die gerade nicht. Oder ich bin blind. Das kann auch sein wie ein Blindfisch. Ein Blindfisch bitte zum Mitnehmen. Ne. Die hier ist es. Das ist sie. Ey, warte mal. Ach, das ist... Das ist... Das ist... Das war die. Ich dachte gerade kurz, das sind solche... Oh mein Gott. Das war die. Das war schon die, die ich vorne hatte. Ich dachte zuerst, das wäre eine Jogginghose. Weil der Streif auf der Seite war zuerst. Aber jetzt habe ich erst gesehen, dass das ja gar kein Jogger ist. Ja gut. Ihr habt sie gefunden. So. Das haben wir auch. Kette. Brauchen wir. Wir haben das Ding hier. Freddy. Genau. Passt. Ja. Ich bin... Schön. Mit Hut. Ich sehe aus wie... Ich sehe aus wie Freddy. Ein Fake, Alter. Jetzt brauchen wir noch einen Motorradlhelm. Ja. Passt. Ja. Und jetzt noch eine Maske und dann haben wir es. Das kann jetzt alles schief gehen, ne? Das kann alles schief gehen, was schief gehen kann. Aber egal. Maske kriegen wir allerdings am Hauptplatz. Wobei ich mir gerade überlege, soll ich jetzt ernsthaft ein Auto klauen? Hier vielleicht von der Mafia vorne draußen. Auto klauen. Vor allem, wo ich jetzt ausbauen darf. Ne, wobei die verpfeifen mich ja dann noch. Ne, besser nicht. Besser nicht. So. Ich hole mal das Ding hier rein. Und vor allem, Alter. Find mal jemanden, der irgendwo alleine ist. Der ich überfallen kann. Find den mal. Aber das wird auch... Ja, das wird jetzt ein bisschen heftig. Ups, da. Ist das was passiert? Also... Ich gehe aus hier, Alter. Oh, ne. Hab ich schon wieder Durchfall da hinten? Ich glaube, ich sehe hier Durchfall. Könnte sein. Letzt zeige ich das häufiger. Lass mich raten, mir passen keine Masken. Ne, Kinn ist zu groß. Hahaha. Ich habe so eine große Fresse. Oh, wobei das sieht doch geil aus hier mit den Flecken. Das nehme ich. Haben sie erstmal Angst vor mir. So, haben wir eine Maske auch schon gekauft. Mal gucken, ob ich wirklich schon Durchfall habe. Weil das kann doch nicht sein eigentlich das hier. Ja, ne. Ich habe schon wieder Durchfall hier. Super. Richtigen Reizbrechfall. Also bei der Vermutung ist, dass das vom Ding kommt. Vom MLO drüben. Da gehe ich mal hier ganz schnell... Sag mal, jetzt ist es wieder weg. So komisch, ne. Na ja. Guck mal, wenn ich hier durchfahre... Durchfall. Jetzt ist es wieder weg. Ich habe nichts gesagt. Ich... Ich lasse es bleiben. Ja, alles gut. Mein Handy ging gerade ab mit irgendwas. Alter. Haut sie mir rein mit... Äh... Ja, äh... Super. Danke. So, also drei niedrige habe ich schon, ne. Na, ich muss jetzt halt echt überlegen, wo ich jetzt am besten Auto klaue. Wobei, in Sandy stehen immer Autos rum, ne. Ich fahre nach Sandy hoch. Ich fahre nach Sandy hoch. Ich fahre nach Sandy hoch und schaue, ob ich da ein Auto bekomme. Weil da stehen ja meistens einfach so... Ich hab ja... Ich kann ja Werkzeugkasten irgendwas... Aber da stehen sie ja meistens rum. Irgendwo im Pop ist der Welt am besten. Ui. Alter, Manu Red kam mit 23,99. Guten Abend, viel Glück beim Bankraum. Denn Mods machen echt guten Job im Chat, äh... Wenn Leute im Chat nerven. Da sind jetzt wieder Mods da. Äh... Dankeschön. Tatsächlich, ich sehe gerade, wie ein lustiger Lacher ist am Start. Hab' mir jetzt schon wieder vorgeschrieben, ich soll WIP reinmachen, weil, äh... keine Mods da sind. Also, da sind ja welche da gerade. Jawoll, Manu Red Cup, vielen, vielen herzlichen Dank. Boah, ich hoffe halt, dass ich irgendwo ein Auto finde, ne. Boah, 139. 2 Dollar Strafe. Also, Sascha, schaue dich schon seit dreieinhalb Jahren und du hast... 13 Jahre ist ich damals direkt überzeugt. Merci. Oh, das freut mich. Dankeschön. Sascha, Mist geht raus. Line High, danke für 249. Und ich kenne dich noch, natürlich. Oder wir klauen einfach so ne NPC-Karre. Könnten wir auch machen. Wäre halt auffällig, wenn wir das klauen. Und dann wissen sie ganz genau, ich steige um. Am besten wäre ein Supersportwagen oder irgendwie sowas ne Art. Oder... Und ein Offroader wäre auch geil. Denken sie, ich will Offroad abhauen. Offroader wäre nice. Oh, Karte fangen. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Ein bisschen überzeugend sind, was steht, bitte. Steht irgendwas? Und da steht heute nichts da. Oh, nee. Wobei, ich könnte, wenn ich die Geisel neben ihn zwingen. Das wäre noch eine Idee, wenn ich ihn zwinge, dass mir was ausparkt, ne. Könnte ich theoretisch machen, dass er mir ein Auto gibt. Ich kann sagen, hol dir ein Auto aus der Garage. Das ist der Sound. Ob ich vielleicht irgendwas durch einen Kennzeichen amortieren kann. Das wäre nämlich nice sonst. Mx. Was ist das für ein Ding? Achso. Oh mein Aprilia. Sonst fahre ich mal in Aprilia. Das ist sonst ne gute Idee. Ich fahre mein Aprilia und hau denn sonst. Ja, komm, wir fahren Aprilia und jetzt äh, Kennzeichen amortieren. Yes, that's it. Und dann überfalle ich aber jemanden. Das ist glaube ich die beste Idee. Und mit Aprilia kann ich auch aufrollen, wenn meine Polizei und so kommt, weil der fällt. Du bist ja. Damit bin ich relativ safe jetzt unterwegs. Geil. Gucken wir mal. Oder wir finden, die ich überfallen könnte. Eigentlich Palito wäre ganz schnell. Wir müssen ja zwei Leute suchen. Zwei Leute brauche ich. Wenn ich den ersten habe, wäre das schon mal super. Okay, mit dem Biker lebe ich jetzt nicht an alleine. Das mache ich jetzt nicht. Das wäre jetzt richtig blöd eigentlich. Das machen wir mal nicht. Das wäre die dümmste Idee ever jetzt gewesen. Mit einfach dem Biker, wenn ich mich jetzt angelegt hätte. Mit meiner kleinen Glock 17, weißt du. Ich habe nur eine Glock 17 dabei. Vielleicht zieht da ein bisschen links rüber, die Maschine. Seht ihr das, wie die rüber zieht? Ich mache halt nichts. Die zieht von selber so rüber ein bisschen. Die ist kaputt. Gib euch das. Ich mache nichts. Ja, schauen wir mal, wenn Palito was ist. Ich schaue mich extra Hotspots durch, wo Leute ihre Autos ausparken. Also sowas wie Sandy, Palito. Oder wenn halt, wer mal auf dem Highway fährt. Sowas rum, ne. Dann macht es auch Sinn. Weißt du, dann komme ich nicht direkt maskiert an, sondern fahre ein Motorrad. Kann die Polizei mir nur so vorwerfen. Ja, ich fahre ohne Kennzeichen. Dann sage ich ja, sorry, vergessen. Alter Bruder, fahre mich doch nicht näher. Und so komme ich dann auf ein Auto ran, wenn da jemand sein Auto ausparkt. Dann komme ich an die Geisel und dann in ein Auto. Dann brauche ich gar keinen Dietrich dafür. Ob das klappt? Ich denke ja. Es könnte funktionieren. So, also Palito checken. Tankstelle. Wobei, wir müssen eigentlich nur ein bisschen warten, Palito. Da kommt ja meistens eh wer vorbei einfach. Palito, einfach schon mal Tankstelle gucken. Okay, noch ist keiner da. Aber wenn ich mich jetzt hinschittle. In 5 Minuten kommt da einer. 5 Minutes. Ah, da ist wer. Guck. Herr Waller, brauchst du Hilfe? Naja, alles gut. Aber wenn sie Interesse haben. Wer verkaufst du den oder was? Ich will den verkaufen, ja. Also kommt da gleich wer und will den jetzt kaufen oder wie? Ne, das nicht. Ich hätte jetzt Werbung gescheitert. Also, sie haben jetzt gerade Werbung gemacht. Ne, ich würde jetzt Werbung machen. Boah, also kaufen würde ich den schon, du. Weißt du, was willst du, Bruder, was willst du dafür? Na, ich hätte jetzt, also 50 Koster neu. Ich hätte jetzt irgendwie 45 oder 40 gesagt, weil der antuned ist. Angetuned, ja. Ja, ich würde den schon gerne, Mann. Nur auch gescheitert. Was sind sie da auch dabei? Nimm deine Flosse noch! Nimm deine Flosse noch und mach kein falsches Spiel jetzt. Verstehst du mich? Ist der Wagen offen? Ist der Wagen offen? Müsste. Komm auf keine dummen Spielchen jetzt, ja. Verstehst du mich? Ja. Passt zu. Wallah, der ist nicht offen! Pass auf, ich hole dich. Ich hab den gerade, ich hab den gerade ausgekratzt. Ja, 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 alles gut, alles gut, Bruder, alles gut. Ich nehm dir, Bruder, ich mach dir Kabel mit der Hand, du machst den Wagen auf, ja? Ja, ja. Ich mach dir jetzt Kabelbinder an, verstehst du mich? Ja. Und du drückst mir den Wagen auf und gibst mir den Schlüssel. Oder ne, drück einfach auf und dann guck ich, ob der offen ist oder nicht. Eine falsche Bewegung. Los problematico. So, Pass ist offen, so kommst du. Ich setz dich hinten rein. Mit Kabelbinder, dann kannst du dich anschnallen, weißt? Ich möchte kein schlechter Mensch sein. So, du bleibst da drin? Ja. Ja. Das ging aber schnell. Apolito besser anfasst. Boah, der wollte den gerade verkaufen, der wollte den gerade reinstellen. Der hat gerade ein Foto gemacht für seine Kiste. Ah, das ging aber schnell jetzt. Ist offen. Bruder, ich hab nur Helm ausgezogen, alles gut. Oh, Wallah, ich komm nicht in ein Auto. Kannst du schon mal aussteigen? Wallah, was ist mit diesem Auto los? Was hast du mit diesem Auto gemacht? Bruder, steig mal aus, ja. Ich komm nicht in ein Auto rein, Bruder. Ich weiß nicht, was da mit dem Auto los ist. Bruder, hast du das Auto kaputt gemacht, oder was? Ich glaube, du hast das Bruder durch das Auto kaputt gemacht. Ah, jetzt komm. Jetzt rein dahinten. Verstehst du? Oh, der geht tanken, ne? Ey, Bruder. Ja, was? Du dankst grad. Kannst du weiter vorfahren, dass ich auch hinkomme, weil ich hab Angst, dass ich sonst hochgelegt auf der Tankstelle. Jo, jo, ich bin fertig, ich bin fertig. Also, dankeschön, Bruder, danke. Weißt, gibt auch nette... Also, wobei der ist schon relativ voll, muss ich sagen, der Wagen. Der ist schon relativ voll. Da muss ich mal gucken. Ach, der ist alleine, gut. Evola, Bruder. Hast du ein bisschen Geld? Geld? Nimm mal deine Flosse noch, komm. Nimm mal deine Flosse noch. Mach keine falsche Bewegung. Mach hoch die Flosse. Mach hoch die Flosse. Verstehst du? Was soll das jetzt? Ja, was soll das? Nimm dich nicht mit, Bruder. Alles gut. Du siehst aus wie Polizei, Bruder. Ich hab mich voll erschrocken, weißt? Will ich nicht. Warte, du schreckst mich. Bruder, du kannst mich nicht erschrecken, dass du das Kopf da stehst. Und da mal die zwei. Warte, Bruder. Ich mach dir da gleich Kabel, bin irgendwo an den Hinterhof. Verstehst du? Ja, ja, ich mach dir. Du kannst dich hinten anschnallen, Bruder. Alles gut. Stell mich nur irgendwo hin, wo dann nicht so auffällig ist. So passt. Du mal gleich. Wegen an schälen. Weißt du, ich will, dass ich dich anschnallt hinten. Verstehst du? Ja, wär besser. Ich bin schon mal aus dem Auto gefallen. Ja, ja, alles gut. Hast du irgendwas dabei? Ich mach dir mal Kabel, bin da dran, ja? So. Ich such dich nur, ob du irgendwas dabei hast. Oh, na gucken. Stimm dir trotzdem alles ab, ne? Weil du schon ein bisschen länger brauchst für alles. Warte, die Pizza nimm ich mit. Bruder, geil. Pizza. Auch nö. Ja doch, die brauche ich, Bruder. Alles gut sonst. Gut, du kannst einsteigen. Kollege, kommst du raus aus dem Auto? Kollege? Da ist noch einer. Ja, ja. Ist er da, Kollege? Raus da, komm. Ich such dich nochmal, ja? Nicht, dass du noch irgendwas dabei hast, was ich mich... Oh, das nimm ich mit. So. Den nimm ich mit. Den nimm ich mit. Sonst hast du auch nichts dabei. Bruder, ihr habt ja gar nichts dabei. So, Waller, setz dich nochmal hinten rein jetzt. So, auf geht die Fahrt. Weil ich muss noch was essen, Bruder. Danke, dass du Pizza dabei hast. Natürlich hätte ich jetzt keine Pizza da haben, Bruder. Geil. Geil geschehen? Fragezeichen. So, folgendes mit euch, Jungs. Versteht ihr mich gut? Könnt ihr mich gut hören? Ja. Ich bin heute euer Reiseführer im Bus, ja? Im BMW. Bus mit Wicht. Verstehst du? Ich bin ein Wicht. Ich bin ein Gauner. BMW. Das ist eine Busfahrt. So, wir fahren jetzt mit dem BMW. Also, Bus mit Wicht. Wohin mit euch, ja? Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage von euch. Hat irgendwer von euch Informationen, wie man den ein oder anderen Code knackt bei Tresoron? Ähm, negativ. Kein Plan. Ihr habt noch niemals was ausgeraubt, ne? Ihr seid so Bürger, die nichts machen oder nicht. Noch nie was ausgeraubt. Nicht unbedingt, aber ich lass die Finger von den Technik scheiß, weil ich's eh nicht kann. Alles gut. Ich hab's noch nie wirklich so durchgezogen, ne. Ich brauch mindestens einen von euch, der mir hilft heute. Ob ihr wollt oder nicht, ihr hilft mir. Einer von euch hilft mir. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer mir hilft. Was passiert mit dem anderen? Ja, den knall ich in der Bank ab. Perfekt. Nein, nur Spaß. Der andere bleibt Geisel bei mir, okay? Der andere bleibt bei mir als Geisel. Wenn was passieren sollte, knall ich den ab. Aber der andere hilft mir, der nimmt mir die Sache mit, verstehst du? Ja. Ja, verstanden. Und ich will auch, wenn wir jetzt irgendwo Verkehrsanhaltung oder irgendwas haben. Ihr schreit nicht aus Auto, ihr macht gar nichts. Okay. Ist der Wagen angemeldet auf dich? Sollte, ja. Sollte oder ist? Ich bin den ewig nicht gefahren, aber eigentlich müsste er angemeldet sein. Gut. Ja, dann fahren wir jetzt die Bank. Weißt du, wer ist schon hier? Habt ihr schon Schnickschnackstuck gemacht, wer mir hilft? Ich glaube, du wolltest, oder? Ja, ich... ja. Ich streite mich nicht drum. Wobei, der andere Bruder ist ein bisschen maskiert, oder? Wer ist jetzt der Maskierte von euch? Ich hab ne Maske auf. Ja, das kommt ganz gut. Guck mal, da ist Polizei. Wir sind überall. Ja, ein Schrei und dahinten ballerts gleich raus, ne? Aber gut. Ähm, wir fahren jetzt, äh, gleich ab. Zur Sicherheit, ich weiß nicht, die Polizei wird gleich uns entgegenkommen, sicher. Hundertprozentig. Müssen wir jetzt ein bisschen abfahren. Wobei, ist grad blöd, wenn ich jetzt abfahre, ist das sehr auffällig. Na komm, wir fahren einfach gerade aus. Ich weiß nicht mal, ob Bank offener, Bruder. Weißt du, das ist traurig. Ich weiß nicht mal, ob die offen waren. Ich muss mal gucken. Kann sein, dass die zusammeln, dann können wir uns was anderes einfallen lassen. Mhm. Ja, aber mindestens einer hilft heute. Also, der andere jetzt, der Unmaskierte. Ja. Okay, ja gut, der andere sieht eh aus dem Polizist. Wir sagen einfach, du bist Polizist. Oder, ne, weil, was arbeitest du denn? Ja. Was machst du denn als Arbeit? Taxi. Nein. Warum siehst du aus, als wärst du Polizist, Bruder? Du weißt, dass das Taxi fährt und ist mehr geplantet als, ich weiß nicht. Als so ein Terminator, weißt du? Ja, genau wegen sowas eigentlich. Ja, aber da hat es gut funktioniert, oder? Ja, super. Ja, sehr gut funktioniert. Ich bin stolz auf mich. Wala, du hast doch nie mal eine Waffe dabei gehabt, Bruder. Ne, die Kopf nehmen mir die Scheiße ständig ab. Was soll ich denn machen? Bruder, hast du keinen Waffenschein, oder was? Ne, Mann. Ja, dann hol dir doch einen. Bist du selber schuld? Die geben wir doch keinen. Ja, warum nicht? Was hast du gemacht, Bruder? Ja, wenn die Kopf in der Bild gekommen sind, habe ich auf die geschossen, Mann. Ja, das ist nicht mein Problem. Ne, eh nichts. Sagt dir keiner. Ja, aber du wärst so oder so, ob es gegangen wird. Du kannst du Waffe nicht ziehen, da bin ich schon da, weißt du. Ich bin so richtig undercover heute, weißt du. Ich seh' nicht aus, wie man da jemanden mitnimmt. Ausschau, Kollege. Weißt du, da war Kollege, da war Ismin drin. Und Ismin hat Langwaffe dabei. Und der wird heute den ganzen Tag gucken, dass keiner von außen Scheiße baut, verstehst du? Sie sind alleine. Ich bin nicht alleine, ich hab Ismin dabei. Der ist draußen, glaub ja. Hm. Soll ich ihn anrufen? Soll ich den mal herbringen, vorbeibringen? Machen Sie mal. Na gut. Der wird gleich vor Bank stehen, pass auf. Sehr gut. Istmin, bist du Frau Bank? Ja, da ist er. Da ist er. Da ist er. Danke. Das ist Ismin, siehst du vorne? Und da steht er. Steht sogar drauf. Ja, Terror, das ist seine Maschine. Das ist Ismin. Der wartet schon heute den ganzen Tag in der Bank auf mich. Und der wird heute gucken mit Langwaffe, dass nichts Blödes passiert. Gut. Sind wir jetzt bereit für die Teamarbeit? Dann raus aus der Hütte. Jetzt hau raus aus der Hütte. Verstehst du? Jetzt gehst du aber vor hier. Rein da, komm. Rein mit den Viechern. Rein da, komm. So, wo ist Ismin? 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 Das sind die anderen, die ich jetzt gebracht habe für dich. Ismin, das sind die anderen jetzt. Ist ja was. Ismin, warum hast du noch nicht die Maske auf? Was ist das? Excuse. Ismin, jetzt muss ich so machen, als würde ich dich... Ach kacke. Ismin, ich kenn den nicht. Ich kenn den nicht. Nimm die Hände hoch. Du bist jetzt Geisel. Nimm die Hände hoch. Du bist Geisel. Kann ich den Maske wieder abnehmen? Okay. Ist jetzt ein bisschen blöd. Weißt du, jetzt müssen wir so spielen. Weißt du, jetzt haben die dein Gesicht gesehen. Ich tu jetzt so, okay? Pass auf. Ich such dich jetzt. Ich seh auch, was du dabei hast. Ich kenn den Typen nicht. Bruder, was hast du denn alles dabei? Bruder, Bruder. Ein bisschen was. Wala, Bruder. Du machst mich fertig, Bruder. Das ist jetzt viel zu viel. Ey, was machst du da drin? Hast du gerade Preise gecheckt oder was? Ja, so korrekt. Okay, hast du Preis geguckt. Ja, gut. Ja, eigentlich sollst du dich vorbereiten für die 2-Aspulanten da. Und du machst einfach gar nichts. Weißt? So. Du hast gedacht, du musst das. Oh, perfekt! Perfekt! Super! Ja, nice. Da hab ich Spaß dran hier. Äh, du Spaß, du Spaß. Auch weißt du was? Das lass ich dir sonst anders hier drin. Das ist schon okay. Mhm. Das ist schon okay. Wobei, da steh ich ja noch ab hier. Der Schnitt, ne? So, gut. So. Äh, warte, Bruder. Wer von euch macht jetzt die Ausraubung? Wer hilft mir heute jetzt von euch 2-Aspulanten? Wer denn? Ey, ich war das. Du warst das, so. Als ich das gemeldet hatte. Dann lass ich dir Kabelbinder an, ja? Du hast auch noch Kabelbinder an? Ja. Gut. Dann werd ich mal gucken. Dann ist er da. Du hast Kabelbinder an, er hat Kabelbinder an. Dann machen wir jetzt folgendes. Ich leg dir nochmal die Handschellos an. Ich hab noch... Ach, scheiße. Ich hab keine Handschellos mehr. Aber Bruder, hast du Handschellos? Lass mal gucken. Ich glaub, ich hab ja. Dann leg ich dir nämlich nochmal welche an. So zur Sicherheit, weißt? Mhm. Also nicht dir. Den anderen. Der braucht ja deine Handschellos. Ich will nochmal was essen. Valla Bruder, wirklich jetzt? Ah Bruder. Ja. Ja gut, dann muss ich. Dann muss ich. Puscher, kann ich nicht anders. Du hast aber noch Stückel dabei, oder? Ich glaube. Ja. Ich mein, ich kann nicht sonst auch alle den Kabelbinder an. Dann denk ich kein Problem. Möchtest du die Kabelbinder an? Kriegst du schon hin? Gracias. Ja, dann is. Jetzt komm. Ui. Jetzt sag mal Stürmeresfall auch noch. Gut. Muss noch irgendwer von euch essen? Hm, negativ. Nicht? Negativ. Gut, jetzt ist alles gut. So, dann mach ich dir jetzt nochmal. Wir können was sehen. Wie, du siehst nichts da drin, oder was? Es ist dunkel, Mann. Es ist dunkel? Ja. Okay. So, Bruder. Das Problem ist, wenn ich jetzt Handschellen dran mache. Ach du schlägst mich doch. Hast du, hast du natürlich Handschellen dabei? Ah, da doch. Hast du noch dabei. Perfekt. Und drei Handschellen Schüssel. Ja, die kann ich dir nicht mehr abnehmen, Bruder. Ich hab dir schon sie mit Rubbellöse abgenommen, weißt? So. Den mach ich dir dran. So. Gut. Mhm. So, pass auf. Ich mach jetzt folgendes. Ähm, ich brauche euch alle drei. Und den mach ich auch noch dran. Ja. Wir gehen zusammen runter, ja? Ihr folgt mir heute. Den ganzen Tag, wo wir runtergehen. Versteht ihr? Und du. Dir. Ja. Ich gucke schon mal nach, ob du was dabei hast. Dir muss ich Handschellen runternehmen und Dings runternehmen. Solltest du irgendwas Brödes machen? Ich knalle in die Fresse, ja? Ich mach das wirklich. Ja, das hab ich verstanden. Verstehst du mich? Du machst irgendwas falsch. Und ich mach dich kaputt. Ist mir auch egal, wer du bist. Ja, das hab ich verstanden. Ich mache dich kaputt. So, du hast aber eh nichts mehr dabei. So, Marvin hast du noch dabei. Du bist komplett clean sonst noch. Du willst mir jetzt beim Ausräumen unten. Machst du irgendeinen Fehler? Sehe ich das. Gut. Kommt her, Jungs. Ich mach dir die aber erst unten ab. Noch nicht jetzt. Ich mach dir unten dann von der Sorge ab. Und machst du irgendwelche Faxen, dann mach ich dich fertig. Und bitte, ihr folgt mir alle drei. Alle folgen, ja? Und keinen Scheiß bauen. Wir ziehen das auch durch, wenn wir nicht sehen hier drin. Wart ihr schon mal bei sowas dabei? Schon mal sowas gesehen? Nein, Mann. Ich glaube ja. Ich hab keine Ahnung. Das ist schön. Wenigstens eine. Ja, dann bitte mir folgen. Ist nicht mein erstes Mal, aber ich seh grad nichts. Das ist mein erstes Mal hier im Dunkeln, muss ich sagen. Ich war noch nie im Dunkeln. Also es ist mein erstes Mal. Ja. Ja, ich hab ein Problem jetzt. Geht nicht. Ah, jetzt. Gut. Gerade gedacht, falsche Laptop gekauft, Bruder. Und das wär's jetzt gewesen, Bruder. Falsche Laptop einfach. Ja, dann hätte ich ein Problem. Wäre schlecht. 1, 2. Wo ist er denn hier? 2, 1 brauche ich. So ist das. 2, 1. Oh, nee. Wo ist er denn? 2, 1 brauche ich. 2, 1. Nee, 1, 2. Nicht 2, 1. 1, 2. Wo ist er denn? 1, 2. 9, 3. Ich bin ein Blindfisch. Ich bin ein Blindfisch. Ich bin ein Blindfisch. Ich bin so blind gerade. Ich seh mal die 21. Wo ist denn die 12? Ich suche die 12. Ich... Ah, da ist sie. Da ist sie. Ah. Alter. Nie so lange gebraucht, die Zahl zu finden. Absolut. So. Gut. Hm, hab ich gemacht? Jetzt müssen wir nur gucken. Ich glaub, hier sehen wir gar nichts hier unten. Ich bin blind, Mann. Ja, warte mal ganz kurz. Warte. Wir sehen nichts. Bruder, was ist das für eine Scheiße? Wartet mal, wartet mal. Wir müssen warten. Wir müssen warten. Wir sehen hier... Oder sehen wir da drin was? Glaubst du, geht auf und wir sehen drin was? Keine Ahnung. Ja doch, da ist... Guck mal, da kommt Licht draus. Guck, da ist drin offen. 100%ig sehen wir da was. Ja jedenfalls, ich mach hier mal auf. Das kriegen wir schon hin. Es sieht danach aus, das kriegen wir hin. So. Und das schaffen wir. Das erste Mal mit Stromausfall. Wie funktioniert das überhaupt? Bei Stromausfall die Türen öffnen. Mechanisch, Bruder. Da ist eine Sprungfeder drin. Ja, die Alarmlager läuft ja auch noch so. Wir haben die Notstrommarke gerade. Denk ich auch mal, dass die Notstrommarke läuft. So, die Tür geht gleich auf. Wir stellen uns dann alle rein, ja? Und... Ja. Bis auf. Der eine, die mit mir mitkommt, bleiben jetzt dann alle gleich dort stehen, wo ich sage, ja? So, Tür geht auf. Aufpassen. Ja, man sieht ein bisschen was. Nicht viel, aber man sieht ein bisschen. So. Ihr bleibt hier stehen. So. Du, Kollege. Du jetzt mitkommst. Ich mache dir jetzt gleich die Kabelbinde ab, ja? Ja. So, ich mache dir die jetzt ab. So. Du gehst zum ersten Geldkoffer vorne. Und dann gehst du mit mir mit nach hinten, ja? Und nimmst dann die Goldbarren und so mit. Ja. So, du kommst jetzt. Du nimmst hier das Geld. Hier ist Geld. Hier nimmst du. Sollst du wegrennen, haben wir ein Problem. So. So. Gut. Ich bin jetzt gerade irgendwie da drin. Ich warte. Ich warte das jetzt ab. Ich bin da egal. Oh, das ist gut. Das ist gut. So, jetzt kommst du da noch hinten, ja? Du kommst da her zu mir. Ja. Ja. Ja und du nimmst die Goldbarren mit, ja? Goldbarren und die andere Sache noch. Ja. Ja. Wie kann es gerade Stromausfallen, aber sowas von? Die Goldbarren, die Goldbarren. Oh, du bist so blöd oder du kriegst gleich Kugeln von mir. Ich hab gesagt die Goldbarren. Was machst du denn? Ja, dann mach ich die Goldbarren, okay? Dann mach ich. Tut mir leid. Alles gut. Du bist, du bist aufgeregt. Du weißt nicht, was du machst. Ja, ich bin sehr nervös. Meine Hände zittern wie sonst was. Wie sonst nie. Na, das ist gut. Ich wollte noch was falsch machen. Den letzten Tisch dann auch noch, oder? Nee, Bruder. Geht sich nicht aus. Geht sich nicht aus. Nicht letzter Tisch machen. Das dauert sonst zu lange. Ich hoffe, ich komme jetzt noch raus, Bruder. Dann darf ich schon mal, oder? Nee, du wartest bei mir. Du bleibst bei mir. Du gehst nicht weg. Okay. Weißt du, was passiert? Dass ich immer noch knallen kann, weißt du? Ja. Boah, das wird aber ganz schön knapp, Bruder. Das wird knapp. So 33 noch. Boah, das krieg ich aber noch hin. Jetzt müssen wir gleich rausrennen, verstehst du? Wir haben noch ein paar Sekündchen. Boah, das wird jetzt richtig knapp. 25 Sekunden. Hättest du jetzt noch eingepackt, wärs ich niemals ausgegangen, Bruder. So, noch 20 Sekunden. Warte, ich packe noch schnell ein. 19. Komm, renn, 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 renn. Raus da, raus da, raus da. Alle raus. Raus, raus, raus. Komm, 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 komm. Und alle hoch, alle hoch, alle hoch. Gut, wir haben es geschafft. Wäre eh nicht mehr ausgegangen anders. Gut. Mein Ende ist hingefesselt. Wie soll ich da laufen? Ja, ihr könnt schon laufen. Kommt ein besseres Problem, was geht. So, ich mach dir wieder Kabelbinder an. Verstehst du? Ja. So. Damit wir uns verstehen. Wird es dir trotzdem Interesse, oder? Ehrlich? Ist das gerade dein Ernst, Bruder? Alter. Wieso? Ich will den loswerden. Ich will den loswerden. Warte mal, so. Du willst den loswerden. An dem hab ich kein Interesse. Aber ich hab an dem Interesse, was du jetzt dabei hast. Gib mir mal her jetzt. Also warte. Ist es okay, wenn ich... Ach komm, ich nehm einfach von dir. Warte. Ah, warte. Die hab ich auch... Die hab ich auch... Die hab ich auch noch gar nicht abgenommen. Stimmt eigentlich. Äh, Geld krieg ich... Ah ne warte, ich muss dir abtun. Warte. So, ich geb dir ab. Kabelbinder ab. Und du gibst mir jetzt eine Sache, die du jetzt alle eingesammelt hast. Das Geld. Ah. Das ganze Schwanzgeld. Hast du? Oder hast du? In der Stunde. So, ich guck nochmal nach. Nicht, dass du mich verarschst. Drei. Gut. Das war alles. Ja, das war alles. Gut. Ich mach dich wieder dran. Und ich nehm dich mal mit als das Geisel, ja. Und ihr? Ihr kommt mit mit mir, ja? Alle drei. Alle mitkommen. Also alle zwei dahinter. Ich kann nicht rechnen, Bruder. Ich war nicht in der Schule. Also ich war schon, aber ich war nicht gut in der Schule. Das ist das Problem, weißt? Ich bin ja noch mit ihm am Tisch. Oh, Wala, Bruder. Ich sag nur so viel. Wala, Bruder, filmte heute. Ich saß mit Leuten am Tisch. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Team Knopf, mein Name. Warten Sie mal, warten Sie mal, bitte. Sie müssen mit mir schreien, ich höre Sie nicht. Ich kann Sie nicht hören. Und wenn ich bin sofort bei ihm? Was machen Sie im Auto? Gehen Sie vom Auto weg. So, gut. So, Hallöchen, lass erledigen Sie. Guten Tag. Können Sie mich gut verstehen? Ich verstehe, ja. Sehr gut. Dürfte ich einmal kurz mit der Geisel sprechen? Da sind alle drei gerade da, ja, Sie können sprechen mit Geisel. Bitte. Wie geht's Ihnen? Den Umständen entsprechend. Nö. Alles klar. Ich bin nur etwas zittrig, aber sonst... Alles klar, gut. Das ist ja normal. Weißt du, was die Scheiße ist? Da steht ein Motorrad vorne. Ja, bitte. Da steht ein Motorrad vorne. Jetzt haben Sie eine Motorradtür nicht geholt. Kommt raus, bitte. Alle zwei, bitte. Oh mein Gott, das Scheiß-Motorrad da vorne macht mir den ganzen Plan gerade kaputt. Wie geht's Ihnen denn? Der macht mir gerade meinen ganzen Plan kaputt. Ja. Dieser, dieser Typ da. Fällt jetzt ein Motorrad vorne. Natürlich haben Sie jetzt ein Motorrad-Unit geholt. Da genug zu essen und zu trinken. Oh. Ja. Ich kotze im Stahl. Gut. Machen Sie keine Dummheiten. Sie tun alles, was Sie hier sicher rausbekommen. Gut. Was kann ich denn für Sie tun, wenn wir die drei Herren wieder sicher zu Ihren Familien kommen? Was Sie tun können? Ja, was Sie tun können? Oh, Bruder, lass mir überlegen. Oh, Wallah. Ich überlege gerade, was Sie tun können. Es ist eigentlich gerade wenig, was Sie tun können, dass die wieder zur Familie kommen. Weil wir sind Familie. Weil wissen Sie, wir sind Familie. Okay. Und dann bedrohen Sie Ihre eigene Familie mit einer Waffe? Das war Spaß. Okay. Burawalla, könnt ihr das Motorrad da vorne wegstellen? Bei den Hydranten? Das kriegen wir gleich bestimmt an die Seite. Bitte. Dankeschön. Das ist abgeschlossen, das ist meins. Das steht im Weg. Gut. Das wär's erstmal oder noch irgendwie was? Ich werde gerne keine Nagelbänder gesehen und ich will nicht, dass Sie da an dem geklauten Auto rumdringen sind. Das ist ja gar nicht meins. Mal gucken. Sie waren vorher am Auto, jetzt wollte ich gucken. Habt Sie da was gemacht am Auto oder so? Nein. Aber Sie nix gemacht am Auto. Ich hab mich nur an die Seite gestellt, weil noch niemand zur Absicherung da war. Super. Ja, stellen Sie das weg. Das steht im Weg. Das steht im Weg. Alles, was im Weg steht, würde ich hier weggestellt haben. Ich will, dass hier nix im Weg steht. Ich will auch nicht, hier vorne steht Auto. Stellen Sie das alles weg. Das steht hier alles im Weg. Machen Sie ein bisschen mehr Platz hier. Bisschen mehr Platz, wissen Sie. Nicht so alles zumachen hier. Einfach ein bisschen mehr Platz. Sie haben doch jede Menge Platz hier. Ne, schon ein bisschen wenig. Hier ist überall zu. Dahinten sind Barrieren drauf. Da vorne steht Auto. Ein bisschen mehr Platz, bitte. Alles ein bisschen weg stehen. Hier auch viel zu viel, viel zu wenig Platz. Hier steht alles zu. Hier vorne auch Auto steht. Da komme ich doch nicht vorbei. Ein bisschen mehr Platz. Da muss noch Helikopter landen. Ne, Spaß. Hier macht nur Spaß. Ne, aber wirklich. Da kommt gleich Panzer an und der muss hier rein. Ne, der geht uns nicht rein hier. Der passt das sonst nicht durch. Ein Panzer, meinen Sie. Ne, ich mache nur Spaß. Alles gut. Aber ich will hier mehr Platz. Ich will, dass hier ein bisschen mehr Platz ist. Motorrad hier weg. Die Polizeiauto ein bisschen nach hinten. Wissen Sie, dass ein bisschen mehr geräumiger wird hier. So ein bisschen ungeräumig. Ich bin ein bisschen claustrophobisch. Sagen Sie mir doch mal genau, Blitzschensfahrzeug. Ja, ja, gucken Sie mal. Hier hinter Ihnen. Hier ist Auto. So Auto von diese. Was ist das hier? Das ist so komische Thunderbird oder sowas. Ein schwarzer Charger. Ne, dieses schwarze Auto. Der andere, da hinter Ihnen. Direkt hinter Ihnen. Der steht mitten auf Kreuzung. Aber nicht Ihres. Nicht Polizeiauto. Und der Charger auch ein bisschen wegstellen. Genau. Und welches Fahrzeug noch? Diesen Charger oder den Charger hinter mir? Ja, den Charger da vorne noch ein bisschen weg. Und dann ist gut. Ja, dann ist gut. Dann kriegen Sie von mir aus eine Geisel, wenn Sie da fertig sind. Da kriegen Sie die direkt. Ich will nicht lange fackeln. Wissen Sie, ich will nicht lange rumfackeln hier. Möchte ich gar nicht. Alles gut, Jungs. Alles gut. Wir kriegen das hier hin. Einer geht von euch, okay? Einer geht. Hey, it's mir. Wo geh ich das erst jetzt an? Warte gerade einmal auf den Kollegen. Ja, alles gut, alles gut. Wir machen keine Probleme hier. Ist alles gut. Ich will hier ganz gejillig bleiben, ja? Nur, wie gesagt, so ein bisschen Platz machen. Der Motorrad wegstellen, ein bisschen weg. Alles ein bisschen wegschieben hier von dem Eingang, ne? Einfach, dass hier ein bisschen mehr Platz ist. Ein bisschen mehr schön ist. Letztlich noch das schwarze Auto hinter mir weg. Ja gut, dass alles ein bisschen hier weg ist. Wenn alles erledigt ist, kriegen Sie den Typ in den Anzug da. Dieser Motorradfahrer. Den kriegen Sie gerne. Der hat bis jetzt ja wenigstens Zeit verbracht. Das ist ganz lustig. Wir wollen ja kooperieren, so ist das ja nicht. Wir bleiben hier ein bisschen draußen, dass wir zugucken können, Jungs. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir draußen bleiben für euch. Ja, weil ich will hier drin gar nichts mehr zu tun haben. Das finde ich auch. Und ich habe drin nichts mehr zu suchen. Das ist alles gut. Ich bin alleine. Also, unter Anführungsstrichen, alleine. Aber alles ist gut. Wir machen Kooperation. Verstehen Sie? Kooperation. Ja. Eine ganz gechillte Kooperation. Gut. Fahrzeuge sind an die Seite gesetzt. Ja, da steht noch immer dieses Auto drüben. Der Charger und so ein bisschen mehr. Da vorne links, da ist immer noch Motorrad und Auto. So, da ist noch ein bisschen rüberschieben, so nach hinten. Also, langsam müssen wir uns noch einigen können. Ja, ich habe aber gesagt, ich habe gesagt, Motorrad und der Charger nach hinten schieben. Der Motorrad ist noch ein bisschen im Weg da. Aber ist okay. Ne, ist okay. Wissen Sie, was die machen? Ist okay, ist okay. Nicht. Alles gut. Ich will sie nicht für blöd verkaufen, aber ich wollte, dass da ein bisschen nach hinten geschoben wird. Ist okay. Gibt schlimmeres im Leben. Gibt schlimmeres. Mal gucken. Mal gucken. Ist auch gut. Ja, Sie haben gute Arbeit gemacht. Okay. Ist schon okay. Ist okay. Geht schlimmer. Geht schlimmer. Ist okay. So, dann kriegen Sie den Herrn da vorne. Komm, geh mal hin. Der hat es schon gemacht. Komm. Verpiss dich. Genau. Dann bleiben wir bitte ein bisschen nach da hinten. Durchgehen. Bitte einmal einen Kollegen, die hier übernehmen. Gut. Dann sagen Sie noch, Sie wollen keine Nagelbänder sehen. Sind keine Augen gelegt. Ich will, ich will weder Nagelbänder noch, dass ich irgendwie Probleme mit Auto bekomme, der mich weggeräumt oder so. Das will ich nicht. Nein. Ich will ganz normal fahren. Mit meiner schönen, äh, mit der geklaute M5. Und dann ist gut. Das kriegen wir bestimmt hin. Das kriegen Sie hoffentlich hin. Natürlich. Haben Sie denn sonst noch einen guten Wunsch, den man ihn erfüllen könnte? Eigentlich nicht. Ich will halt nicht, ich will halt nicht erschossen werden, wenn ich in den Auto oder so. Ich will halt nicht erschossen werden. Irgendwie so eine Scheiße. Ich will nicht, da sowas passiert. Wie Sie sehen, ich bin schon blutig im Gesicht. Gucken Sie. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Nein, 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 das ist aber alte Maske. Da bin ich mal vom Berg runtergefallen. Oh, okay. Ja, seitdem schon blutig im Gesicht. Wir müssen. Gut, dann müssen wir aber auch mal nicht, dass ich das entzündet oder so. Nein, 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 alles gut. Alles gut. Keine Eckbekanze. Dann ist gut. Also, wäre Ihre letzte Forderung noch der Verzicht auf Nagelbänder und eine faire Verfolgung? Ja. So ist es. Das will ich, ich will so sichtbar. Ich will dann einmal mit den Kollegen alles absprechen und dann wäre ich sofort wieder bei Ihnen. Gut. Habt ihr gehört? Wir sind gleich fertig. Dann kannst du endlich zu C&A gehen und dir deine Hose kaufen, wenn du wolltest. Meine Hose? Die kaufst du doch bei C&A, oder? In der Kinderabteilung. Äh. Nice. Achso, Entschuldigung, alles gut. Wie alt bist du denn? Es geht jetzt wirklich ein bisschen zu weit. Achso, wegen der Kinderabteilung. Entschuldigung, tut mir leid. Ich wusste, ich habe, ich habe euch ihre kleinen Gefühle verletzt. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass sie so verletzbar sind. Sie sehen tough aus, wissen Sie. Sie gucken aus wie jemand, der mich gleich umbringen will. Ich habe Handschellen an. Ja, sie sehen trotzdem tough aus. Ich habe gar nicht gefragt, wie kann ich sie denn ansprechen? Mich, mit Jim Knopf. Okay. Jim Knopf. Wir haben leider gerade ein kleines Problem mit Kopfschmerzen da drungen, wegen den Fahrzeugen. Ja. Aber wir sind gerade dabei, das Problem zu lösen. Also, sie lösen gerade, ja? Ja. Ja, aber sonst, ich könnte sonst, wenn sie länger brauchen, könnte ich sonst einfach noch mal ein Nickerchen machen drin. Kommt drauf an, wie lange sie brauchen. Sie wollen noch ein Nickerchen machen. Na ja, wenn nicht anders geht. Wobei, ich überlege gerade, soll ich ein Nickerchen machen? Kommt drauf an. Nicht, dass ich Kopfschmerzen habe, weißt? Das müssen Sie für sich werden. Wenn Sie schon Kopfschmerzen hier haben oder Probleme, dann vielleicht ein Nickerchen. Dann muss ich überlegen. Lass uns mich kurz überlegen. Lass uns mal ein bisschen gucken, vielleicht. Ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht zur Sicherheit. Weißt? Nein, komm, ich gehe all in, all risky. Wir gehen all in. Scheiß drauf. Ich brauche jetzt nichts. Gut. Ich mache all in. Alles klar, wie weit seid ihr mit dem Kopf nachgelegt? Ja, lieber aufpassen mit dem Motorrad. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert mit dem Motorrad dann. Deshalb, ich mache es jetzt besser nicht. Weil nicht, dass das Motorrad dann despawnt oder irgendwas Blödes passiert. Lieber nicht. Weil es wird, wenn ich rausgehe, sonst werden wir jetzt 100% Respawner, ne? Boah, ich muss so dringend, also ich muss jetzt wirklich hart pissen gehen, ne? Das ist immer das Schlimmste. Wenn du in der Verfolgungsjagd bist und du musst hart pissen gehen, aber meistens fährst du dann besser. Weil du so einen Stress hast. Also bei mir ist das so, wenn ich hart pissen muss, so wirklich hart, dann fahre ich in Spielen besser. Das ist ein gutes Zeichen. Zwei Minuten später hast du mir voll auf die Fresse mit dem Auto. Überschlag. Aber jetzt, dass ich dieses Pech habe, dass vor der Nationalbank ein Motorrad steht und ich überhaupt nicht drüber nachdenke, dass sie ja dann die Motorrad-Unit vor mir da ja ein Motorrad vorne steht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wieder so hart ins Klo gegriffen. Wie oft kommt es nämlich vor, dass ein Motorradfahrer in die Bank geht, das Motorrad vorne abstellt und dann, ich habe das voll nicht gecheckt. Die Kollegen sind soweit fertig. Ich würde hier stehen bleiben. Ein bisschen mehr Abstand, bitte. Ein bisschen mehr Abstand. Alles klar. So, warte. Du gehst mal rüber, dann fahr mal gleich los. Warte, ich schau noch mal unter Auto. Nicht, dass hier irgendwas kaputt ist. Wir haben ja nichts kaputt gemacht, oder? Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas kaputt ist, ein Auto. Und doch haben wir ein Problem. So, gut. Ich schau noch, ob Auto offen ist, ja? Ich lasse dich kurz los, Bruder. Lassen Sie mich nur gucken. So, ist offen. So, dann geht ihr zwei, geht es rüber zu dem Herrn Polizist, zur Polizei und ich fahr jetzt, okay? Ja. Aber geht der rüber, rüber gehen, komm. Rüber. Rüber. Und schau mal, ob das klappt, was ich mir vorstelle. Ich hoffe, ob es nicht klappt. R1 ist da. Das ist mir aber egal. Wichtig ist, ob der Plan klappt. Das Auto fährt sich erstmal ein bisschen bescheiden. Ich habe das Gefühl, das wird nix. R1 ist oben. Aber wir schauen mal. An 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 als wüsste erst alter scheiß wie falsch gefahren das war dumm ich bin falsch gefahren aber ich mache es nochmal ich ziehe nochmal durch ich habe nämlich eine idee ich fahre nochmal im kreisel das ding ist jetzt nur noch halb gefüllt ist das problem weil ich zu weit weg war das ist halt auch die scheiße wenn du weit weg gehst prespawn das ding oder meistens mit einem halben tank das ist natürlich aber das habe ich schon vorhin gedacht dass das passieren wird an das jucke ich mich auch jetzt gar nicht weil ich es mir schon fast gedacht habe hier im spinner fahren genau perfekt bauen die sich so ein bisschen selber ein jetzt probiere ich nochmal den den ich eigentlich machen wollte der nicht funktioniert hat zuerst und das ist Polizeibeker ich habe reingeschissen ich habe hart reingeschissen außer ich schaffe das jetzt noch das ist schon nicht hier ich habe das hier 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 Das wäre jetzt auch der Plan B gewesen, den ich noch habe, Gott sei Dank Aber ich glaube, das wird nichts mehr Ich habe so reingeschissen Alleine, weil sie eine Unit schon hatten Für Dinge, ne Jetzt habe ich nur einen Offroader, das ist sehr gut Den kann ich easy abschütteln Das Problem ist halt Dass in der Bank vorne war schon eingeschissen Dass der mit Motorrad da ist Und die zweite Kacke war jetzt direkt das Problem Dass ich falsch gefahren bin Plus, dass sie die Motorradschreife schon direkt reingeschickt haben Das war schon alles zu spät, weil er immer im Umkreis Also der größte Schiss ever War, dass dieser dreckige Motorradfahrer Von der Bank war und den ganzen kleinen Platz hat lassen Und ich jetzt nicht gecheckt habe, dass der da Motorrad Von der Bank steht und die mit der Motorradschreife fahren werden Aber so ist es gekommen Aber jetzt habe ich ja noch Plan B Und Plan B, ihr wisst, was bei mir Plan B ist? Ihr wisst es, was das ist? Das ist mein Lieblingswald Und deshalb habe ich Gott sei Dank eine G-Cluster am Start Und mir das ein bisschen heute Vereinfachen versüßen wird Aber wir gucken mal Es ist leider eine weiße G-Klasse Das ist der einzige negative Aspekt An der Sache, aber sonst Wir haben jetzt nur noch Zwei Cops hinten, einen schütteln Und wir ab, weil wir Offroad fahren Den anderen könnte ich austricksen Mit ein bisschen am Glück und am Zug Schaffe ich das jetzt Ein bisschen reinfahren, genau Ein bisschen Action schmeckt schon Und rein geht's in die gute Stube Das ist schlecht Der ist hinter mir her Da wird ja die perfekte Farbe bei ausgesucht Bisschen mischen und tauschen Ah, der ist noch hinter mir Was ich sehr problematisch gerade finde Das ist sehr problematisch Und das Ding ist halt weiß Ich habe halt wieder die beste Farbe Bei dem Auto ausgesucht Das ist noch nicht Nacht, Alter Das ist noch nicht möglich Das ist noch nicht gut Aber der ist ja Offroad gar nicht so gut, der hinter mir ist, ne? Ne, der braucht lange, der braucht lange. Das könnte ein Vorteil sein. So. Er wohnt über mir, ich glaube, das wird nichts mehr. Da ist rein geschissen. Wer ist doch lieber auf dem Torwart geblieben? Ne, ne zweite Runde Zauberwald mit Hoffnung. Und dann muss gucken, ne? Dann gucken, ob ich es geschafft habe oder nicht. So eine zweite Runde Zauberwald ist sicher keine schlechte Idee. Oh ne. Soll ich da stehen bleiben, was ein Offroader ist? Ich weiß nicht. Das war jetzt schon etwas heavy. Aber gut, ich bin da unaufgekommen. Ich hätte es nicht überschlagen. Das war gerade erst schon heavy. Ich habe ja auf die gewartet, weil es zu schnell war. Ne, ich mache wie es ist fair play. Das ist wie es auf die Warte, wisst ihr? Alter, auf einmal geht es da runter, Alter. Jetzt wird es so überschlagen können, theoretisch. Wir haben mal eine zweite Runde Zauberwald, Jungs. Auf geht's in den Wald. Eine faire Verfolgung in den Zauberwald. Leider ist es noch nicht Nacht. Das wäre so schön, wenn Nacht wäre. Weil ich fahre ein weißes Auto. Das ist echt scheiße. Und das habe ich nicht gedacht, dass die G-Klasse ja weiß ist. Und doch sehr rauspiekt, wie ich mal fast behaupte. Das ist schon ein kleines Problemchen an der Stelle. Weil wie ihr merkt, gehe ich nicht in dem ganzen Ding hier unter. Sondern die kleben an mir hinten dran. Deshalb ist immer die Hoffnung da. Ich den einen oder anderen abschüttel. Aber jetzt ist gleich eh vorbei. Jetzt ist es vorbei. Oder? Ah. Es war. Ah. Grenzwertig. Aber noch quer. Noch nicht auf dem Dach ganz. Das war schon sehr grenzwertig gerade an dieser Stelle. Huch. Seitlich noch. Relativ seitlich. Aber das war schon ein Ganze, Alter. Jetzt tue ich es ja. Weil ich glaube, ich schaffe es eh nicht. Ich glaube, mich haut es eh gleich irgendwie auf Schnauze. Ja. Guck mal hier zum Beispiel. Der Tank ist gleich leer. Ja, Alter. Gib mir Blackout, Alter. Der hat mir gerade einen Blackout gegeben. Das ist richtig reing. Ja, Alter. Was soll ich denn jetzt machen, wenn der hat einen Blackout gegeben? Ich darf ja weiterfahren. Trotzdem. Der hat mich jetzt da voll reingeballert. Raus auf dem Fahrzeug. Aussteigen sofort. Alter. Raus aus dem Auto. Das Auto ist kaputt. Steck aus. Ja, weil sie mir hinten drauf gefahren sind. Raus aus dem Auto. Bruder. Raus. Ich kann nicht. Sie sind mir hinten drauf gefahren. Ich habe nichts mehr gesehen. Weil sie mir hinten drauf gefahren sind. Sie haben mich gegen den Baum gescheppert. Ich kann nicht aussteigen. Ich bin verletzt. Also fährt er mit voll hinten drauf. Weil das war ich jetzt das Auto kaputt, weil der mir hinten drauf gefahren ist. Stück Scheiße, Alter. Das kann ich nicht mehr weiterfahren. Das ist halt Kacke. Aber verursacht durch Polizei. Weil der mir hinten voll drauf gefahren ist und ich einen Blackout bekommen habe. Der muss mir halt auch nicht hinten so drauf ballern, dass ich halt echt einen Blackout kriege. Ich kann jetzt sagen, ich bin verletzt. Aber ich kann aussteigen und jetzt theoretisch den Wagen klauen. Aber das macht jetzt keinen Sinn. Ey Bruder, warum fährt ihr denn so hinten drauf? Ich hatte Blackout und das Auto kaputt. Informativ Kennzeichen von der G-Klasse Lava Boards zusammengeschrieben. Ich könnte aussteigen. Ich bin nicht verletzt, theoretisch. Ich habe das gesagt, aber ich bin eigentlich nicht verletzt. Ich kann aussteigen und wegrennen. Das ist dumm, weil die hier vorne stehen mit Waffen. Aber ich könnte probieren, wegrennen. Ich könnte probieren, wegrennen. Oder ich knall den allen Headshot. Das würde auch noch gehen. Ich glaube, das wäre echt dumm. Das wäre echt dumm, wenn wir jetzt allen einen Headshot knallen. Aber es würde gehen. Wenn ich jetzt schnell bin, würde es funktionieren vielleicht. Allen drei einen Headshot, weil die gerade so schön aufgestellt sind. Da muss ich aber richtig schnell aim. Aber würde klappen. Theoretisch dürfte ich weitermachen, weil ich wurde ja verletzt durch den Polizeiansatz. Das heißt, ich dürfte theoretisch alles jetzt machen. Ich bin nicht verletzt. Ich habe ihnen zwar gesagt, ich bin verletzt, aber ich könnte machen, was ich will. Also ich könnte aussteigen und komplett durchziehen. Die sind mir hinten drauf gefahren. Also verursacht haben sie es ja. Lass mich kurz ins Regelwerk reinlesen. Bevor ich da jetzt irgendeinen Scheiß baue. Aber ich schaue nochmal ganz kurz, wie sich das überschlagen hat. Wesen wir, ob das jetzt wirklich ein Überschlag war oder wie sich das seitlich war. Wenn es jetzt wirklich ein Überschlag war, ich habe es nicht gesehen, Leute. Wirklich nicht im Wald. War ich so konzentriert. Mir kam vor, ich war seitlich. Aber so als ich mich überschlagen habe, bleibe ich jetzt hier einfach sitzen. Ich schaue mal ganz kurz. Weil das war schon grenzwertig mit einem Überschlag vorhin. Von meiner Fahrweise. Ich schaue mal schnell. Ah, das war schon, ja warte, der ist halt hier. Der ist halt, an der Wand war er halt. Ja, er hat halt Richtung Boden, also nicht Richtung Boden, sondern Richtung Wand gezeigt. Also es war schon. Er hat halt nicht Richtung Boden, sondern Richtung der Wand gezeigt. Das war also kein richtiger Überschlag an sich. Aber es war schon grenzwertig so, wisst ihr? Ich war seitlich. Also er lag Gott sei Dank seitlich. Ne, es war seitlich, zum Glück. Ja gut, er war seitlich. Also es hat mich nicht wirklich überschlagen. Weil ich überlege gerade, soll ich jetzt einmal aussteigen und hoffen? Oder soll ich aussteigen und... Weil ich könnte. Also schau mal. Guck mal kurz rein. Alle Unfeuerheitliche Mitarbeiter sind ausgenommen. Ja stimmt eigentlich, ich kann eigentlich jetzt gehen. Er ist mir hinten reingepittet. Ich dürfte gehen. Also ich könnte jetzt einfach aufstehen, weil ich muss ja eigentlich nicht die Dings rufen. Ich könnte gehen. Ich könnte aufstehen und gehen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Soll ich das einfach machen? Also ich könnte. Ich habe nochmal nachgelesen. Ich könnte aufstehen und einfach gehen. Aber verletzt bin ich nicht, weil er mich hinten reingepittet hat in dem Fall. Schau mal, die stehen hier. Und wenn ich jetzt ganz schnell bin, könnte ich. Stehenbleiben, wir tasern. So, 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 so. Waffe. 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 Täter können rausbefüllen, um Gemüter. Täter deployt. Täter deployt. Hilt? Hilt. Ach, kacke. Ah, ich habe es probiert. Hätte es eigentlich, dass der offen wäre. Schade. Aber festgenommen. Okay. Äh, Bruder, ich bin nicht verletzt. Alles gut. Ich habe nur so getan, als ob. Hey, hallo. Kennen Sie Ihre Rechte? Äh, ja, kenne ich. Okay, gut. Äh, Cordwell? Sehr bitte, was? Alles gut Achso, ich dachte, sie meine mich Entschuldigung, excuse me Hoffentlich vergessen sie diesmal die Beute Aber es war echt F Aber ich hab's probiert 0-2 dein Auto Das war mein letzter Ding gewesen Aber ich find's halt uncool Ich hab eh schon kaum eine Chance gehabt heute Es war echt alles lief schief Der stellt ein Motorrad vorne hin Ich heul mich jetzt aus Der hol ein Motorrad-Unit Das, was ich genau nicht wollte Weil das Motorrad vor der Bank steht, was nicht mir gehört hat Weil das diesen Typen gehört und ich nicht gecheckt hab Und dann verfahre ich mich noch Dann ist die Motorrad-Unit da, dann war der ganze Plan schon im Arsch Dann bin ich noch umgestiegen, hab probiert im Wald Auto blechweiß, es ist Tag Es ist nicht Nacht Alle Gegebenheiten haben heute gegen mich gespielt Und dann fährt mir noch ein Cop hinten rein Dass ich nichts mehr sehen kann Und dass mein Auto abfackelt halt Das, das ist so kacke Das macht mich grad ein bisschen med Weil ich so richtig hart Gerade unfair eigentlich festgenommen werd Weil mir ein Cop voll kann hinten drauf gefahren ist Kannst du ja mit deinem Rookie einmal machen Er ist mir halt voll drauf gefahren hinten Und ich hab nichts mehr gesehen Und mein Auto total scheint, weil mich gegen den Baum gesnackt hat Boah, das geht mir so nicht ein, ne Dass ich mich dann aus dem Grund halt festnehmen können Weil der mir hinten drauf gekracht ist ins Auto Ich weiß nicht, ob das ein Homeland Fall ist oder so Aber das ist halt, ja Ich find's halt nicht geil Weil das war kein Pit oder so Das war einfach reinrammen Und rahmen ist verboten auf RLO Also darfst du nicht einfach Ich weiß auch nicht, ob er verunfallt ist oder so Aber ich fand's halt uncool Ich hab, ich mein, ich war aber sowieso irgendwo draufgegangen Irgendwo dann, ne Also der hat mich, euer 100% hat mich erwischt Aber wie ist es nicht so, wisst ihr Aber der hat mich 100% trotzdem erwischt Aber halt nicht so Ich lass' Kopfschmerzen bekommen Und er mir aus der Karre fällt gerastet Das ist das Ding, was mich grad ein bisschen stört Weil die mir voll reingerammelt sind hinten Haben Sie einen Namen da hinten hinterher? Ich spreche nicht, ich mach vor Gericht Die machen vor Gericht? Ja, ich sprech nicht Jawohl Brauchen wir den Namen trotzdem Für die Gerichtsaktor? Sie können mir den Ausweis nehmen Ja, das können wir auch machen Ja, bitte Ihre Rechte sind Ihnen bekannt? Wurde ich gefragt, ja Vorgelesen haben, wollen Sie sie nicht? Nein Zack Warte, ich bausche hier was zu sagen Ja, in der Zwischenzeit baue ich hier mir meine Mini-Glock zusammen Sehr kreativ An alle Einheiten, Bodycam, selbst anzeigen, außergeschreiben Das geht für Gericht Sie sind sich auch verbotzt, dass man 20 Monate extra draufkommt? Äh, nein, ich werde Ihren Kollegen anzeigen Weil der mir fahrlässig hinter draufgefahren ist Na, sehr klar Und deshalb werde ich vor Gericht ziehen Ganz kurz Ach, das Ding Ach, Kacke Holmatze Ja, ich sag einfach, ich klasse vor Gerücht Leute, ich mach jetzt da nicht, dass ich jetzt irgendwie Humlid oder so einschalte Ist halt so Weil im Endeffekt, Leute Ich wäre sowieso draufgegangen heute Der Plan hat gar nicht funktioniert Er war richtig geil durchdacht Aber eine Sache hat's kaputt gemacht Und das war das Motorrad vor der Bank, leider Das, äh, ist schiefgegangen Ab da hab ich mir schon gedacht Das wird heute scheiße Ab da wusste ich Der Plan geht nicht auf Aber weißt du, warum geht genau dieser random Zu dem Zeitpunkt in die Bank Und ich check's nicht mal Dass ja ein Motorrad vorne steht Und die denken werden, dass ich damit abhauen werde So, wisst ihr Das ist halt das Ding Mir ist nicht eingekommen Und dann alles gedacht Alles durch Plan Und dann so ein kleiner Ding Aber so schnell kann's gehen So schnell kann's halt gehen, Leute Aber ist halt trotzdem Kacke Oder trotzdem, muss man sagen, Kacke Dass der Plan halt nicht aufging Und dann halt Können Sie mich führen? Das geht auch Oh bitte Ich werde gern geführt von einer Domina Ich mach schon mal die Tür auf Jawohl Sorry, so, warte Ich mach nur ganz schnell Ah, Kacke Oh Gott, sind die Dinger schwer Die Tür war noch auf Achso, ja, gut Ich brauche da grad so eine Miniglock zusammenzubauen Sorry, Leute Aber ich hab grad nichts besseres zu tun als das Gut, haben Sie irgendwie irgendwas In den Tasten, woran ich mich verletzen kann? Ähm, ja Okay Ich konfessiere mal kurz das Schwarzgeld Wie mal Retter, DeepGlock, Tailor So wie die Taschenlampe Iphones bekommen Sie wieder Oh nee Genauso wie die Waffen Sofern Sie einen Waffenschein haben Oh, oh, Kacke Äh, ich hab ja Waffenschein Okay, den müsst ihr euch dann gleich nochmal sehen Können wir gleich machen Sollte sich das alles Ich hab ihn heute geholt Den hab ich mir heute das geholt, Alter Der wird sich denken Was ist denn da los? Er hat einen Waffenschein geholt Und machte den Bankraub Das ist lustig Ich hab nämlich mit einer legalen Waffe einen Bankraubpunkt gemacht eigentlich Stimmt, ich hatte keine illegalen Waffen dabei Jetzt kommt's gleich Wenn ich sagen würde, dann tue ich doch alles Oh, warte Ich krieg der Ding nicht rein Alter, warum hab ich das überhaupt aufgemacht, Alter Jetzt ist das ganze Ding Also ihr seht das gerade nicht Hallo Wie kann man helfen? Kevin Hartmann, alles klar Gut Ja Oh, warte mal Ich geh das nicht mehr durch Hallo Ja, das wollte ich mich dann auch noch holen Ich hab da so eine Mini-Glock Und die hab ich heute Das können wir mich gerne aus Ja, ich bin ich Auseinandergebaut Ich krieg die Feder einfach nicht mehr rein Das triggert mich gerade richtig heftig Diese Feder, da ich reinklisch Zack Warte mal, was kurz Sorry Ach komm, jetzt geh doch mal rein Prinzessin Weiß, ich probier das schon Ich hab das schon vor dem Stream probiert Und jetzt hab ich kurz Zeit dafür Sorry, Jungs Ganz kurz Ich hab's gleich Gut Ich nehm ich mal kurz Na komm, jetzt geh rein Doch, hör Bitte 1, 2, 3, 4 Suchen Sie aus Na okay, dann geh ich Der einzig lauere Ne, ich krieg das Ding nicht rein Also es hört sich jetzt blöd an Aber so ist es leider Ich komm auch die ganze Zeit Gegen das Mikrofon Tut mir echt leid, Leute Na komm, jetzt aber wirklich Jetzt gehst du da mal rein Ich komm nochmal kurz hier an die Tür Dann nehm ich dann die Hand schon ab Ja, natürlich Ich muss gerade im Kopf was klären Im Kopf muss ich gerade meine Glock zusammenbauen Tut mir leid da her Meine Mini-Glock Ich krieg das nicht rein, Alter Das ist ein Schlüsselanhänger nämlich Wollen Sie den Helm doch abnehmen, oder? Äh, ich bin gerne mit Helm Ne, ich jetzt muss leider ohne Dann sagen Sie Ziehen Sie den Gottverdammten Helm ab Und sagen Sie nicht Wollen Sie Weil wollen ist keine Aufforderung Das ist eine Frage Dann mach ich jetzt Helm ab Dann mach ich halt nicht, ne? Dann kann ich auch gerne Genau, dann sagen Sie einfach Ziehen Sie den Helm ab So, bitteschön Gut, die Maske als nächstes Ja Bitteschön Dankeschön Äh, Gott, hast du mit der Trocken aus? Was hattest du? Ja Ja, aber sie sind ja schrocken Ne, war auch mein Kollege hinter mir stand Gut Ne, komm, Alter Passt du Ach, nein, nicht ausländisch Geht das hier überhaupt durch? Gut, dann mach ich mal ganz kurz Dann muss ich mir gleich Namen sagen Okay, es passt durch Aber die Feder geht nicht rein Geht ihr das hin? Braucht ihr mich? Ach, mein Gott Oh, warte, ich hab ne Idee, wie ich das mache Gegen den Oh, nee, das geht sich nicht aus? Oh, Mann, bitte Jetzt geh doch rein, du blöde Leute, das ist so blöd Ich probier das grad wirklich On-Stream zu machen Weil mich das gerade so anpisst Dass das Ding da nicht reingeht Und jetzt sind da überall Katzenhaare drauf Weil ich das auf mein T-Shirt getan hab Ich bin voll mit Katzenhaaren, Alter Das ist kacke, wartet Ach Wartet mal so Reinstecken Oh, jetzt passt doch einfach durch, Bruder Also, warte Jetzt hab ich's gleich Jetzt hab ich's gleich Und's durchstecke Und es passt nicht Alter, bitte, Bruder Ey, kann mir irgendwer sagen Wie ich das Ding wieder zusammenkriege Das ist Das hab ich vor dem Stream Hab ich das auseinandergebaut, ne? Ja, hört mal nur zu Ja, das hört sich ja komplett wrong an, Alter Ich will's gar nicht wissen Wie ich das anhört Oh, ach, mein Gott Ich bin ein Trottel Oh, mein Gott Das kann man auseinandernehmen Ja, super Toll, dass ich das jetzt weiß Das hab ich nicht gewusst Warte, ich kann den Lauf auseinandernehmen Aber es hilft mir trotzdem nix Der kriegt das Ding ja mal rein, Alter Kriegt das mal rein Wobei, wenn ich das hier Das hier so reinmache Ne, das geht sich ja trotzdem nicht aus Oh, mein Gott Leute, nehmt niemals Niemals so ne Mini-Waffe auseinander Das kriegt der nie wieder zusammen Ich merk das gerade richtig heftig Ich krieg das nie wieder zusammen Das Ding Warum hab ich das übereinandergebaut, weißt du? Warum? Achso, ihr weißt, weil sie gesteckt hat Das hab ich so auseinandergebaut Dann weiß ich wieder Ja, gut So, steck mir das da nochmal rein So Du musst gerade eben Chill absitzen So, und jetzt steck ich das hier nochmal durch Und jetzt gehst du bitte rein da Sonst Rast ich aus Ah, ja, ja, ich hab's, ich hab's gleich Ich hab's, ich hab's, ich hab's Es ist drin, es ist drin, es ist drin Es ist drin Ja, ich hab's geschafft Nehmen wir an, das nehmen Sie nicht Weil ich es nicht befehligt habe? Äh, genau Sie müssen befehlen Gut Ihre Telefonnummer Äh, boah, Bruder Ich muss gucken Ich hab kein Telefon Ich weiß den nicht auswendig Wirklich nicht Oh, ich hab's wieder zusammengekriegt, Leute Es geht wieder Äh, Sekundchen Oh, es geht wieder Ich kann Eingetragen ist er nicht Ich kann das Ding Endlich wieder zusammenbauen Wartet mal Oh, nur SIM-Karte Sprich, Sie können nicht schreiben Oder telefonieren Aber es reicht für die Telefonnummer Wenn ich mein Waffe ich in mein Handy Setze dir an, die ist hier Bilder Oh, ja, es geht wieder Dann guck ich, danke Jawohl Ich hab's grad legit reinbekommen Im Stream, Alter On-Stream Ich hab sie grad zusammengebaut Äh, ich weiß mein Telefonnummer nicht Auswendig Nämlich Wartet mal ganz kurz Äh, die 800-78-91-0 Haben sie 800-78-91-0 Ja, genau Sehr gut Hab ich Oh, Gott sei Dank Alter, geht das Ding wieder Ich hab mir schon gedacht Das kann doch nie sein Dass ich das nicht reinkriege Aber jetzt geht das Ding Wartet, wartet mal Wört mal Wört mal Wartet mal Mensch, Deutsch Brauch ich das Handy wieder Wartet, wartet mal Hat das gerade gehört? Ist ne Miniglock Äh, ja Ähm Warten Sie, ich muss suchen Ding sind bei Entlastung wieder zurück Äh, da liegt ja schön Äh, geht nicht Kann ich nicht zustecken Zu viele Aber warten Sie Ne, warte, warte, warte Jetzt geht So Perfekt, danke Gut, ich mach die Akte Deutschner fällig Äh, ihr Die E-Mail-Adresse Im D-Funk Äh, warte, was ist ein D-Funk Sie haben ja mein Funkgerät abgenommen, oder? Ihre E-Mail-Adresse Wie kann man sie kontaktieren Wenn sie grad nicht über Handy erreichbar sind Über Dies Äh, was, über eine Was haben Sie gesagt Einen Einen Disc Ihre E-Mail Ihre E-Mail-Adresse Einen Disc-Funk Bitte? Brauchst du nicht reinschreiben Brauch ich nicht? Brauchst du nicht Du kannst schon Ich meine, aber Ich verstehe doch den Funk nicht, was ich damit meine Ich hab keine Funkgeräte Nee, nee, alles ist gut Also wissen Sie Nee, nee, alles ist gut Okay, gut Danke schön Oh, ich hab dreimal Glocken bekommen Ich hab grad 2500 Dollar gewonnen Alter, warum hab ich so viel Glück? Was ist denn da los? Oh, Bruder, wenn das jetzt hat Boah, Bruder Nein, Alter, Bruder Bruder Du hast ja 10.000 Dollar fast gehabt, Bruder Fast Fast alles gewonnen hier Und nicht wieder der D G-Funk, Alter Ach, schau mal Hier ist die Mini-Glock Die hört man Warte, hier Und die kannst du Da kannst du sogar so kleine Patronen reinmachen Da kannst du so ganz kleine Patronen Die hab ich mir gekauft Die ist aus Die gibt's bei AliExpress und so Kann man die kaufen, die Dinger Aber die kostet dann sauviele Musst du dir sauviele Stückzahlen holen Deshalb hab ich die jetzt aus Amerika geholt Die ist voll süß Die ist richtig süß Da ist so ein kleines Magazin Aber die schießt halt nicht, ne? Das ist nur so kleine Patronen So zier da einfach So zum Wind stellen Aber die sieht aus Wie ne echte Glock Nur ein ganz, ganz klein Und sie funktioniert auch wie ne echte Also Da geht sogar hier der Der Schlitten und alles runter Und sogar Schlitten fangen und alles Das ist so krass, Alter Aber so süß das kleine Ding hier Und das hab ich jetzt noch schnell zusammengebaut Weil vor dem Stream hab ich's auseinandergebaut Und dann musste ich's in den Stream starten Und es dachte ich mir Ach komm, jetzt hab ich im Polizei-Auto-Sitzbrück grad eh nix Das baue ich hier zusammen Aber es geht wieder Gut Ich hab schon die Befürchtung gehabt Ich redest den nie wieder zusammen Das kann ich mal vorlesen Dustin S51 Kannst du bitte Tom und mich grüßen? Bist der beste YouTuber Ich grüße den Dustin S51 Und den lieben Tom Ronny Friedrich Wie war das mit Nie wieder Knast? Ja, das Der Titel ist heute gut gewählt Der ist gut gewählt, Leute Da war ein Like halt dafür, so was? Den haben wir heute richtig gut gewählt Ich hab gedacht, der Plan kann nicht schief Ich hab's gekriegt Alles schief Alles, Alter Ja, aber meine Angst war schon Wie ich in diesem Baum da gedonnert bin Dass mir hinten einer drauf fährt Das war schon meine Angst grad vorhin Aber es ist genauso passiert SendXGH, vielen Dank für uns die Send Und der Saarländer Guten Abend Ich komme in den Stream Und du wirst verhaftet Das ist halt geil mit dem Titel Brauchen Sie medizinische Versorgung Nach dem Unfall? Nein, ich hab gelogen Okay, alles klar Ich weiß nicht, wen ihr drin habt Aber Ich hatte Ich hatte Ich hab gelogen Alles gut tut mir leid Es war ein Fluchtversuch Hat nicht funktioniert Voll hinten drauf gefahren Ah, ist das schön Auf die 6K-Likes, genau Lukas Bachleiter Leider Danke für 42 und Cluedo ist auch VIP geworden Luisa 13-12-Hauten 5 war raus Mikkel Gaming 16-Haut-Wip raus Majelka, machst du nochmal mit Kevin Hartmann Mal eine Gruppe Mal ein paar Leute wieder Hast du so eine Gruppe gründen? Niemals mehr Nee Das geht nicht Geht nicht Magna Lump Ein Pirat stirbt nicht Ein Pirat findet die letzte Truhe In welchem Urlaubsort Wird am meisten geflucht? Tourette Mar Liebe Grüße Dankeschön, Magna Lump Tourette Mar Miegel Gaming 16 mit einem 10er Moin, kennst du mich noch grüße? An Miegel Gaming Kenn ich noch Grüße, geht raus Und Puko Galussa ist VIP geworden So Das glaube ich Hab ich jetzt vorhin vorgelesen Sebastian Sebastian Ehe nur 7 Egal wie gut du schläfst Albert schläft wie ein Stein Diese Flachwitz ist aber auch schon alt Du musst doch wie Magna Lump Mal Sachen raushauen Die neu sind Die ich noch nicht gekannt habe Oder kenne Wie bei dich bleibst du Du bist du Löwe Von Michael Emrich Löwe Das musst du erst Bei Andel machen Alles für 9-11 Teuer Teuer Das ging alles in die Hose Es ging alles so hart In die Hose Also mehr In die Hose gehen Als heute Ging gar nicht mehr Der Plan war Kompletter Bullshit Ich glaube Wäre ich am Motorrad gefahren Hätte ich mehr Chancen gehabt Aber ich hab nicht Drüber nachgedacht Dass im Zauberwald Mein Auto weiß ist Und ich da reinfahre Und die das Ding halt Gestochen scharf sehen können An das hab ich auch nicht gedacht Die sehen das Ding halt Das ist kacke So Ja Jetzt sitze ich hier halt Jetzt sitze ich hier halt Mario Erma Vorgesen Du hast Ein Balko Viel Glück Drücke dir die Daumen Grüße aus Illing Ja das Daumen drücken Hat nicht funktioniert Aber danke Kiewaufisch auf dem Geil Grüße aus Ottweiler Da hab ich schon zurück Nach Ottweiler Was sind das alles für Orte Ottweiler aus Illingen Und einer gleich aus dem Topfen Gernotstrudel Ich hab mal bei Andel Hab ich mal so Donations gemacht Grüße aus dem Topfenberger Topfenhügel Er hat vorgelesen Mit so Das Fäustchen gelacht Weil er es vorgelesen hat Grüße aus dem Topfen Reinschrumsch Oder so irgendwas Er hat selber angefangen zu lachen Dann sagt er mir so Ja Grüße zurück Dorthin Und er hat schon so richtig gelacht Weil er gesagt hat Was sind das denn für lustige Sachen Ich frag mich jetzt Wie lange ich hier drin bleiben muss Ekelhaft Oh war Wobei Ach der hat mir mein Handy Weggenommen Ich würd sonst Doodlecharm spielen Wir machen Dür auf Und wir machen Dür zu Wir machen Dür zu Und wir machen Dür auf Warum kann ich eigentlich Da durchgucken Guck mal Ich kann durch Ach egal Ich frag gar nicht erst Ich frag das gar nicht erst Wird schon passen Ja dann warten wir mal Es hat der Plan Ey aber das ist wieder das typische Weißt du ich mach einen Plan so Der wirklich heftig ist Und dann kotze ich rein Aber das ist meistens so Komischerweise die Pläne Die ich nicht plane Läufen am besten Ist wirklich so Einfach einen Plan durchziehen Der easy ist Und zack ist Aber es kommt immer was dazwischen Es kommt immer was dazwischen Wie das heute mit dem Motorrad Ach Das ist halt so Damit muss man leben Warten wir mal Jetzt machen wir erstmal keine Show hier drin Jetzt warten wir sich immer zwei Stunden Bis ich fertig bin Gut Herr Hartmann Äh ja Ich lege Ihnen mal kurz Kabelbänder an Sie sind dann soweit entlassen Handy sowie Funkgerät und Bewaffnung Im Waffenschein muss ich nochmal kurz sehen Äh ja haben sie doch nicht bekommen Äh ja haben sie doch nicht bekommen oder Nene nur im System Ja bitte schon einmal kurz Dann äh Ja okay Gut dann gebe ich Ihnen schon mal Die Waffe wieder Hoffentlich werde ich jetzt nicht eine Waffe Also eine Kugel fressen davon Wäre ich sehr dankbar Äh warum sollte ich Äh alles gut Also ich könnte sie entführen und dafür Geld verlangen Eine Glock 17 Eine Glock 17 hab ich noch abgenommen Richtig Ja Beretta Glock 17 Beide Die Schmei Beine meine Genau Genau Und dann der Handy Der Funkgerät und äh ja Handy Jetzt haben die Geiselnau mit drin starten Würde ich fühlen Sollten Sie davon schon alles haben Äh ja Sehr gut Dann lege ich Ihnen schon mal Kabelbänder vorne an Und dann einmal folgen Hätten Sie die Kabelbänder vorne anlegen können Vor den Händen bevor sie mir Waffe zustecken Hätte ich machen können ja Wäre sicherer gewesen Weil sonst hätte ich schon geknallt Da drinnen Ich hab da mal kurz auf Vertrauen gesetzt Auf Vertrauen? Na glauben Sie ich knalle gleich alle ab da drinnen oder wann? Ist da Ah jetzt jetzt packen sie ja aus Jetzt aber wenn sie doch eins Ne ne nicht ihretwegen Nicht ihretwegen Achso warum denn Warum denn was schon passiert? Ne ich hab nur überfunkt Dass hier paar Leute sind Die wir nicht hier haben wollen Äh die mich nicht haben wollen? Ne die wir hier nicht haben wollen Achso Na Sekunde ich muss die Kabelbänder noch abnehmen Ja ne ich weiß Ich warte hier Dann haben sie hier Ja Danke Vielen Dank Wir hören uns Tschüss Guten Tag Einmal bitte zum Hauptplatz Willkommen Sie Ähm Ja einmal zum Hauptplatz bitte Der hat gesagt Ich sollte einsteigen Einmal wieder aussteigen Der hat aber gesagt Sie fahre mich zum Hauptplatz Einmal wieder aussteigen Aber der hat gesagt Sie fahre mich zum Hauptplatz Nein fahrt er definitiv nicht Also er hat vorhin gesagt Der war da draußen Große Auto Und der hat mir Hauptplatz Das ist doch große Auto Oder nicht Sonst fragen sie mal Er hat gesagt Ich darf hier einsteiger Mitfahren Kollege hast du zu ihm gesagt Er soll bei mir mitfahren Okay das sagt er nämlich Gerade Okay Sie dürfen einmal wieder aussteigen Das ist ihnen nicht angeschafft worden Achso Ja gut dann Ja Bruder Warum machen sie zu? Glauben sie ich steige nochmal ein? Ja Gut dann Dann fahren wir Komm los geht's Jetzt haben sie mich eingeladen Oder? Jetzt haben sie mich doch eingeladen Okay ausnahmsweise Kriegen sie einen Taxifahrt Oh dankeschön Ich will mich nicht kennen Ich habe mir vor den Fuß verstaucht Ich habe mir nichts gesagt vorhin Nach dem Kunden Da er ist jetzt die ganze Zeit Punkt Fahre ich den Herren Jetzt einmal ganz kurz Na passen Sie auf Mir ist nämlich vor einem Kollegen In ein Auto gefahren Und da hatte ich kurz so Probleme mit Augen Und da habe ich mir den Fuß verstaucht Ich habe jetzt aber extra nichts gesagt Weil ich wollte jetzt keinen Aufwand machen So ich setze sie dann einmal hier ab Dann an ihre Ruhe Dann wünsche ich ihnen noch einen schönen Abend Danke ich wünsche ihnen ebenfalls Haben sie vielleicht So Taxiunternehmer mit großer Auto wäre gut Nein Ja würde ich Würde ich Würde ich weiter empfehlen Würde ich weiter empfehlen Wissen Sie Würde ich weiter empfehlen Guten Tag Entschuldigung Das riecht denn hier so nach Alkohol aus der Kiste hier Das riech ich auch sehr Sie entfernen sich jetzt bitte Sie entfernen sich jetzt bitte Von der Polizei Genau bitte entfernen Das geht doch nicht Sie können nicht hier mit alkoholisiertem Auto stellen Das geht nicht Auto wegmachen bitte Wer das Alkohol ist Ich bin von der CIA Wollen Sie Ausweis Guten Tag Von der CIA Guten Tag Von der CIA Würden Sie bitte die Amtshandlung des Kollegen nicht stören Ich bin selber Kollege Ich bin von der CIA Ich bin hier und Ich bin hier Okay da bin ich halt nicht Gut Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag Da wollen Sie eine Rose haben Nein nein alles gut Ich bin nicht bei CIA Mache ich nicht Ich tun das so Warum nicht klar ist das vor Gericht geht Ich habe gesagt ich klar ist vor Gericht Weil der Typ halt voll hinten drauf gefahren ist Da habe ich halt verklagen auf Schmerzensgeld Weil ich dann sagen würde Ja ich habe später herausgefunden Dass mein Ding durch ist Weil der ist eigentlich Mein Motorrad muss ja doch irgendwo stehen Eigentlich Schau mal Guck mal Alter Bruder Äh Ich habe das Gefühl Das war ein Homelander Das muss Homelander sein Das ist sonst nicht möglich Also entweder ein Homelander Oder ein Modder Jetzt bin ich gespannt Ob das ein Homelander war Leider sehe ich das jetzt nicht mehr Ich schaue mal Ob mein Ding ist in der Steht In meinem Motorrad Vielleicht haben sie es stehen lassen Mit ein bisschen Glück Haben sie es sich abschleppen lassen Was jetzt auf den Baum und ruft Aha eine Orle mit Ja den kennt ihr auch schon mit Mit einer Erkenntnis Ne das geht doch so Eine Eule mit Sprachfehler Was mit einer Erkenntnis Ne dieses Aha ist Sprachfehler In der Eule Aha Aha Jetzt wahrscheinlich ein Juve mitnehmen Würde ich fühlen Aber wo ist ein Motorrad Herr Hartmann wieder Ja Herr Hartmann Was ist denn los Er hat mich gerade Ist rausgelassen Ne ich mache jetzt mal ein Juve Ein bisschen was mit Als vorher richtig reingeschissen war Und der Plan war so gut durchdacht Ne Das ist so traurig Aber der muss halt Mit dem dreckigen Die hätten niemals Ein Motorrad ausgeparkt Niemals Never ever ever Wäre sehr lieb Mit dem Motorrad Von der gestanden Niemals Wären die darauf gekommen Mit dem Motorrad Nie Aber was ist Ja Motorrad steht Vor der Tür Ich sag Hallo Ich merke es zu spät Weil ich den Motorradfahrer gesehen habe Und ja So schnell kann es gehen Na gucken wir mal Ob das Auto Also das Ding da steht Aber ich glaube Das ist weg Oh Entschuldigung Katze Oh nee Der ist in der Katze Es tut mir voll leid Sorry Ich verkaufe einen Gartentrimmer Da ist eine Frau Die kauft nichts Schaut hier nur vorbei Yes Ja kein Problem Ich calle gerne back Und hier war ein Motorrad Das haben sie sich abschleppen lassen Na mal gucken Oh nee Der steht noch da Guck In aller Frische Ja ich sag's euch Wäre ich mit dem Motorrad abgehauen Also wenn ich hier so ein bisschen gewartet Hätte ich hier umgedreht Und wäre nochmal weggefahren Ich glaube Ich glaube Dann Hätte ich es vielleicht geschafft Irgendwie Irgendwie In der gewisse Art und Weise Ich hier so ein paar Gänge durchfahre Aber was mir nicht so krass eingeht ist Ah doch Wobei Der hat vorne umgepackt Weil ich da drüber bin Genau Der ist hier umgefahren Und dann ja War schon da Super Und das Ding ist beschädigt Auch noch Jetzt nochmal ein Juwe mit demselben Bike machen Das fühl ich Wie wärs wenn wir mal ein Juwe machen Mit einer KTM Off-Roads Und äh Ne Die fährt sich kacke Die Alter Müssen wir in der KTM kaufen Aber mit der Kiste hier Ach kacke Ah Oder mit der Kiste hier Und was jetzt gehen wir beschweren Ich hab kein Geld Ich hab gedacht Boah das wäre so viel Geld gewesen Hatten wir über 300.000 Dollar Schwarzgeld Das wäre 700.800k gewesen Wenn wir das durchgezogen Mein Gott Ist das grad nervig 6.000 Dollar Alter Scheiße Ich Irgendwie Geld Oder sowas Dass ich 6.000 Dollar Für eine Reparatur Für eine Motorradenzahl Weil ich keinen Werkzeugkopf habe Und kein Mechaniker da ist Ohne 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 Kritik Ist das Das ist schrecklich Und jetzt meine G-Klasse Auch weg Also ist das alles weg Die ganzen Sachen sind weg Und jetzt ist der Tank wieder fast leer Der war schon die ganze Zeit fast leer Bei der Kiste Also Ja lustig Er ist jetzt voller als davor Der Tank war davor fast leer Wo ich weggefahren bin Und jetzt ist er fast voll Alter Das ist doch Der verarscht mich doch Ja komm lass einfach mit dem Motorrad Auch mal Aber wisst ihr was ich mach Geh rein raus Ach komm Kacke Wäre ich doppelt gemoppelt Herr Hartmann Was machen sie denn Zwei mal heute schon mitgenommen Och tschuldigung Das tut mir voll leid Also es tut mir wirklich Vom aller Herzen Tut mir das gerade leid Herr Hartmann Warum nehmen sie das zweimal mit Was habe ich denn für Outfits Das Hartmann Ich habe glaube ich Mein Gucci Oh das ist es Das ist es Das ist mein Outfit heute Oh ja That's it Ich glaube es ist günstiger Das Ding braucht Das ist sicher Und zu holen Das ist nochmal einzuparken Sad life Jetzt wird mir auch noch fehlen Dass ich ins Krankenhaus komme Weil ich voll auf die Fresse fahre Mit der Kiste Das wird noch hart fehlen Ich schau mal ob offen ist Nur mal gucken Nur mal rein spicken Wir wollen ja gar nichts Wir wollen ja gar nicht klauen Wir wollen nur spicken Ich brauche ja irgendwie Geld Ich weiß noch nicht Wie ich Geld machen kann Die einzige Lösung Ist hier reingehen Soll ich einfach reingehen Und probieren Oder Geisel Einfach probieren Ich weiß nicht Ich würde es irgendwie lustig finden Gerade eben Mit dem selben Motorrad Aber die Kopf sind so da So schnell kannst du gar nicht schauen Sind die da So ein rein raus Ding Ich weiß nicht Ich traue mich gerade nicht Ich wollte ja schauen ob offen ist Wenn wir in der selben Maske gucken Und dann wieder sagen Ja Bruder Ich möchte das vor allem mal gerecht Klären Ich schau mal ob offen ist Vielleicht ist es eh zu Na ist offen Sogar offen alter Ich weiß nicht also Wäre lustig ne Aber ich werde gleich gehopst Wenn ich da reingehen Weil ich habe keine Geisel Leute Ich würde das ohne Geisel machen Wenn dann Einfach reingehen Und probieren Das Ding raucht mir auch gleich Um die Ohren Wobei ich habe eine Idee Was ist Wenn wir das richtig fies machen Ich hole mir ganz schnell Nossflaschen Und ballere dann Auf der Autobahn Mit dem Ding Was über 300 fährt Mit Nossflaschen durch Da bin ich eigentlich weg Also das wäre jetzt so meine Idee Jetzt An dieser Stelle Ich hole mich im Werkzeugkasten Zwei Nossflaschen Und ballere Oh kacke Und ballere dann durch Und das war mein Führerschein Der jetzt gleich weg ist Das liebe Leute So klingelt es Wenn der Führerschein weg ist Und ich will weg Ja was ist ein dolles Ich zeige mir Was ist ein dolles Was ist ein dolles Passiert Sagen wir mal Wovon wir da hin Oh scheiße Das ist ein Marshall Boah alter So jetzt ist die Frage Wo kriege ich am besten Für dieses Motorrad Nossflaschen Ja Mit Führerschein Soll ich weg Er klingelt Er klingelständer Ne ich brauche Nossflaschen Jetzt ist es sehr wichtig Unten Werk zu casten Eigentlich beste Idee wäre Versicherung fahren Oder Hauptplatz Ne Wenn wir mal logisch sind Aber jetzt fahre ich Jetzt schon wieder so rum Dass ich hier gleich wieder Kops hinter mir habe Ich glaube die Idee Mit der Nossflasche Ist ganz geil Einfach durchrasen Einfach machen Wir machen einfach Jure Auch ein bisschen Geld Dann gemacht Und wir hauen mal ab Und fahren weg Auf ganzem Spatterino Mit dem Fallschirm Sprich dringendwo runter Oder wir machen so Wir springen mit dem Fallschirm Runter Ich fahre mit dem Bike rum Ähm Fahr dann mit Von Chiliad hoch Und spring dann von dort runter Weil die werden sich Hier wieder in den R1 einschalten Wo ich das kenne dann Mit einem Raub Da ist ja die R1 wieder da Und dann komme ich eh Nicht mal weg Weil die kommt hinterher Ja mit Noss auch Hau wieder ein Oldschool Radlfahrer raus Grüße aus Deutschland Oh Radlfahrer Haben wir heute schon Ich habe schon ein Radlfahrer mitgenommen Das Mathebuch ist der einzige Ort Wo es normal ist 53 Millionen zu kaufen Naja oder Du bist halt Melonenverkäufer Da ist ja schon realistisch Wenn du Melonenverkäufer bist Du hast ja so einen Melonenstand auf Da sollst du schon 53 Millionen mindestens haben Ne Scharno Conner Dankeschön für 10i Leider stand dort nicht Wie ich jetzt den Ofen aufkriege Was Wenn ich selbst schon Auf 90 Grad stehen Das habe ich gemacht Leider stand dort nicht Wie ich den Ofen jetzt aufkriege Ah der ist geil Das ist Sebastian Das ist ein guter Den kann ich noch nicht Der ist gut Da 10 vor 10 Stern Gute Bewertung Wirklich nice Der bringt mich zum Grimseln Das macht mich happy Oh da ist der Kopf von vorhin Guck mal Aua Guck mal Unser Freund ist wieder da Unsere kleine Kotstuhle Kommt schon wieder um die Ecke Dann war ich ganz schnell weg hier Ganz schnell bin ich da weg Auch wenn die Polizei kommt Du brauchst nicht mehr den Roller War schnell Der fährt ja wirklich nach Alter war das grad knapp Das war grad die knappste Sache Die ich mir Die ich ever gemacht hab Glaube ich Alter war das knapp Weißt du wie blöd kann man sein Das kommt Dass man die Sachen Halt nicht mitnimmt Oder Ich muss aber zum Hauptplatz Ich brauch die Sachen Leute Ich brauch Nossflasche Oder ich weiß nicht Wo ich die herkriege Ich Ist ne Anzeige schalten Hilfe Hallo ich bin der Hartmann Ich brauch Oh mein Gott Ich brauch ne Nossflasche Flaschenverkäufer Flaschenankäufer Und Werkzeugcasten Hey Bruder Wala Frage Hey Bruder Ja Hast du Werkzeugkasten Oder Nossflasche Negativ Hast du nicht Nein Aber trotzdem danke Für den Für deinen frischen Beistand Entschuldigung Hey Bruder Hast du irgendwie Nossflasche Oder Werkzeugkasten Oder so Ja Hätt ich Aber hier ist zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen Wieso zwei Fliegen Mit einer Klatsche Was ist denn los Sie dürfen gar nicht fahren Und der Herr wird auch gesucht Nein Ich darf fahren Ich hab kein Zeichen Sie dürfen fahren Achso Schau Schau Was ist denn los Jetzt Ja die sind Da sind sie selber schuld Ich glaub sie verwechseln mich Gerade Aber das ist ein Bike Scheiße Scheiße Oh nein Durchfall Das ist halt genau jetzt sein Alter Ja toll Ich seh hier nichts Nicht hier reinfahren können Ich seh es halt nicht Alter Ich seh es halt nicht Ich muss mein Durchfall loswerden Ich muss mein Scheiß Durchfall loswerden Ich seh halt nicht Wo ich hinfahre gerade Das ist gar nicht so spacey Das ist ganz kacke gerade Wo muss ich genau jetzt Weißt du warum Komm ich jetzt Von den Copsteaks Sogar vom Motorrad Cop Weggekommen Was ist denn falsch Über Bankraub Geilen Plan Geschmiedet Ich verfarme mich 50 mal Und komme nicht weg Alter Das ist wieder so typisch Das ist wieder so Schau Beste Vorzeigebeispiel Ich mache keinen Bankraub Ich fahre 5 Meter Bin weg Ich hatte gerade Highspeed Ich hatte gerade Motorradpolizei Alles in dem her gehabt Gerade Alles Und ich komme in 5 Sekunden weg Und bei dem blöden Bankraub Fahre ich 50 Meter rum Denkt mir so Ja jetzt bin ich safe Steige um Ja das ist ja Komm der Schwachsinn Alter wieder Kompletter Kompletter Schwachsinn Ja ich glaube ich sollte einfach gar nichts mehr planen Ich sollte einfach nur noch fahren Alter Ein Verfahren habe ich mich auch beim Bankraub Verfahren habe ich mich auch Das ist wieder so typisch Aber gut der R1 ist halt nicht drüber Der einzige Punkt wo ich jetzt sagen würde Hätte beim Bankraub nicht funktioniert Da ich die ganze Zeit einen R1 hatte Aber cool Das muss ich mich ganz schnell umziehen Weil ich werde ja jetzt gesucht mit dem Outfit Das ist natürlich nicht so geil Und ich glaube ich mache hier mal Oh alter Habe ich gerade erschrocken Alter Ich mache hier ganz schnell mal ein Dings Yes Ein Restart Ach komm Ein Restart vom Dings der Bumse So Bin gleich wieder da Leute Einmal kurz quit Und rein da Ja ich bin halt zu Ich glaube wäre ich auf dem Bike geblieben Hätte ich es sogar weggeschafft Und ich steige um Weil ich mir gedacht habe Ah die sehen mich eh nicht Aber dann war es schon zu spät Dann haben die schon vorne zugestellt Und wäre ich dann hinten rausgefahren Hätten sie das gesehen Und hätten zugebaut vorne Das war halt richtig dumm von mir Das war richtig dump Ich bin nicht wieder da Leute Ich gehe nur gotcha pipi Gotcha pipi Pause Wenn wir mal zurück sind Bitte auf die 7000 Likes Bis zum nächsten Mal 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 Das ist der Sound Auf die Spinde Doch bin ich wieder Was ist die Dückspeise Von Piraten Kapern Fragt der Verkäufer Hallo Möchten sie kaufen Sagt der Ente Quark Dann sagt die Ente Quark Danke dafür Vielen vielen Dank Bitte erzählen sie mehr davon Ich suche mir doch schon So, jetzt bin ich da aber gleich wieder weg Endlich sehe ich wieder was Wenn der Durchfall drückt Der Durchfall drückt Oh, das ist doch keine Weste, ne? Das ist auch wichtig Mal gucken, ob ich denn finde Typen Und ich muss mal abhauen mit der Kiste Aber es ist krass, wie schnell die ist Also es ist wirklich das beste Bike Boah, der hätte auch eine Nussflasche gehabt Natürlich ist das Polizeibike wieder hinter mir Nur da kommt selbst das Polizeibike auch nicht hinterher Das kann er vergessen So, jetzt bin ich noch ein bisschen Boah, das Ding ist heftig, Alter. Ich hätte mit der Kiste nur auf die Autobahn fahren müssen und wäre weggekommen. Das ist so schnell, das Teil. Es ist heftig, wie schnell das ist. Krank. Alter. Ich ging gerade mit 330 auf einem Bike gefahren. Krass. 330. Ich weiß nicht, was genau drauf war. Ich habe glaube ich 330 kurz gesehen. Nämlich eher konzentriert auf die Straße, als dass ich da gucke, was auf dem Ding steht. Alter. Oder schreiben die Leute im Chat. Ach, der Chat ist gerade ein bisschen komisch drauf. Da werde ich einfach mal gleich hier. Zack. Ja, mache ich dort rein jetzt. Ja, ist halt kein Mod da gerade, ne? Jetzt mache ich einfach den Gang an, um das gut ist. Schau mal schnell. So. Ich habe gerade wen ausgeblendet, der echt assis im Chat. Dann moderiere ich mich kurz selber. Mal schauen. So, gut. Jetzt habe ich es. Zack. Jetzt ist der Typ, der Stress gemacht hat auch draußen. Oh, was ist das? Schau wer das? Ey Bruder. Jo. Du fliegst dich aus von Polizei, ne? Ja, ja, ja. Ne, warte mal. Ich werde ganz schön verfolgt, das zu Werk zu Kasten und Nussflasche oder sowas. Ja, hätte ich. Lass mal den Hangar da vorne reinfahren. Naja, komm, lass reinfahren, ja. Oh, korrekt. Der ist... Der ist... Der ist immer noch über den Weg fahr. Geil. Die haben irgendwie ein Problem mit mir. Keine Ahnung. Warum denn? Die machen richtig Stress im Karacho, Galat. Die sind zweimal hinterher gefahren bei mir. Zweimal. Ja. Ach, Anna, wo die das auch gerade schon gesagt hast. Oh, Mann. Da muss ich mal aufpassen. So, was willst du dafür? Ach, passt schon. Passt wirklich? Komm, ich geb dir wenigstens ein bisschen Trinkgeld. Komm, damit kannst du dir dann was kaufen, was Schönes. Warte, krieg ich's noch was schon, eh. Ich muss nämlich das Spike, wenn ich schon ein bisschen kaputt weischt. Bitte. Oh, danke, Bruder. Danke. Das ist schon ein bisschen kaputt. Jetzt muss ich gucken, weil... Wegen Werkzeugkasten. Weil es gibt... Ist ja keiner da so zum Reparatur machen. Weil er wollte vorhin 6.000 Dollar, wenn ich einpacke, wusste ich, okay, ist kaputt. Muss ich mal machen. Na gut, dann ist es kaputt, ne? Ja, so. Sonst raucht er gleich weg, wenn ich wegfahre. Ey, Bruder, aber ich schwöre, der fährt richtig gut. Der fährt so wirklich gut. Ja, ich hab das Spike auch. Das macht übel Spaß. Wenn's sein kann, warst du vor Hauptplatz? Ey, ja. Mit dem Bike. Da bin ich Probe gefahren damit, ja. Ach, du warst das. Ja, ja. Und deshalb hab ich gekauft, Bruder. Der fährt gut. Ja, Polizei ist auch ein bisschen Hackmack, weißt du das? Ich war vorhin Bankraub, hab ich gemacht. Mit der Bike hier. Ging in die Hoss. Das ging so in die Hoss. Haben sie sich geparkt, oder? Ja. Ja. Ich hatte, Bruder, ich hatte, bester Plan ever. Weißt du, was passiert ist? Ich sag dir jetzt, was passiert ist. Ich hab Bike am Arsch der Welt hingestellt. So, ne? Ich dachte mir, so gut. Ich hab Auto geklaut von random Typen, hab den mitgenommen als Geisel und so, bin mit dem gefahren. Und dann fahre ich zur Bank. Was ich nicht gecheckt hab im Moment, vor der Bank stand ein Motorrad von einem Typen, der in der Bank war. Jetzt haben die natürlich Motorradpolizei mitgenommen, weil die gedacht haben, das ist vielleicht meines. Jetzt ging der ganze Plan schief. Das heißt, Motorradpolizei war direkt einsatzbereit. Und ich wollte mit dem Motorrad halt flüchten, ne? Und dann bin ich halt drüber hingefahren, zu dem Fluchtort mit dem Motorrad umgestiegen. So, Motorrad direkt da. Ich hab mich verfahren. Dann dachte ich mir so, okay, gut, ich hatte noch einen dritten Plan. Das wäre gewesen mit Auto, mit Geländewagen in den Wald rein. Da hab ich immer gedacht, komm, ich steig schnell um, vielleicht sehen sie das nicht. Haben sie gesehen natürlich. Da war ich im Auto drin, dann bin ich in den Wald gefahren. Dann hab ich mich ein paar Mal probiert, da herumzufahren. Auto Schneeweiß von mir, haben sie gesehen. Ja, Bonn hat gesehen. Und dann, ja, bin ich in den Baum so ein bisschen reingefahren. Und ich konnte gar nicht, retour ist mir Polizist mit Remba hinten so krass drauf gefahren, dass ich in den Baum gerammt bin, dass ich nichts mehr gesehen hab. Und mein Auto total schadet, weil ich konnte nicht mehr weiterfahren. Und so werden die mich geschnappt. Oh, scheiße. Ja, das war richtig geschissen. Und der Plan war gut. Ich habe stundenlang geplant daran und es ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Ja, der erste Schiefgänger war, dass vorne Motorrad stand. Ich das nicht gecheckt habe und die Motorradpolizei geholt habe. Zweite Ding war, ich habe mich verfahren bei meinem Plan. Oppala, toll, jetzt bin ich, ich muss mal Aggressivität raushassen. Und dann, ja, und dann war, äh, Problem, ja, dieser Wald und mein Auto Schneeweiß. Und ach, ich will. Und dann noch Polizei, den drauf gefahren, dass ich nichts mehr gesehen hab. Zum Kotze. Oh Mann, also, wenn scheiße kommt, dann richtig, ne? Es ging alles schief, was schiefgehen kann, du. Alles schiefgegangen. Zum Kotze. Das ist meistens so, das ist so schrecklich. Ja, mir kommt vor, wenn ich, weißt du, jetzt, zweimal bin ich vom Kopf abgekommen mit Maschine. Kein Problem. Obwohl sogar Motorradpolizei war. Kein Problem. Wollen wir Nummern rausholen, falls du Probleme hast, kannst du herrufen. Ja, ja. Boah, wäre gut, ich habe keinen, mit dem ich Nummer habe. Ich bin allein, weißt du, ich bin allein in Rino. Lass mal gucken. Oh, Polizei, hast du gehört? Boah, warte, warte, Bruder. Die sind in der Nähe. Ich habe gerade gehört. Die fahren hier nicht gucken. Ich habe gerade gehört. Gerade eben gehört. Hupe. Ich habe Telefonnummer. Ähm, warte, ich gucke. 800 789 10. 789 10. Äh, 800? 789 10. Wie heißt du? Äh, tu mich einfach als Kevin. Kevin Hartmann oder so, keine Ahnung, kannst du einspeichern. Okay, mach ich. Dann speichere ich die auch ein, weil dann ist gut, dann habe ich wenigstens irgendeinen, der da ist, weißt du, was ist, weil ich habe gar keine Leute, weißt du. Ich habe zwei Nummern auf dem Handy und ich weiß nicht mal, wer das ist. Geh nicht. Ich bin eigentlich immer da. Warte. Sollte klingeln. Warte. Warte. Guten Tag. Ich habe. Gut. Das ist richtig gut. Sehr effekt. Alter, mache ich speicher die Nummer. Warte. Was ist deine Nummer, dass ich speichere? Äh, 3705. Da vorne 800. Und Name? Drazen Diesel. Ja, ist drin. Gut. Ich habe das Gefühl, da ist gerade Polizei vorbeigefahren. Ich schaue euch, ich habe gerade ein Auto gehört. Ja, das war ein Polizeimotor. Warte mal. Der war ganz nah dran. Entweder der hat gerade getankt oder ich weiß nicht. Aber der war ganz nah dran hier. Das war auf jeden Fall ein Kopf, das hat man gehört. Diesen Motor kennt man. Ne, ich habe auch den Sound gehört vorhin. Er hat ja gehupt so. Äh, hab ich gehört gerade vorhin. Und deshalb. Ja gut. Jetzt haben wir die Nummer ausgetauscht. Das passt. Jetzt kann ich immer anrufen, wann was ist. Rufe ich an und dann du rufst an und dann geht's gut. Du konntest ja gerne machen. Perfekt. Aber danke. Wenn dein Bike kaputt geht, ne? Bei Ferrari ist kein Zeichen komplett abnehmbar. Oh, gut. Gut zu wissen. Super. Dann tschüss. Mal schauen. Der ist jetzt wieder kaputt. Der ist jetzt wieder reingetreten. War ganz in der Liebe gerade Polizei. Habt ihr gehört? Ja, hupe, äh, äh. Oder ich habe wieder vorgefahren, irgendwas. Bisschen Schiss bekommen gerade eben. Äh, Bruder, ich muss ausparken. Äh, Bruder. Bruder, bist du da, hallo? Ist da wer? Ist da jemand drin im Auto? Hallo? Oh, da ist ja gar keiner drin. Ja, super, Bruder. Ganz toll. Ganz großes Kino. Ich weiß, wenn ich jetzt hier mache, ein Dings hier. Booms, ja. Na, vielleicht klappen. Ah, doch. Ah, super. Hat funktioniert. Hat funktioniert, ja. Ja. War jetzt der Tank wieder leer. Super, geil. Ganz großes Kino wieder. Gefixt auf 3.0, dass der Tank leer ist, wenn du es ausparkst, das Ding. Wo du mit vollem Tank eingeparkt hast. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Dann fliegen die Elefanten. Jumbo-Jets. Und was essen Hunde? Battle-Kartoffeln. Ist so schlecht. Aber danke. Warum? One-Hit-RL. Ja, planen wir so gut, äh, dass du dir selbst ausgetrickst hast. Oh, ja. Und streamst du jetzt fast täglich? Ich streame ja nicht fast täglich. Ich hatte auch jetzt mal wieder Pausen. Aber ich mache jetzt wieder mehr Streams als Videos. Jetzt hat keine Videos nämlich. Ich habe nichts vorbereitet. Gar nichts. Keine Videos gerade am Start. Das letzte Video war jetzt das RLO-Bio gestern. Das, äh, war mein letztes, was ich jetzt hatte. Und jetzt habe ich keine Videos mehr vorbereitet, ja. Mal gucken. Muss man entweder Videos machen oder Streams. Eins von beiden. Und ich weiß nicht, ob ich das mit dem Daily wirklich so durchziehe, weil ich habe gemerkt, wenn ich Daily wirklich mache, ich komme mit dem Server nicht mehr hinterher. Äh, alles gut bei dir, Bruder. Hallo? Hallo. Schöner Auto wollte ich nur sagen. Schöner Auto. Alles gut. Ja, danke schön. Wenn du da rangefahren bist, ist alles gut bei dir? Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut, die Tasche. Ja, ich glaube, ich ziehe das durch. Jetzt habe ich noch eine Flasche. Jetzt kann ich Juve machen. Auf geht's zum Juve. Ist ein bisschen was los. Der Haken ist da. Der Haken ist anwesend. Die sind doch online. 42 Leute. Das wird lustig. Oh, ich dachte schon Polizei, Alter. Wobei, eine Geisel ist schon gut zu mitnehmen, oder? Dass ich ein bisschen safe bin. Aber jetzt fühle ich es mehr, wenn ich mit der Kiste hier abhaue, weil ich dann schneller bin. Das ist gerade ein VW Truck, ne? Ah, die fahren da rum. Ach so, ich dachte schon. Ich dachte schon, da sitzt wirklich mehr drin. Wir könnten mal gucken, ob im Dings was los ist. Ah, kacke. Ist mein... Ja, ist mein Licht kaputt. Jetzt ist mein Licht kaputt. Ganz toll. Das heißt, wenn es jetzt dunkel ist, sehe ich nichts mehr. Lustig. Ja. Ja. Motorradfahrer fahren ohne Licht. Ja. Weißt du, vielleicht ist hier einer und den können wir da mitnehmen. Ich glaube, da steht sogar ein Auto, ja? Oder? Ne. Och, Menno. Ich dachte gerade, der spricht mit mir. Uh, da haben wir schon Sachen ein. Da ist mal mit dem Motorrad geflüchtet, ne? Könnt ihr euch daran erinnern? Ist das eigentlich ein guter Spot zum Flüchten? Aber hinten ist ein Bug leider. Wenn ich drüber kommst, ist so easy. Ja, guck mal, meinen Hauptplatz, ne? Na ja, meinen Hauptplatz gucke. Ah, Juhu, grüß mal, Hauptplatz, Juhu. Komm, Leute, see you. Nehm, Jungs. Weil, der Tag ist noch nicht vorbei. Wir haben immer kein Geld. Weißt du, wenigstens gern irgendwie was vom Juwe, weißt du? Wie ich das vom Juwe kriegen würde, wär schon gut. Ich wär einfach nur happy, wenn ich wieder ein bisschen Geld hab. Ich mach das halt mit kriminellen Sachen, so. Oh, das ist nicht legal, oh. Oh, ist der geile Wagen, oh. Oh, kann ich das aufmachen? Ist der offen? Ich hab alles erwartet. Alles hab ich erwartet. Aber das, meine lieben Damen und Herren, das hab ich gerade nicht erwartet. Oh. 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 Oh, der ist sogar noch richtig frisch. Guck mal, ich kann da Anbau-Teile und so machen. Ich soll kein Kennzeichen abmontieren. Aber ich lass das... Oh, Spoiler kann ich an- und abbauen. Ich lass Romanoff drauf, dass wir es alle sehen können. Romanoff. Ja, das fühlt sich gut an, mit einem geklauten Wagen zu fahren, den ich dann abhauen kann, wenn ich das möchte. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Okay, der fährt sich irgendwie komisch. Aber geil. Das ist der Romanoff, das ist das Schwierig, das ist im Auto. In Lambo sitzt der Herr Romanoff, das ist viel zu schnell unterwegs. Oh, das ist ein Kopf. Und das war's. Peter, nee, der drückt gar nicht. Alter, der ist schnell, der Wagen. Hogi mogi. Der fährt ja auch fast alle 300. Also ich hätte, ich hätte eine lustige Idee. Ich hätte eine richtig lustige Idee. Wir stellen das Auto vor, jubeln und tun so, als wäre da noch ein zweiter drin. Bist du? Ja, schon lustig irgendwie. Ich kann's probieren. Ich meine, meine Motor muss ich dann abholen. Ich schaue jetzt mal rein, ob da irgendwas drin ist, so Sachen. Das ist das Stuff. Mal gucken. Boah, schon geil, ne? Ja, sitzt da mit dem Kennzeichen Romanoff drin. Benzinkanister! Ja, den kann ich eh gebrauchen. Oh, warte, ich hab ja noch einen. Warte, den lege ich hier rein. Ah, ich hab einen vollen. Na gut, dann. Will ich zwei nehmen? Nee. Schade, ich hätte so erwartet so Goldbarren oder sowas. Und was Heftiges. Ja, komm, scheiß drauf. Ich, äh, ich park den hier. Ich park den hier und hol jetzt mein, mein Dings ab. So mach ich das. Wenn die Leute denken, dass der Herr Romanoff hier gleich einen Jubelraub vorhat, wisst du? Wird der schon ein bisschen, ne? Die, die Fährte schon mal falsch legen können. Das wird lustig. Da parkt ein Romanoff vorm Juve. Was ist denn da los? Ich hoffe, ich schaff's bis zu meinem Ding runter. Herr Romanoff, bitte zur Kasse 1. Könnte auch ne Frau Romanoff gehören, wenn ich es jetzt so ansehe eigentlich. Stimmt. Wie komm ich auf die, dass das ein Herr Romanoff ist. Warum hat der Fafelspringer seinen Schirm nicht geöffnet? Weil es nicht geregnet hat. Oh mein Gott, Bruder, das ist ganz, das ist ja mal ganz schlecht. Alter. Naja, das ist ganz schlecht. So, One-Hit erste Spende bald folgt der Skalation RLO 3. Dankeschön. Wonach riecht das denn in der Villa Kunterbund nach Pipi? Was? Äh, was? Wonach riecht das in der Villa Kunterbund nach Pipi? Ach, war Pipi Langstrumpf. Oh mein Gott. Ja, ich hab grad echt gebraucht und hab nachgedacht von Pipi. Kombination. Oh, jetzt riecht ich nach Pipi, da hast du recht. In der Villa Kunterbund. Ich hab nicht grad drüber überlegt, ob du vielleicht das Pferd meinst oder ein Affe, der da immer hinpisst, ne? Ins Haus, weil die leben ja auch im Haus. Vor allem dieses Pferd, der große Onkel. Ich hab das jetzt gerade in Verbindung gebracht mit Pipi. Oh, ne Waffe. Dann fliegende Waffe wieder da. Oh, super. Ey, Pipi Langstrumpf. Die macht, was ihr gefällt. So, gucken wir mal, ob wir den finden. Oh, vielleicht steht auch der, warte, jetzt guck ich, aber vielleicht steht sogar der Wagen hier offen. Da stehen ein paar geile Sachen. Da steht ein, LaFerrari steht da. Der ist verschlossen. Schaut, da steht ein LaFerrari unten. Okay, gucken wir hier. Der ist zu. Da steht ein Bike. So, das ist offen. Oha. Das ist einfach mal offen, das Ding. Geil. Ich komm mit meiner Kiste. Wo ist denn jetzt mein Bike hin? Da stand es doch noch. Ah, da hinten ist es jetzt sehr gut. Fast nicht gesehen. Vielleicht sucht der Roman oft gerade sein Auto. Das kann sein. Ich brauche eigentlich eine Geisel. Aber ich finde gerade keine. Warte, wo sind oft Leute am Abend? Lass mich überlegen. Am Abend, wo sind die Leute? Wo chillen sie meistens? Am Abend sind die meisten nicht am Hauptplatz, sondern chillen irgendwo. ein Copter-Cops noch da. Okay. Ich sehe gerade. Oh, was ist hier noch? Ich bin gespült, ne? Das hat ja so geilen Sound der Wagen. Ich bin gespült, wo sind die Menschen, wo sind die Leute? Ey, Jungs, Mädels, ihr müsst schneller machen. Ein bisschen schneller. Warte mal. Das waren NPCs? Was? Ich dachte, da sitzen drei Leute drin. Ich dachte, letztlich, da sitzen drei Leute, Bruder. Was? Ich dachte, du bist überhaupt stehen dir unter der Ampel so lang? Was ist denn los mit denen? Das war einfach... Das war irgendwie zisig. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Geil. Oh. Er fährt zur Shisha-Bar. Oh. Der hat gerade das Klischee over 9000 gehabt mit der Musik und dem AMG, ne? Aber sowas von ein Klischee. Aber geile Mucke. Finde ich geil. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ja, die kann ich nicht mitnehmen. Ne, also ich suche gerade. Ich finde gerade hier niemanden. Sonst muss ich das echt alleine durchziehen. Ich glaube, ich ziehe alleine durch, schau, als ich draufkomme. Ich ziehe durch. Sollen sie mich festnehmen, ich habe nichts zu verlieren. Oh, geil, Jungs. Oh. Hey, was läuft? Ja, hattest du eben gerade diesen blauen Lamborghini? Äh, was blau... Wo ist Lamborghini blauer? Hattest du den gerade? Na, du hast gerade blauen Lamborghini. Ist das ja nicht, wo drin sitzt. Na, ist doch blau, oder? Ich habe dich gefragt, ob du einen blauen Lamborghini hattest. Ich habe keinen blauen Lamborghini, nein. Wadda, wie kommst du drauf? Dass ich blaue Lamborghini habe, ich fahre ein Motorrad den ganzen Tag schon. Hallo, Bruder, was ist los? Nimm deine scheiß Erinnerung. Steig von deinem Motorrad aus. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Hey, Bruder, ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Bruder, ich habe auch nichts. Warum? Ich habe nichts gemacht, ich habe keine Schlüssel oder so. So, Kabelbinder. Wie Kabelbinder? Bruder, ich habe doch nichts gemacht. Und jetzt finden wir einmal raus, ob du diesen scheiß Lamborghini hattest. Ich habe den nicht. Zum 50. Mal, ich habe keinen Lamborghini. So, jetzt holst du bitte einmal die Cops zum Juve. Und dann gucken wir einmal, ob der Typ hier den Lamborghini hatte. Gerade mit dem Motorrad, wo auch gerade nebendran stand. Also, du glaubst, mit dem Motorrad, dass ich daneben dran stand, oder was? So, ich mache jetzt einmal Kabelbinder rum. Wallah, Bruder, ich werde von der Polizei gesucht. Mach jetzt nicht diesen. Doch, genau den machen wir. Warum denn? So, ich mache mich einmal auf. Ey, Wallah. Ey, Wallah, Polizist, warum machst du nichts? Der hat mich gerade bedroht mit Waffe. Warum machst du nichts? Einsteigen. Der will mich entführen, oder so? Einsteigen, habe ich dir gesagt. Wallah, was ist los mit dir? Steig ein. Warum bedrohst du mich mit Waffe? Ich habe nichts gemacht, Bruder. Ich schwöre. Verstehe gerade dein Problem nicht. Sehe ich aus wie jemand der Lambo hat, oder was? Ne, aber einer vielleicht der Lambo klaut. Das Motorrad, das du gerade fährst, stand genau dort, wo der blaue Lamborghini steht. Wollah, ich habe das Motorrad, das ist jetzt kein Scheiß, Bruder, ich habe das Motorrad geklaut. Der stand am Hauptplatz. Ich schwöre, Bruder, ich habe damit nichts zu tun. Wollah, ich habe nichts zu tun damit, mit der Scheiße. Wirklich nicht. Was ist denn los jetzt? Du musst mir schon den Außerelfen auch, ne? So, ich mache dir die Tür auf. Was ist los? Ja, gut. Oh, was ist jetzt? Der Lambo, ich habe damit nichts zu tun, Bruder. So, ich ziehe dir jetzt einmal deinen Helm ab. Schneide auf. Ah, er hilft dir noch einmal aus der Maske was. Was ist los jetzt? Ah, Kevin, schön dich zu sehen. Ja, schön, was ist jetzt? Ich habe nichts geklaut, was ist los? Kevin, ich frage dich noch einmal. Hattest du den Lamborghini, der da stand? Ich habe den nicht geklaut, ich schwöre. Wir werden es gleich so oder so herausfinden. Ja, dann mach. Ich habe das nicht geklaut. Habe ich nicht. Dann findest du ja auch. Ich will dir eins sagen, solltest du den geklaut haben, und ich mitkriege, dass du mich angelogen hast, dann schieße ich dir mitten ins Gesicht, okay? Du, was du nicht lassen kannst. Du hast jetzt noch die Chance, mir die Wahrheit zu sagen. Ich sage dir die Wahrheit. Ich habe den nicht geklaut zum 50. Mal. Ich habe damit nichts zu tun. Hat er sich schon gemeldet? Nee, das Pitch ist aber raus. Aber sonst rufe ich mal an. Ja, an. Vielleicht kommt ja nicht schneller. Ich finde es gerade lustig, dass die Polizei einfach zuguckt, und ich von Bankraub gemacht hat, und die Polizei guckt einfach zu, wenn ich auf öffentlicher Straße bedroht werde. Ganz toll, Polizei. Ihr macht gute Arbeit. Du hast einen Bankraub gemacht. Ja, und der ging richtig hart schief. Der Tag ist richtig beschissen. Kotzt mich an, und jetzt werde ich noch für so eine Scheiße beschuldigt. Sag dem Cop nicht, dass ich das Motorrad geklaut habe. Das kriege ich Probleme. Nee. Sag dem das nicht. Sag einfach dem Motorrad, und gut ist. Äh, das ist, äh, wie heißt das denn? Ich rufe den sonst an, er kann es bestätigen. Ich war mit dem da drauf, mit dem Motorrad. Ich kann es bestätigen. Hallo, komm bitte schnell zu mir über. Ich habe nichts zu tun. Äh, komm, einer, einer reicht. Ist wurscht. Es geht, äh, wegen einem Problem, was da ist. Mhm, das ist wichtig. Am besten, check. Sofort. Sofort. Ist dringend. Hab dich dann, bitte. Ist extrem dringend. Wie kommt der auf die Idee, dass ich das geklaut habe? Wie kommt der auf die Scheißidee? Kann ich von mir aus auch abrufen, dass du sicher hierher kommst. Ist mir wurscht. Hallo Bruder, jetzt red doch mal mit mir. Wie kommt der auf so eine Scheißidee? Was ist das jetzt? Hab ich dir eben gerade schon gesagt. Das Motorrad, mit dem du eben gerade gefahren bist. Ja. Stand genau dort, wo der Lamborghini hinter mir stand. Ja, aber ich habe dieses Ding, dieses Motorrad, gehört nicht mir. Ich schwöre auf alles, es gehört nicht mir. Ich habe das geklaut auf Hauptplatz. Ist jetzt kein Scheiß. Sollte der Wagen nicht von dir geklaut worden sein, dann entschuldige ich mich bei dir, dann kriegst du eine Entschädigung von mir. Ja, ich hoffe. Dann schieße ich dir mitten ins Gesicht. Äh, ich habe nichts gehört. Was hast du gerade gesagt? Du warst vom Flüstermächsen. Wie gesagt, wenn das Auto geklaut ist, und du warst, das schießen wir dir in die Kresse. Warum soll ich das geklaut haben? Wie kommt der auf so eine Scheißidee? Weil der Motorrad daneben stand, oder was? Genau dasselbe, oder wie? Dann hast du ja nichts zu befürchten. Ja doch, weil ihr mich sonst vielleicht mit dem sagt, jetzt muss einer vorbeikommen und sagt, ich bin das, oder was? Und der muss nur sagen, ja, der war das, weil der ist Motorrad gefahren. Weil der ist genau das Motorrad gefahren. Dann ist er in die Fresse, oder was? Was ist das denn für eine Scheiße, Bruder? Was ist das denn? Nein. Für nichts. Für nichts, oder was? Wir lassen da jetzt einmal die DNA-Spuren da drin sichern. Wenn die Scheiß-Kopse jetzt mal hinne machen. Ja, sollen sie machen. Wie gesagt, wenn du es nicht warst. Ne, die sollen sie machen. Ich mache nichts, aber jetzt... Jetzt mal ehrlich, wenn eine Polizei kommt, der hat doch gesehen, dass du mit Waffe angegriffen hast. Was soll denn das? Warum kannst du nicht normal reden? Warum nimmst du eine Scheiß-Waffe raus und bedrohrst mich damit? Weil du sonst garantiert weggefahren bist. Zu 100%. Bruder, ich habe doch kein Problem damit. Ich fass doch nicht. Ich hätte doch ganz gechillt dir sagen können. Du hast auch 50 Mal gefragt, ob ich den überhaupt... Dann habe ich gesagt, nein. Was ist dein Problem? Musst du nicht gleich mit Waffe kommen. Was ist denn los? Bist du überhaupt nicht zivilisiert, oder was? Digga, weiß ich überhaupt, wer wir sind. Ist mir scheißegal, wie ihr es seid. Wenn ich damit nichts zu tun habe, ist mir das fucking egal. Okay, wenn dir das scheißegal ist, dann legst du dich gerade mit dem Api an. Ja, schön. Du kannst dich auch verschwinden lassen. Dann ist mir auch scheißegal. Ja, dann lass mich verschwinden. Komm, mach Krampus und dann bin ich weg. Sehe ich mir an, wenn jetzt die Polizei kommt. Ja, mach doch. Sicher, dass die noch kommen? Komm dir keine Sau. Bist du ein, kommt dir irgendwo vorbei und sagt, ich war das. Passt schon. Nimm mich mit, komm. Ist mir scheißegal, komm. Nimm mich mit, komm. Begrab mich irgendwo unten. Ich habe es verdient, komm. Nimm mich mit, wenn ihr das so denkt. Wenn ihr so cool seid. Komm, wo ist das jetzt? Nimm mich mit. Wo ist denn jetzt die große Fresse? Komm, schieß mir in die Fresse, komm. Mein Tag ist eh schon gelaufen. Ist eh alles scheiße. Komm, mach doch. Ich habe keinen Respekt, wenn du mich... Ich habe keinen Respekt, wenn ich für etwas verantwortlich gemacht werde, was ich nicht gemacht habe. Red mit Respekt. Okay. Oh. Na gut, dann hat sich das... Ja, wenn ich wollte das nicht. Ich will nur wissen, wer unseren scheiß Wagen geklaut hat. Ja, jetzt geht einer vor. Dingswende ist die Cops. Viel Spaß. Keiner schlagt Kevin. Keiner schlägt zurück. Ja. Ich rein. Okay. Ich gehe nicht auf die Schnute und... Alles gut. Ich wollte noch mal nachtreten. Ich mache mir keine Freunde heute. Aber ich bin es mittlerweile gewohnt, dass die Mafia anscheinend immer weiß, wer was macht, obwohl du komplett maskiert bist und du einen Helm auf hast. Jedes Mal dasselbe scheiß. Auch bei 1 zu 7. Die Mafia weiß ja anscheinend, dass wir das immer sind. Es ist immer dasselbe scheiß, Alter. Ich bin komplett maskiert mit dem Motorrad gefahren. Da sage ich, ja, das ist das Motorrad gefahren. Das warst du. Müssen wir sicherstellen. Und dann reden die so eine Scheiße, Alter. Und ich baller dir den Kopf, weil ich bin bei der Mafia. Er lässt den Lambo offen stehen, sei aber schuld. Finde ich halt auch, ne? So, dann hauen wir mal rein. Wallah, ganz großes Kino, wirklich. Ganz großes Kino. Dann mache ich dir noch einmal die Kabelbinder weg. Ja. Ach, scheiße, ich hatte die Kabelbinder dran. Entschuldigung, ich habe ja geschlagen. Ja, ja. Ja, ganz dumm. Kevin? Ja? Das nächste Mal bitte mit Verspekt. Ich sage dir so, wie es ist. Halt die Freize, komm, verpiss dich. Verpiss dich einfach. Ich sage dir ehrlich, so wie es ist. Du bist ein Stück Dreck, Alter. Du machst ihn verantwortlich, wo du nichts weißt. Jetzt verpiss dich raus. Und lass mich alleine. Drecksack, Alter. Wir sind die Mafia. Ihr seid alle dreckige Hunde, seid ihr. Verpisst euch. Kevin, das wird nochmal ein Nachspiel haben. Das wird ein Nachspiel haben. Kevin, das wird ein Nachspiel haben. Halt deine Fresse, du Hurensohn. Komm, verpiss dich, komm. Geh raus da. Verpiss dich. Nein, habe ich dich gerade genannt. Hast du ein Problem oder was? Wie hast du mich gerade genannt? Ja, so wie ich dich nennen sollte. Komm, verpiss dich. Komm, wiederhol das nochmal. Was wiederholt ich? Komm, verpiss dich. Wie hast du mich gerade genannt? Ja, komm, verpiss dich jetzt. Komm. Kannst du nur auf dicke Eier machen, wenn du mit 50 Leuten kommst. Bin ich schon gewohnt bei euch. Bin ich schon gewohnt. Verpiss dich. Ich bin alleine. Du Hund. Verpiss dich. Komm, lass mich jetzt allein. Ich muss jetzt den Scheiß ausklappen dir. Komm, geh weg. Blacklist. Ja, und das Erkennen von Leuten, die maskiert sind, ist auch verboten. Deshalb habe ich da keinen Bock mehr drauf, Alter. Wirklich. Maff ja jedes Mal dieselbe Scheiße. Immer wissen sie, wer es ist. Was ist denn mit dir passiert, Bruder? Ja, alles gut. Alles gut. Mir geht's gut. Super. Ja, ich hab's gesehen, ne? Ja. Ja, alles gut. Oh, sorry. Ja, ich muss jetzt ausschlafen. Ich hab Headshot bekommen, Bruder. Alles gut. Ja, ich hab's gesehen, Bruder. Ruhe dich gut aus, ne? Aber es ist ja wirklich immer dieselbe Scheiße, Alter. Sie wissen immer, wer es ist. Ich war maskiert auf Motorrad unterwegs. Sie hätte ja fragen können. Und dann sagt er, ja, wenn ich weiß, dass du das bist. Natürlich packen sie mich ein, Alter. Wieder so typisch. Alter, immer wissen sie es. Ja, du hast... Ja, wird dich jetzt erkennen. Oder wenn wir jetzt hier einen Arschpuhn abnehmen. Ist doch immer dieselbe Scheiße, Alter. Wirklich. Gar keinen Bock mehr auf sowas. Und immer, weißt du, immer große Fresse haben gleich. Wenn sie nicht mal einen Anhaltspunkt haben. Jedes Mal. Drecks Mafia, Alter. Wirklich. Nicht mal einen fucking Anhaltspunkt. Bei uns ja auch 1 zu 7. Alle maskiert. Ja, wir vermuten, dass das 1 zu 7 ist. Oder was war das letzte Mal hier? Dieses Ding war ja auch wieder. Ich bin maskiert mit einem Motorrad, wo 50.000 Motorräder heute rumgefahren sind. Und heute war ich ja nicht der Einzige, der damit rumgefahren ist. 50.000 Motorräder fahren rum. Ich fahre in die Pizzeria. Ja, 1 zu 7 war das. Ist doch immer dieselbe Scheiße, Alter. Wozu haben wir die Regel überhaupt aufgestellt mit, wenn du maskiert bist? Kannst du nicht wiedererkannt werden. Geht nicht. Kannst du nicht. Kannst nicht identifiziert werden. Und jedes Mal wäre ich dann eingepackt. Und, ah, da. Und du warst das doch. Weil du bist doch mit dem Motorrad gefahren. Und ich habe jetzt auch gar nicht erkannt, dass... Der hat mich ja geboxt. Ich habe voll vergessen, dass der mich ja hier gedingst hat, ne. Habe ich den jetzt... Ja, egal. Aber auf dieses Appian habe ich halt einfach keinen Bock, Alter. Jedes Mal für so unnötige Scheiße Stress schieben, weil er sein Drecksauto offenstehen hat lassen. Dann dicke Eier machen und Stress schieben, weil ich das dorthin gestellt habe. Ah, das geht mir so auf den Sack heute, wirklich. Und immer wissen Sie, wer es ist aus dem Nichts, Alter. Jedes Mal dasselbe. Na, hoffentlich wird es noch auf dem Straßenrand erschossen. Das würde ich mir jetzt sehr wünschen. So am Straßenrand erschossen, Alter. Echt zum Kotzen, Alter. So ist euch gar kein Bock. Das haben wir für schon... Ja, das ist auch auf der Blacklist. Ich habe einen Regelbruch begangen. Das ist schon mal ein 50.000. Aber ich habe einfach... Also ich habe auf dieses RP keinen Bock. Wenn du halt maskiert bist, für was machen wir das? Weißt du, sonst kann doch jeder Lelleck einfach unmaskiert rumfahren, Scheiße bauen. Dann wird da halt auch eingepackt. So dasselbe, wenn ich mit Maske rumfahre. Macht ja keinen Sinn mehr. Immer werde ich eingepackt. Egal bei was. Immer ich. Ich bin's. Ich bin's. Hallo. Wir sind das Kartell. Wir wissen's. Ne, Kartell nicht. Wir sind die Mafia. Wir wissen's. Du hast die Maske auf. Und wir wissen aber, dass du das gewesen sein musst. Weil, ähm... Ja, der genau das Motorrad gefahren ist. Das, äh... Ja, und deshalb packen wir dich ein. Und der Polizei macht auch nix. Polizei guckt zu. Pferd an mir vorbei. Macht einmal Blaulicht an, sagt nichts. Ich werde einfach mitten auf der Straße mitgenommen, oder? Mitten auf der Straße. Ach, das macht halt so keinen Fun, Alter. Dann soll er halt sein Auto nicht offen stehen lassen. Soll er es halt nicht offen stehen lassen. Ich hab's nicht geklaut. Ich hab's Probe gefahren. Hab's da hingestellt. Und dafür so einen Stress zu schieben kann froh sein, dass er es gefunden hat. Nee, also das mit dem Kabelbinder fand ich halt blöd. Weißt du, ich hatte Kabelbinder an, er hat mich geboxt. Ich hab das voll vergessen, dass ich Kabelbinder anhatte. Und dann hab ich ihn halt weggeboxt. Also einmal hab ich zurückgeschlagen. Hätte ich gar nicht machen dürfen, weil ich war ja in Kabelbinder. Aber ey, das ist so ekelhaft. Jedes Mal so Stress schieben wegen so unnötiger Scheiße. Weißt du, ich mach dir nur so ein bisschen Spaß. Ich stell dir ja, weißt du, ich klau dir ja nicht und verscherbe dir irgendwo. Ich hab dir halt vor die Juve gestellt, weil ich es lustig fand. Dann machen wir das ja immer Stress, Alter. Gar kein Bock auf das. Ich denke mal, Mafia macht auch Mähter im Stream. Was sollen wir sonst noch wissen? Ja, nee, ich find's halt kacke, weil ich OOC weiß, dass sie... Schau mal, ich weiß OOC, dass sie gegen 1 zu 7 Krieg anfangen wollen, weil sie die Vermutung haben, dass wir hinter den ganzen Aktionen stecken. Aber sie haben keinen einzigen Beweis dafür. Aber sie sagen trotzdem, der, der in die Pizzeria gefahren ist, war ein 1 zu 7er, obwohl ich komplett maskiert war. Sie sagen, hier dieses Ding hier war 1 zu 7, wo wir diesen Raub hatten, wo wir in Anzug waren. Sagen sie auch, das war 1 zu 7, weil einer unmaskiert rausgerannt ist. Aber der war sonst nicht mehr dabei. Der ist einfach rausgerannt. Wir haben ja auch gesagt, 1 zu 7er wurden auch entführt. Das heißt, wenn der Bre... Das werde ich sicher gleich entführt. Wenn der Bre auch entführt wurde von 1 zu 7 und dann einer gesagt hat, ja komm, renn mal raus, dann können sie es ja auch nicht bestätigen, weil sie haben nicht gesehen, wie er jemanden festgenommen hat oder irgendwie Interaktionen geschoben hat oder Waffen gehabt hat oder irgendetwas. Aber es ist immer dann, wissen sie, ah, hier, 1 zu 7 hier, ja, das waren die. Dann hab ich mir auch gesagt, du, wozu tragen wir überhaupt noch Masken? Wozu machen wir das dann noch? Wenn man es eh weiß. Das ist ja der Grund, warum wir das mit der Maskierung machen. Das ist ja der Grund, warum. Sonst können wir gleich sagen, hallo, wir sind es 1 zu 7, wir haben euch Hops genommen. So bringt sich das ja nichts. Und ich spüre halt das RP mal aus, weil ich, wenn ich, wenn ich wen maskiert gesehen habe, dann weiß ich, wer das ist. Ich kann es nur mutmaßen und gut ist. Aber ja, das geht mir nicht ein. Ich fahr mal vorbei, guck mal. Jetzt krieg ich gleich eine Kugel wieder vorbei. Warte, pass auf, ich krieg gleich eine Kugel. Warte, ich fahr nochmal dran vorbei. Wo ist denn die Kugel? Ich warte. Hätte man dran vorbeigefahren. Ich hab mich verfahren. Okay, ich hab keine Kugel. Es ist schade, ich dachte, ich krieg eine. So. Naja, aber ich hab auch ehrlich gesagt, keinen Bock, einen Gangkrieg anzufangen, wenn ich halt keine Facts hab. Wisst ihr, das, das... Wisst ihr noch, beim Kartell hatten wir die Facts auf dem Tisch liegen. Da hatten wir das. Da haben die es sogar zugegeben, dass da so scheiße passiert ist. Da hatten wir die Facts. Aber die wollen halt einen Krieg anfangen, wo sie noch keine Facts haben. Dass das halt so und so ist. Keine Aussage von jemandem, der sagt, ja, das ist so und das ist so. Das, das bist mir so ein bisschen an. Will keinen Gangkrieg führen, wenn es keinen richtigen Grund dafür gibt, so. Weil, wie gesagt, dann können wir die Maskierung so gleich lassen und einfach sagen, ja, komm, wir scheißen drauf und, äh... Und gut ist. Dann hat halt jeder nur... Dann kennt halt jeder jeden. Das ist halt die Scheiße, ne? Heikst du, dass die Bama fliegen? Nein, hallo. Macht ihr doch mit 1-7 kaputt? Nein, nein. Ich hab, wie gesagt, echt keinen Bock auf... Also, äh, seitdem das mit dem Kartell war, mit Gangkrieg, das ist so ein Dreck immer. Also, ich muss ehrlich sagen, ich hab... Zumindest auf 2.0 hab ich keinen Bock, meinen Gangkrieg zu führen. Wirklich nicht. Das ist so... Und vor allem wegen so Kleinigkeiten, so Bullshit, so... Gar keinen Bock. Beim Kartell war es ja irgendwie... Da hatten wir ja wirklich so einen Zorn aufs Kartell und die hatten so ein bisschen Zorn auf uns. Weißt du, da war das so ein bisschen... Da waren... Da waren schon alle so angespannt. Wisst ihr, was ich mein? War schon anders. Au, das ist unsichtbar unter der Map. Ja, ich... Ich, äh, fahr mich jetzt irgendwo hin vergraben und, äh, werde dann den Stream beenden und dann werde ich erst mal auf 3.0 weiterarbeiten, so wie es aussieht. Nee, aber da hab ich keinen Bock, Alter. Gangkrieg, gar keinen Bock, Bruder. Wirklich null. Das wär so... Aufwendig wieder. Das ist so anstrengend. Mal gucken und rumfahren und gucken, wo ist der. Ja. Ähm, Saron, ich sag fürs VIP werden. Öschi, danke fürs VIP werden. Vielen, vielen Dank. Ähm, Aaron. Nach einer sehr langen Partynacht mit Schuhen im Bett aufwachen. Der gestiefelte Kater. Was? Ach so, weil du einen Kater hast. Ah, mein Gott, Bruder. Ah, weil du einen Kater hast. Ich denke mal, gestiefelter Kater hat das damit zu tun. Äh, dankeschön, Aaron. Vielen, vielen Dank. Vielen reizsam. Sebastian, wieder der Rasenmäher. Du hast mir gar nichts zu empfehlen. Sag mal, ich muss hier sitzen, weil ich kein Haus hab. Das ist Kevins Haus hier. Hier lebe ich jetzt. Hier werde ich die nächsten, die nächsten Tage verbringen. Im Knast war es schon warm. Und hier, ja, hier bin ich im Müll. Aber wenigstens kann ich hier leben, Alter. Ähm, was haben wir noch? Aaron, ähm, wollte dein Rot, was Rothagen, Witz über Rothage erzählen, fand er nicht lustig. Und dann ging er wegen Ginger, Alter. Äh, danke, Aaron. Ja, jetzt kommen die ganzen Flachwitze, Alter. Der hübsche Prinz ist total angepisst. Rapunzen ließ ihren Haar herunter. Den kannte ich schon. Warum, das mit dem Fallschirrsprung aber auch vorgelesen. Boris, hier, Novo Sank verswippt werden, Lana, Rosak verswippt werden. Das haben wir vorgelesen, Magnalium Lumpen haben wir vorgelesen. Mh. Irgendwas nicht vorgelesen, wir können kurz gucken. Sandix AG, glaube ich, habe ich noch nicht vorgelesen. Dankeschön für neue Sand. Wie war es, äh, wie war das? Mitte nie wieder Knast mal noch vorgelesen. Genau, das hatten wir auch schon. Äh, da sind wir auch vorgelesen. Ich glaube, ich habe alles vorgelesen hier unten, ne? Hoffe ich halt. Ich hoffe es wirklich. Doch, habe ich vorgelesen hier unten. Noelle, danke fürs VP-Werden, um zu entfernen. Hey Kurt, äh, war das Beleidigen gerade eigentlich gerechtfertigt oder gilt das auch als Regelbruch? Ist ein Regelbruch, ganz ehrlich. Ich habe, ich habe gerade innerhalb von, ähm, von, zehn Minuten, ne, von fünf Minuten zwei Regelbrüche übergangen. Ich habe einen geboxt, obwohl ich gefesselt war und ich habe ein Wort auf der Blacklist gesagt, was mir rausgerutscht ist, passiert. Aber ich wäre eigentlich dafür, dass wir diese Blacklist aufheben. Ich finde es im RP irgendwie lustig, wenn du Leute beleidigen kannst. Sag mal so, das, das, äh, mit den Wörter Blacklist ist so eine Sache. Ähm, wenn ich, ich sag so, wenn ich Kevin Hartmann spiele, werde ich irgendwie ausgefallen als sonst. Da bin ich ein bisschen assi drauf und dann rutscht mir sowas leichter raus. Aber, ja, ähm, er müsst, ich glaube, ihr müsst es nicht verstehen, aber, sag mal so, ich habe dieses Wort, dieses HS-Wort, benutze ich aus Grund von Choke-Gründen sehr oft und deshalb rutscht mir das sehr schnell raus, glaube ich. Ich verwende das, ähm, als Choke. Zum Beispiel bei, wer es gut verstehen kann, ist, ähm, hier, Walker, also Ryan. Der versteht das sehr gut, weil wir uns immer so beleidigen und, ja, dann rutscht das halt raus, weil ich, weil das ist halt nicht mal böse gemeint, sondern dieses, äh, du, weißt du, das, wir beleidigen uns gegenseitig so. Ich weiß, im RP ein bisschen blöd jetzt und wir sind halt rausgerutscht, weil ich das halt so immer sage, im Gebrauch von, wenn ich das so sage, du, ich sage das immer so, so dumm, weißt du, aber nicht ernst gemeint. Aber ja, es ist rausgerutscht. Ist ja auf der Blacklist eigentlich und es sind zwei Regelbrüche von mir. Ich habe einmal jemanden geboxt, weil ich nicht mal gecheckt habe, dass ich Kabelbinder anhatte. Aus dem Grund gibt es auf 3.0 auch keine Kabelbinder mehr, nur so zur Info. Ähm, wer nicht gefesselt ist, ist nicht gefesselt, wer gefesselt ist, ist gefesselt. Ich finde Kabelbinder komplett einen Schwachsinn. Die haben wir nur drin, weil du halt kein Tragen kannst und so nicht anschnallen kannst. Auf 3.0 kannst du, kannst du den Tragen, der gefesselt ist und du kannst ihn anschnallen. Also der kann sich selber anschnallen. Und deshalb haben wir halt das mit den Kabelbindern auf 2.0 ist halt ein bisschen Bullshit und dann passiert genau sowas. Aber ja, ich werde mich heute selber verbannen. Ne, aber ich, ich meine das nicht böse oder so. Aber es ist, aber heute, der Tag war heute so pissig schon. Also sag mal so, für Kevin war der Tag auch heute schon richtig angepisst. Es ging alles schief, was schief ging kann, Alter. Und jetzt am Ende, das war noch so diese Kirsche oben drauf, was alles schief laufen kann. Nämlich, dass ich wieder für irgendeine Scheiße, obwohl ich eine Maske auf hatte und einen Helm auf hatte, wieder für irgendwas verantwortlich gemacht werde. Das war halt das Ding. Und das hat das zum Überlaufen gebracht. Das Fass lief heute über bei Kevin. Ah, komm, komm ich, ah, Gott sei Dank, komm ich da hoch. Kann ich mich hier bräun noch ein bisschen. Ach, guck mal. Ey, warte mal, ist das direkt hier hinten? Das wusste ich gar nicht. Hä? Warte mal. Wirklich? Die Garage da? Ist hinter dem, äh, FD? Ja gut, dass ich das jetzt weiß. Schön. Nie aufgefallen. Ist ja voll nice. Nie aufgefallen, Bruder. Oh, nie. Dann werde ich mich hier mal, äh, Ah! Ich will mich eigentlich hier hinschillen, wenn das geht. Oh, nö. Oh, nö. Ach, komm. Ey, das geht doch irgendwie, oder was? Ich bin nur aufs Dach und dann bin ich da chillen. So. Ah! Ach, wirklich. So, jetzt habe ich eine gute Übersicht hier. Über die ganze Stadt kannst du hier gucken. Das ist schon ein geiles Grundstück hier. Hier hast du die ganze Stadt, das FD und den Real Life Online Schriftzug. Kannst du die ganze Stadt angucken. So, und hier werde ich mich jetzt schlafen legen. Auf ganz entspannt. Du hast euch schon vom Bagella beleidigt. Danke, Bagella. Bagella. Jetzt kriege ich dich auf die Fresse, Alter. Lass den Doni vergessen von Sebastian. Warte mal, Sebastian. Lass mich kurz gucken. Ähm. Erwiderte Rasenmäher. Du hast mir gar nichts zu empfehlen. Das habe ich vorgelesen. Ach da, was sagt das Schaf zum Rasenmäher? Deshalb, ich dachte, ich habe es zweimal gelesen. Mäh. Danke, lieber Sebastian. Das war sehr schön. Ah, nee. So, das habe ich vorgelesen. Ich dachte, ich habe mich zwei Rasenmäher-Chokes. Okay, ich habe das überlesen. Jetzt haben wir es aber. So, Leute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Es ist auch schon wieder spät. Es ist schon wieder gleich 0 Uhr. Ich würde sagen, wir sehen uns ähm, morgen wieder oder so. Ob all das falsche Animation morgen oder so. So, so ist richtig. Habt ihr schon gesagt, wir sollten es freigeben. Also lustig wäre es schon, ja. Sag mal so, in Momenten wie diesen wäre es ganz gut. Wenn du jetzt, wenn du jetzt eine Verkehrskontrolle hast und den einfach nur doof beleidigst ohne wirklichen Grund, finde ich es doof, weißt du? Aber so, wenn du es schon so sagst, finde ich schon cool. Sagst du in echt ja auch, ne? Also wir sagen es. Sorry. So, aber jetzt Leute, haut rein. Ich wünsche euch eine gute, schöne, gute Nacht. Danke, Vageloni. Wir sehen uns dann halt morgen wieder oder irgendwann mal schauen. Ähm, und ja. Eine wunderschöne gute Nacht. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und bleibt dabei und abonniert. Aber aktiviert das Glöckchen. Ja. Doch, aktiviert das Glöckchen. Und wir sehen uns dann. Auch wenn er es nicht zugibt. Aber mein Arsch ist komplett auf Grundeis. Und wir gehen jetzt los und weg bin ich. Tschüssikowski. Oh ne, warte, ist noch kacke. Aaron, was haben Frau und Handgranaten gemeinsam? Wenn du den Ring abziehst, ist ein Haus weg. Das kenne ich. Und das stimmt. Deshalb schulden E-Vertrag auflegen. Da passiert das auch nicht, Jungs und Mädels. Kleiner Tipp von mir am Rande. So, aber jetzt. Haut rein. Ich verabschiede mich und Stuhl-RP.